ja moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen let's play nämlich gothic 3 wir starten ein neues spiel nicht einmal die götter wissen was das schicksal für uns bereithält du wirst zurückkehren aber du wirst keine ruhe finden ein einzelner gefangener hatte das schicksal von hunderten geändert dunkelheit zieht zu das land das böse wird triumphieren mutige gefährden du wirst eine wahl treffen belia hat mich erwählt und ich habe seine macht in mir aufgenommen der könig wird den krieg gegen die orks verlieren was ist hier passiert ich hab ein echt mieses gefühl letzter scheiß dieses land wird auf alle zeit den orks gehören bald wird auch der letzte mora sein haupt vor mir neigen und ich kann erde über dieses land herrschen sie sind bloß wirmer die wir zertreten müssen sie sind nicht wie die krieger von nachbar die sich uns immer mit ehre gestellt haben jetzt sind wir die herrn hier nichts kommt glaubst du wirklich verdammt was ist da draußen eigentlich los mein könig immer noch keine nachricht über das schiff die orks stehen vor dem inneren ring dann haben wir keine wahl in aus führt uns in den kampf gegen die dunkelheit die 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 der der wenn Scheiß, Mann. Jetzt hat der den Ork geplündert, der Sack. Was hat Xardas mit den Orks zu schaffen? Was ist denn mit dir los? Warst du die letzten Wochen nicht hier? Xardas ist der Anführer der Orks. Er hat uns alle verraten. Was weißt du noch über Xardas? Er hat die Runenmagie zerstört, dieser verdammte Hurensohn. Ohne ihre Magie hatten die Paladine und Feuermagier keine Chance mehr gegen die Horden der Orks. Was ist denn, Redok? Das Lager der Rebellen. Es ist mitten im Wald. Dort gibt es Wölfe. Mit Wölfen werde ich fertig. Ja, aber die Biester sind verdammt aggressiv. Außerdem wirst du es alleine nicht finden. Ich glaube, dein Kumpel Gohn weiß, wo es ist. Du solltest mal mit ihm reden. Wie in alten Zeiten, was? Die Orks hatten nicht viel drauf. Ich schätze, es gibt noch härtere als die. Was ist mit Lester? Wollte er nicht Verstärkung holen? Ich könnte ein ganzes Fass saufen. Gut, dann reden wir mal mit Milch noch. Ich mag die Orks nicht. Was ist eigentlich mit Lester? Er wollte doch Verstärkung holen. Da sind wir mal wieder in eine schöne Geschichte geraten. Was ist hier passiert? Die Orks haben ganz offensichtlich den Krieg gegen König Roba gewonnen. Und jetzt fegen die Orks über das Land und versklaven die Menschen. Aber was mich gerade viel mehr interessiert. Was ist mit Lester? Schlechte Neuigkeiten. Es gibt keine Verstärkung. Hab ich gemerkt. Was ist los? Such mal das Schiff. Du wirst es nicht finden. Was? Piraten. Das Ganze hat nur wenige Augenblicke gedauert. Und was ist mit unserer Ausrüstung? Was glaubst du? Wir werden uns neue besorgen müssen. Sprich mal mit Diego. Er versteht was vom Sachen besorgen. Was hast du jetzt vor? Ich werde mich nach Süden durchschlagen. Wir werden uns doch wiedersehen, oder? Davon gehe ich aus. Was ist los? Piraten. Die verdammten Mistkerle sind mit unserem Schatz abgehauen. Sieht ganz danach aus. Ich fürchte, darum werden wir uns später kümmern müssen. Wir haben nämlich ein Problem. Was für ein Problem? Rede mal mit dem Dorfältesten. Ich hab mit dem Dorfältesten geredet. Was schlägst du vor? Als erstes müssen wir uns ein Bild davon machen, was die Orks angerichtet haben. Und einer von uns muss rausfinden, wo Xardas steckt. Der Dämonenbeschwörer hat die Macht Belias in sich aufgenommen. Und er ist der Herr der Orks. Es wird das Beste sein, du kümmerst dich um Xardas. Und wo kriegen wir jetzt neue Ausrüstung her? Du weißt doch, wie die Sache läuft. Sammle alles, was du finden kannst. Und lass es dir nicht wieder abnehmen. Und da die Orks nun die Herren von Myrtana sind, werden wir bei ihnen gute Ausrüstung kriegen. Was wirst du jetzt tun? Du kennst mich. Ich werde dort sein, wo es was zu holen gibt. Myrtana ist nun Hoheitsgebiet der Orks. Sich mit den Orks gut zu stellen, ist nichts für mich. Ich werde nach Süden gehen. Ich wette, in den Weiten der Wüste ist noch was zu machen. Du kannst mit Gorn losziehen. Meine Runen haben ihre Kraft verloren. Ich denke, den anderen Feuermagien ist es nicht anders ergangen. Ich werde mich aufmachen und versuchen, die alte, wahre Magie zu erlernen. Wovon redest du? Bevor es Runen gab, konnten nur sehr wenige, sehr mächtige Menschen Magie wirken. Das Wissen darum muss irgendwo zu finden sein. Ich werde es suchen. Ich komm mit. Wir sollten getrennt suchen. Finde du Xardas. Wenn einer was über die Magie weiß, dann er. Wir werden uns wiedersehen. Da bin ich mir sicher. Also, viel Glück. Was wirst du jetzt machen? Ich werde mich auf die Suche nach den Rebellen machen. Ich wette mit dir, dass sie noch nicht alle tot sind. Zeig mir, wo sich die Rebellen versteckt halten. Es ist nicht weit von hier. Folge mir. Siehst du? Da sind sie. Ich habe es doch gewusst. Ich kann nur für uns hoffen, dass die Orks dieses Versteck niemals finden werden. Ich werde eine Weile hierbleiben und dann weiterziehen. Lass dich nicht unterkriegen. Wir sehen uns. Wenn du durch die hiesigen Wälder streifst, solltest du äußerst vorsichtig sein. Die Orks haben überall ihre Speer in diesem Gebiet. Erzähl mir etwas über diesen Ort. Du bist hier im größten Rebellenlager an der Küste. Wir nennen es Reddok. Viele königstreue Menschen, die noch nicht von den Orks versklavt wurden, verstecken sich hier. Ich kann nur für dich hoffen, dass du kein Spitzel der Orks bist. Sonst machen wir mit dir kurzen Prozess. Verstehe. Die Orks wissen nichts von diesem Rebellenlager? Wenn die Orks wüssten, dass wir uns hier verstecken, hätten sie uns bestimmt schon getötet. Erzähl mir mehr über euch Rebellen. Wir sind die einzigen freien Menschen in Myrthana, die noch gegen die Orks kämpfen. Unser größtes Problem hier an der Küste sind die Ork-Patrouillen. Letzte Nacht sind sie uns schon gefährlich nahe gekommen. Wo sind diese Ork-Patrouillen? Eine ständig wandernde Ork-Patrouille befindet sich momentan zwischen uns und Ardea. Die zweite hat sich im Osten auf einem Bauernhof zwischen uns und Kap Dunn eingenistet. Wenn wir uns nicht bald darum kümmern, werden sie Redok auf kurz oder lang finden. Was ist mit den Menschen, die für die Orks arbeiten? Die meisten von ihnen sind Sklaven. Es gibt aber auch menschliche Orks-Söldner. Sie dürfen sich in gewissen Grenzen frei unter den Orks bewegen. Ich kann nur hoffen, dass du dich nicht mit ihnen einlässt. Warum soll ich die Orks-Söldner meiden? Menschen, die mit unserem Feind paktieren, sind der Feind. Der Weg des Orks-Söldners ist einfach. Ohne Freiheit und gegen unseren Gott Innos. Ich werde der Ork-Patrouille auf dem Bauernhof einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig! Wenn sie dich für einen Rebellen halten, werden sie dich auseinandernehmen. Ich kümmere mich um die wandernde Ork-Patrouille. Na gut. Pass aber auf, dass sie unser Lager hier nicht finden. Ich komme aus Ardea. Wir haben die Orks aus dem Dorf getrieben. Rede mit Javier. Er weiß schon Bescheid. Einer unserer Speer hat das Ganze beobachtet. Javier ist unten in der Höhle. Der hätte ja ruhig mal helfen können, der Speer. So, wer bist du denn? Was? Ach so. Ich bin etwas schreckhaft. Tut mir leid. Was kann ich für dich tun? Wer bist du? Mein Name ist Sebastian. Ich bin der Alchemist hier in Redok. Du trägst die Kleidung eines Feuermagiers. Vor dem Krieg war ich hoher Magier des Feuers. Es kam der Tag, an dem wir Feuermagier unsere Runenmagie verloren. Und kurz darauf war der Krieg vorbei. Die Robe ist alles, was mir von meiner Würde geblieben ist. Du warst doch gar nicht hoher Magier. Das ist doch eindeutig keine hohe Magierrobe, was du da anhast. Warum habt ihr Feuermagier die Magie verloren? Ich habe schon viele schlaflose Nächte hier verbracht, um diese Frage zu beantworten. Ich weiß nur, dass wir den Orks ohne die Runenmagie nicht mehr viel entgegensetzen konnten. Viele Feuermagier wurden getötet. Und die, die das Fiasko überlebten, flohen in die Wälder. Was wirst du nun tun? Ich werde hier in Redok bleiben und die alten Schriften unserer Vorfahren studieren. Legenden besagen, dass das alte Volk eine eigene Art der Magie besessen hat. Sie war völlig losgelöst von Hilfsmitteln wie unseren Runen, von denen wir unsere Macht bezogen. Erzähl mir mehr über die Magie des alten Volkes. Sicher ist nur, dass es das alte Volk gegeben hat und man ihre alten Artefakte in ihren Ruinen auch heute noch überall finden kann. Der einzige Weg, mehr über ihre Magie zu erfahren, ist, die Geheimnisse dieser Ruinen zu lüften. Alle überlebenden Feuermagier untersuchen das alte Wissen. Erzähl mir etwas über Alchemie. Es ist die einzige Möglichkeit, sich ohne die Magie zu heilen und zu stärken. Ich bin kein Experte, jedoch reichen meine Fähigkeiten aus, Redok mit dem Nötigsten zu versorgen. Erzähl mir mehr über die Artefakte des alten Volkes. Die Orks sind wie besessen auf der Suche nach diesen wertvollen Relikten. Jeder Händler im Land weiß das und wird dir einen entsprechend hohen Preis dafür bieten. Viele Artefakte sind auch für uns Magier von hohem Wert, so wie die Feuerkelche zum Beispiel. Was ist an den Feuerkelchen so Besonderes? Die Feuerkelche sind uralt und gelten als verschollen schon seit vielen Jahren. Es heißt, dass sie mächtige magische Fähigkeiten besitzen. Aber ich bin kein Experte. Wenn du einen Feuerkelch finden solltest, dann bringe ihn zu meinen Ordensbrüdern nach Nordmar. Sie werden dir mehr darüber sagen können als ich. Hallo. Ah, ein neuer Mann. Was machst du hier? Ich kümmere mich um unsere Kampfkraft in Redok. Wir trainieren und versuchen uns, so gut es geht, auf einen Kampf mit den Orks vorzubereiten. Der abgesperrte Bereich da drüben ist unsere Trainingsarena. Ihr bekämpft euch gegenseitig in eurer Arena? Das ist das beste Training, was es gibt. Die Orks sehen das bedauerlicherweise genauso. In fast jeder Stadt haben sie selbst eine Arena. Ein Kämpfer, der Arena-Kämpfe gewinnt, steht bei ihnen hoch im Kurs. Wie läuft das genau mit der Arena? Du forderst jemanden zum Kampf und steigst mit ihm in die Arena. Sobald ihr die Arena betreten habt, geht's los. Das ist alles? Nicht ganz. Es gibt zwei Regeln. Erstens. Derjenige, der die Arena im Kampf verlässt, hat verloren. Zweitens. Wenn einer am Boden liegt und nicht mehr aufsteht, ist der Kampf vorbei. Wer nachtritt oder den Gegner tötet, wird von allen dafür zur Rechenschaft gezogen. Verstehe. Hey, du siehst aus, als könntest du ein paar Schläge vertragen. Kleines Kämpfchen in der Arena, gefällig? Du willst dich mit mir schlagen? Nicht im Ernst. Du bist hier unter Freunden. Wir Menschen müssen gegen die Orks zusammenhalten. Ich brauche Training und du siehst aus, als wärst du ein ebenbürtiger Gegner. Steig mit mir in die Arena. Alles klar. Dann zeig mal, was du kannst. Ja. Okay, auf Mittel ist es kein großes Ding. Kämpfe mit mir in der Arena. In Ordnung, aber vergiss nicht, dass es nur ein Trainingskampf ist. Wir sehen uns in der Arena. Und dann kann man sowas machen, wenn man sie dann umhaut. Aber, ja. Also, Todspam ist halt mindestens genauso effektiv, wenn nicht effektiver. Du bist neu hier, was? In letzter Zeit sind viele Flüchtlinge zu uns nach Redog gekommen, aber dein Gesicht kenne ich nicht. Hast du hier das Sagen? Ich bin der Erfahrenste hier, wenn es um den Kampf gegen die Orks geht. Ich schätze, das macht mich zu einer Art Anführer des Rebellenlagers. Du trägst die Rüstung eines Paladins. Ich war ein Paladin, bevor die Orks den Krieg für sich entschieden. Ich habe in der letzten Schlacht um die Hauptstadt Vengard für den König gekämpft. Jetzt bin ich genauso ein Flüchtling wie all die anderen hier. Wie kann ich euch unterstützen? Es gibt viele Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Du musst nur mal herumgehen und die Jungs fragen, die hier sind. Wir müssen uns rüsten für die Revolution in Kap Dún. Ich brauche Waffen. Die brauchen wir auch. Da gibt es nur leider ein kleines Problem. Unser letzter Schmied ist im Kampf gefallen. Seitdem steht unsere Schmiede leer. Wenn du jemanden kennst, der seine Stelle einnehmen würde, dann schick uns den Mann. Was weißt du über Xardas? Nicht mehr als jeder andere auch. Er ist mit den Orks im Bund, heißt es. Wenn du etwas rausfinden willst, versuch's mal bei ihren Schamanen. Das Problem ist nur, sie dazu zu kriegen, dass sie sich überhaupt mit einem Menschen einlassen. Erklär mir die Sache mit der Revolution. Die Städte von Myrtana werden von den Orks regiert. Jedoch befinden sich einige von uns Rebellen innerhalb der Städte und halten sich im Hintergrund. Wenn die Zeit gekommen ist, mobilisieren sie die Sklaven und freien Menschen für die Revolution. Du musst diese Untergrundrebellen finden und ihren Anweisungen folgen, wenn du uns unterstützen willst. Wir haben die Orks aus Erdea vertrieben. Dir haben wir das also zu verdanken. Gute Arbeit. Ab jetzt kümmern sich unsere Leute darum. Wenn du uns helfen willst, ich habe andere Aufgaben für dich. Denn wir wollen hier auf diesen Bauernhof. Wir reden mal mit dem Cliff. Mach keinen Unsinn, Franda. Sonst werden uns die Orks bestrafen. Was machst du hier? Ich bin Sklave der Orks. Ich arbeite für sie als Holzfäller auf dem Hof hier. Schuft ihr mit den Rücken krumm. Dabei bin ich doch Schmied. Verdammt nochmal. Aber als Schmied zählst du bei den Orks nicht viel. Wenn du nur ein Mensch bist. Du bist Schmied. Kannst du mir das Schmieden beibringen? Tja, wie denn? Ohne Schmiede? Tut mir leid, aber da verlangst du zu viel. Besorg mir eine Schmiede ohne Orks und ich zeig dir, was ich kann. Verstehe. Ich werde dich befreien. Red keinen Unsinn. Die Orks werden dir das Fell über die Ohren ziehen. Was suchst du hier, Mora? Solltest du nicht besser auf den Feldern arbeiten? Ich will für dich hoffen, dass du schon einen Besitzer hast. Denn sonst gehörst du jetzt mir. Ich bin gekommen, um dich zum Zweikampf zu fordern. Ganz schön anmaßend von dir, kleiner Mann. Aber wie du willst. Du sollst deinen Kampf haben. Niemand besiegt mich, Mora. Ja, also es ist immer noch am effektivsten, die Gegner einfach niederzuknüppeln. Einfach tot spammen. Du hast dich gut geschlagen, Mora. Was soll dein Preisgeld sein für den gewonnenen Kampf? Ich will euren Sklaven da draußen haben. Der ist nicht so viel wert wie ein erfolgreicher Kampf, Mora. Du enttäuschst mich. Aber wenn du ihn willst, sollst du ihn haben. Und jetzt geh, ich hab zu tun. Du gehörst jetzt mir. Was? Wirklich? Wie hast du das gemacht? Frag besser nicht. Die Rebellen in Redok brauchen einen Schmied. Das ist ja wunderbar. Endlich kann ich wieder als Schmied arbeiten. Aber ich weiß doch gar nicht, wo dieses Redok zu finden ist. Ich bring dich zu Javier, dem Anführer in Redok. Vielen Dank, Fremder. Sag Bescheid, wenn es losgeht. Bring mir etwas über alte Magie bei. Ich will schneller lernen. Natürlich willst du das. Du bist ein wissbegieriger Mann. Also nutze deine Zeit. Und nutze deinen Kopf. Du hast ihn nicht nur zum Tragen eines Helms. Cliff ist Schmied und wird ab jetzt für euch arbeiten. Das hast du gut gemacht, Fremder. Jetzt können wir unseren Waffenvorrat wieder aufstocken. Vielen Dank, Fremder. Das werde ich dir nie vergessen. Nimm dies hier von mir als Zeichen meiner Dankbarkeit. Nur um euch mal einen ganz kurzen Einblick zu geben, wie krass früher Gothic 3 war, als es rauskam, beziehungsweise wie krass mein PC war, als ich hier bei Jäger Jens war. Also als ich hier angekommen bin, das erste Mal, als ich Gothic 3 spielte. Da habe ich den hier so irgendwie entdeckt und kam dann hier so an. Dann stand ich ungefähr, ja, wahrscheinlich so ungefähr hier. Und dann habe ich ihn angesprochen. Wir sind selten geworden, seit die Orks hier sind. Hast du dich verlaufen oder bist du auf dem Weg ins Dorf? Und jetzt ist ja hier die Frage, welches Dorf? Und das ist ja offensichtlich hier hinten ein Dorf. Hier sind ja so Dächer zu sehen und hier so eine Alisade oder so. Und da ist sogar ein Sklave, den man schon arbeiten sieht hier. Das hat man aber früher auf meinem Rechner alles nicht gesehen. Ich glaube, dieser Baum hier war das weit entfernteste, was man sehen konnte. Und ich stand hier und dachte, hä, worüber redet er? Und dann habe ich gefragt, welches Dorf? Weil ich nicht wusste, weil ich es nicht gesehen habe. Man sieht ja hier, glaube ich, sogar den... Ja, das müsste der Leuch... Also hier hinter dieses Helle, das müsste der... Oder ist es der Baum hier, den man da sieht? Ich glaube, das ist der Leuchtturm von Kap Drun, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ja, also wir wollen auf jeden Fall ins Dorf. Ja, kann ich das. Aber was habe ich davon? Was verlangst du? Bring mir zehn Wolfsfälle, die ich verkaufen kann. Die Orks in Kap Dún haben Massen davon. Anschließend zeige ich dir, wie man jagt. Oho, ein neues Gesicht. Ich bin Söldner. Mein Name ist Silas. Ich bin... Eine weitere arme Sau, die versucht klarzukommen. Ich kenne das. Ist bei uns allen gleich. Melde dich bei Buffond. Vielleicht hat er Arbeit für dich. Wenn ich Glück habe, bekommst du meinen Job. Hier, das dürften dann alle Wolfsfälle sein. Lass mal sehen. Ziemlich gute Qualität. Dafür kriege ich sicher einen guten Preis. Wenn du willst, bringe ich dir bei, wie du jagst. Hey du. Du siehst aus, als könntest du ein paar Goldmünzen nebenbei gut gebrauchen. Wer bist du? Ein Diener Belyars, ein Assassine. Ich komme aus dem Süden, jenseits eurer Grenzen. Ich bin in euer Land gekommen, um den Orks meine Dienste als Sklavenjäger anzubieten. Du versklavst Menschen für die Orks? Das ist eine Arbeit wie jede andere auch. Erst kürzlich habe ich den Orks sogar einen echten Paladin verkauft. Du hast deinen Paladin an die Orks verkauft? Er sitzt oben im Leuchtturm und wird von den Orks verhört. Hier habe ich angemessen Gold für ihn bekommen. Seine Ausrüstung allerdings war nichts wert. Eine kaputte Rüstung, einen wertlosen Kelch und ein bisschen Kleinkram. Wo ist die Ausrüstung des gefangenen Paladins jetzt? Bei Urkrass. Lumpige 50 Goldstücke hat er mir dafür gegeben. Was ist los? Noch nie jemanden Schweinescheiße schippen sehen oder was? Und lass das dämliche grinsen, klar? Ehrlich gesagt sehe ich auch jetzt niemanden Schweinescheiße schippen. Aber okay. Warum machst du nicht etwas anderes als Scheiße schippen? Warum wohl? Die Orks haben mich dazu verdonnert. Ich habe dir gesagt, du sollst das dämliche grinsen lassen. Du warst nicht immer ein Schweinehirt, oder? Wer ist schon das, was er vor dem Krieg war? Frag doch mal alle Menschen, die noch nicht aufgegeben haben. Ich gehörte zur Miliz dieser Stadt vor dem Krieg. Enos weiß, was ich für die gute alte Zeit alles geben würde. Du gehörst zum Untergrund der Rebellen. Rebellen? Dieses Wort ist mir zuwider. Wir sind einfache Bürger, die sich nicht in ihrem eigenen Land unterwerfen lassen wollen. Wie kann ich euch unterstützen? Das Leben hier draußen ist nicht ungefährlich. Also, wen soll ich töten? Nein, du sollst uns Waffen besorgen. Nichts Besonderes. Einfach drei Bündel Waffen. Wann steigt die Revolution? Alleine schaffen wir das nicht. Die Orks sind in der Überzahl. Ein ziemlich starker Paladin namens Wenzel wird oben im Leuchtturm gefangen gehalten. Mit seiner Unterstützung würde ich das Wagnis eingehen, die Orks hier in Kapdun anzugreifen. Javier schickt mich. In Redog warst du also auch schon. Gut zu wissen, dass es Redog überhaupt noch gibt. Danke für die Nachricht. An deiner Stelle würde ich direkt wieder verschwinden. Warum? Hier ist nichts los, Mann. Kein Gold, keine Frauen und der Schnaps ist auch ständig alle. Kannst du dir das vorstellen? Nachtwache ohne Schnaps? Das Einzige, was für Abwechslung sorgt, sind die Arena-Kämpfe oben am Turm. Was würdest du lieber machen, als Nachtwache schieben? Einen ordentlichen Kampf mit der Banditenplage ausfechten wäre genau das Richtige. Was genau meinst du? Noch nie von Ortega gehört? Er ist der Boss der Banditen in der Küstenregion. Ziemlich harter Haufen, diese Banditen. Würde da gerne mal aufräumen. Hast du noch den Krempel vom gefangenen Paladin? Ja, viel unnützes Zeug und einen merkwürdigen Kelch. Kann ich den Kelch haben? 100 Goldstücke. Verkauf mir den Kelch vom gefangenen Paladin. Hier. Ich kann damit sowieso nichts anfangen. Bring mir was über die Jagd bei. Ich kann ja mal nur weiter so, nur weiter so. So, so, so. Und dann anschleichen. Wie kann ich mich an Wildtiere heranschleichen? Das ist schon was anderes, als sich an Menschen heranzuschleichen. Die Pirsch macht es überhaupt erst möglich, in die Reichweite eines Wildtieres zu kommen. Schleich dich immer von hinten an. Und glaube ja nicht, dass die Tiere dich nicht wittern können. Kommst du zu nahe, ist es vorbei. Also ist die beste Waffe für die Jagd immer noch der Bogen. Weiter so. Das ist schon mal. Zeig mir, wie ich den Bestien Zähne, Krallen und Hörner abnehme. Ramm dein Messer tief in das Fleisch und lege die Trophäe frei. Wenn du tief genug bist, dann hebelst du sie heraus. Gut so. Wie kann ich den Viechern das Fell abnehmen? Schneid die Beute auf und zieh das Fell mit einem Ruck ab. Wichtig ist vor allem, immer von hinten nach vorne. Wenn du den Bogen einmal raus hast, ist es kein Problem. Ja, Bogen. Verstehe ich wie ein Jäger. Haha. Bring mir was über die Jagd bei. Zeig mir, wie ich Reptilien heute abziehe. Die meisten Reptilien sind zähe Mistviecher. Wenn du die Haut lösen willst, schneide sie vorsichtig an. Dann ziehst du sie von hinten nach vorne ab. Aber mach es ganz langsam. Du musst vor allem darauf achten, dass die Scheiße nicht absplittert. Du kommst schon zu spät. Es ist alles weg. Was ist dein Problem? Sieh dir den Schlamassel auf der Straße an. Die Banditen haben mir alles genommen. Verflucht seinen Ortega und seine Schweinebande. Was haben sie dir gestohlen? Ich war auf dem Weg nach Ardea mit fünf Kisten Lampenöl. Ortegas Banditen haben alle Kisten mitgenommen. Ohne das Öl bin ich ruiniert. Ich besorgte dein Lampenöl zurück. Schüren nicht noch die Hoffnungen eines verzweifelten Mannes. Aber wenn du sie wirklich findest, sollte es nicht ein Schaden sein. Was wirst du jetzt tun? Keine Ahnung. Ich warte auf ein Wunder. Oder noch besser, auf die nächste Org-Patrouille, die mich in die Minen schickt. Dieser Ortega. Was ist das für ein Typ? Ortega schert sich weder um die Orgs noch um irgendjemand anderen. Er ist der Schrecken der ganzen Küstenregionen. Seine Banditen morden und klauen, was das Zeug hält. Jemand sollte ihm mal gehörig den Arsch versohlen, wenn du mich fragst. Wo ist dieser Banditenboss Ortega jetzt? Das Schwein hält sich versteckt in irgendeiner Räuberhöhle hier an der Küste. Wenn ich wüsste, wo, würde ich die Orgs auf ihn netzen. Verstehe. Hey, warte mal. Was willst du? Dich warnen. Im Osten Vengard sitzen Orks. Eine Menge Orks. Na und? Die sind nicht gerade entspannt, verstehst du? Die warten nur auf eine Gelegenheit zu kämpfen. Wenn die dich sehen, bist du Futter. Du lebst ganz allein hier draußen? Warum nicht? Ich habe keine Lust, mich von den Orks versklaven zu lassen. Die Banditen lassen sich auch nicht verarschen. Sie greifen alles an, was sich ihnen nähert. Aber wo du auf keinen Fall hingehen solltest, ist die Hauptstadt Vengard im Norden. Alter, da kamtiert ein ganzes Heer. Ich würde nicht zu nah an sie rangehen, wenn ich du wäre. Verstehe. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Bring mir bei, schwere Schlösser zu knacken. Verstehe. Du willst an die wirklich wertvollen Sachen. Halte den Dietrich nur mit den Fingerspitzen. Dann hast du mehr Gefühl. Am Geräusch kannst du erkennen, ob du den Schließmechanismus in die richtige Richtung drückst. Da greifen wir jetzt einfach mal die Oga an und gucken, was passiert. Gut. die hatte ich vorher nicht und die habe ich jedes mal bekommen so wie ich versucht habe das spiel zu laden also da war halt wirklich irgendwas irgendwas defekt einfach ich weiß nicht was weil ich hatte ja wie gesagt nichts geändert an den an den spieldateien also wirklich nichts mein tagebuch im bade für gasto notiz zettel auf der truhe und die piratenkleidung endlich haben wir eine rüstung die ist aus rosen 1 die hatte kapitän romanov glaube ich an alchemie plus zehn euro das ist ja nett spricht was dagegen das jetzt zu lesen hier steht was über alchemie ich glaube das haben wir bekommen weil wir bei constantino in der lehre waren lass uns banditen jagen geben einen besuch abstatten die sau muss irgendwo hier in der küstenregion seine räuberhöhle haben Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was denn? Wirklich? Schade. Und ich dachte, jetzt geht's richtig los. Naja, dann werde ich mal wieder Nachtwache schieben. War mir ein Vergnügen. Mach's gut. Der Banditenboss Ortega ist tot. Tatsächlich? Das sind doch mal gute Neuigkeiten. Die Orks sind schon schlimm genug, da brauchen wir nicht auch noch Banditen. Hier hast du dein Lampenöl. Wirklich? Danke, Franda. Das werde ich dir nie vergessen. Nimm dies als Dank für deine selbstlose Tat. Ich werde sofort nach Ardea aufbrechen, bevor mir mein Öl wieder gestohlen wird. Ich würde sagen, wir sprechen mal mit dem Anführer hier. Das ist Bufford. Du bist neu hier, oder? Bist du gekommen, um für die Orks zu arbeiten? Hast du ihr das Sagen? Ja, aber auch nur bei den Söldnern. Die Orks sind die Herren der Stadt. Aber als Söldner der Orks lässt er sich eigentlich recht gut an ihrer Seite leben. Was ist mit dir? Einen starken Kerl wie dich kann ich brauchen. Was wäre, wenn ich mich den Söldnern anschließen möchte? Gut, pass auf. Dein Ansehen bei den Orks ist deine härteste Währung. In jeder Stadt des Reiches sitzt ein Ork ganz an der Spitze. Hier in Kap Dunen ist es Uruk. Wenn du die Orks dazu bringst, dass sie dich mit dem obersten Ork reden lassen, dann hast du es geschafft. Ich hab gehört, du bist jetzt Champion der Arena. Respekt. Der Probiantmeister Deckard freut sich über die Tränke. Gut gemacht. Der Alchemist ist sehr zufrieden mit dir. Nicht schlecht. Gamals Sklave ist wieder da. Er hat nur Gutes über dich zu berichten. Jens, der Jäger meint, du bist zu gebrauchen. Was hast du zu tun für mich? Vor der Stadt streuen eine Menge hungriger Wölfe herum. Sie fressen schon mal gerne ein paar Sklaven. Das sehen die Orks gar nicht gerne. Wie steigere ich mein Ansehen bei den Orks? Mach dich nützlich. Zeige den Orks, dass du es drauf hast. Obwohl du nur ein Mensch bist. Ganz einfach. Irgendwann wirst du von ganz allein zu Uruk vorgelassen. Ich werde deine Taten beobachten. Du hast den baditen Ortega erledigt. Das war eine große Leistung. Dafür bekommst du von mir noch extra Gold. Die hungrigen Wölfe sind Geschichte. Du hast dich um die Wölfe gekümmert? Gar nicht mal so schlecht. Hier, hast du deinen Sold. Sind die Orks zufrieden mit mir? Du hast es geschafft. Du bist für die Orks kein Unbekannter mehr. Jetzt kannst du dich frei in der Stadt bewegen. Geh gleich zu Uruk. Er will mit dir sprechen. Einer der Schweinehirten gehört zu den Rebellen. Das mag sein, aber ich hab schon genug Probleme. Am besten du sagst es dem Orkanführer Uruk selbst. Bin mir gerade nicht sicher, aber... Geronimo... Uiuiui, das wird eng. Äh, doch nicht. Alles gut. Ja, da haben wir Akrobatik gelernt. Moment mal. Dich hab ich hier noch nie gesehen. Du bist den Orks doch nicht etwa durch die Lappen gegangen. Nimm den Mund nicht so voll. So, so. Du meinst, ich hätte Angst vor dir, was? Ich werde dich schon zur Arbeit bringen. Du meldest dich innerhalb von drei Tagen bei Marek, dem Anführer der Orksöldner in Montera. Sonst gibt's Ärger, klar? Wie komme ich nach Montera? Wenn du den Weg rauf Richtung Norden nimmst, bist du zwar schneller da, wirst aber garantiert von Banditen überfallen. Besser für dich, wenn du den Weg Richtung Westen gehst. Der ist länger, aber dafür ungefährlicher. Ja, verstehe. Wenn du mit Porgam sprichst, behandle ihn mit Respekt. Sonst kriegst du es mit mir zu tun. Wer bist du? Ich bin Waldläufer und Kampflehrer. Mein Name ist Arrakos. Ich bin Leibwache des Druiden Porgam. Also denke erst und handle dann. Verstanden? Was ist das für ein Ort hier? Ein Ort der Verwüstung und Hoffnungslosigkeit. Dieses Tal war einmal das größte Dorf der Waldläufer von Murtana. Die Menschen kamen von überall her und labten sich an den heilenden Händen unseres Druiden Porgam. Was ist hier passiert? Die Orks haben unser Dorf zerstört und alles gestohlen, was zu finden war. Ich bin einer der wenigen Überlebenden dieses Fiaskos. Verdammt seien alle, die sich an den Pflanzen und Geschöpfen Adanos vergreifen. Ihr führt Krieg gegen die Orks? Wir Waldläufer sind ein friedliebendes Volk. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Druiden zu dienen und sie zu beschützen. Diese elenden Orks jedoch sind mit dem Schwert des Krieges über uns gekommen. Und nun holen wir uns zurück, was uns gehört. Nicht mehr und nicht weniger. Verstehe. Wo sind die Orks jetzt, die das hier angerichtet haben? Sie haben sich in die großen Städte von Murtana zurückgezogen. Unerreichbar für uns. Alles, was von ihnen noch da ist, ist eine kleine Ork-Patrouille im Norden, die uns beobachtet. Kannst du mich das Kämpfen lehren? Nicht, bevor ich dich nicht besser kenne, Fremder. Ich weiß ja nicht, ob du dein neu erlerntes Wissen gegen mich richtest. Adanos, sei mit mir. Was kann ich für dich tun, Wanderer? Ich schätze, du hast das Sagen hier. Ich bin kein Herrscher. Meine Kinder, die Waldläufer, sind aus freien Stücken bei mir, Wanderer. Ich bin ein Wahrer der Schöpfung. Wir Druiden sind Wächter der Welt und ihrer Natur. Unsere Macht beziehen wir aus der Kraft der Geschöpfe Adanos. Kannst du mich heilen? Das kann ich, Wanderer. Komm an mein Feuer und ich lindere deinen Schmerz. Welches Geschöpf ist die Quelle deiner Macht? Mein Druidenstein hält die Kraft des Keilers inne. Doch leider ist mir mein Stein von den Orks gestohlen worden, Wanderer. Mehr als beunruhigend, ihn in der Hand dieser närrischen Geschöpfe zu wissen. Lass uns die Ork-Patrouille aufmischen. Ich würde nichts lieber tun als das. Doch weiß ich nicht, ob wir stark genug dafür sind. Wir machen das schon. In Ordnung. Du scheinst zu wissen, wovon du da redest. Ich bin bereit. Folge mir. Führ Porgar. Das kann doch nicht sein. Warum bist du denn jetzt schon wieder verreckt? Das kann doch nicht sein. Warum? Bin ich gut oder bin ich gut? Junge, er war fast schon wieder tot. Orks sind Adanos Geschöpfe. Wie du und ich. Wir sollten uns achten und nicht bekämpfen. Die Ork-Patrouille ist erledigt. Ich danke dir für deine Hilfe, Fremder. Hier, nimm. Ich gebe dir etwas mit auf den Weg. Möge Adanos Licht alle Wege erhellen, die du beschreiten wirst. Wenn du willst, können wir ja auch noch ein bisschen trainieren. Heile meine Wunden. Adanos Licht erleuchte diesen Körper. Ich habe deinen Droidenstein gefunden. Dank dir, Wanderer. Aber ich sehe, er ist blass und kraftlos. Wenn er seine alte Macht wieder erlangen soll, muss er wieder aufgeladen werden. Kannst du den Droidenstein wieder aufladen? Das kann ich. Doch fehlt es mir an Zutaten für die Prozedur der Erneuerung. Du hast mir den Stein zurückgebracht, Wanderer. Wenn du mir hilfst, ihn wieder aufzuladen, werde ich meine Kraft mit dir teilen. Ich helfe dir bei der Suche nach Zutaten für deinen Droidenstein. Sehr gut. Ich brauche 20 Steinwurzeln. Sie wachsen nur an Orten großer Feuchtigkeit. Du wirst sie ausschließlich an Flussbetten finden. Viel Erfolg. Hier, deine Steinwurzeln. Gute Arbeit, Wanderer. Nun kann ich den Droidenstein wieder aufladen. Für die Dienste, die du mir erwiesen hast, werde ich meine Kraft mit dir teilen. Nimm meinen Droidenstein und verwahre ihn besser, als ich dazu imstande war. Für den König! Du bist ganz schön mutig. Was meinst du? Mit dem Spruch kommst du nicht weit, bei der von Orks besetzten Gegend hier. Uns Rebellen erkennt man sowieso auf 1000 Meter Entfernung. Du solltest uns mit ein wenig mehr Respekt behandeln, sonst wird es dir wie den Wüstenhändlern ergehen. Von welchen Wüstenhändlern sprichst du? Wenn du die Straße nach Westen folgst, kannst du noch ihren alten Kram liegen sehen. Wir haben sie ausgenommen und in die Flucht geschlagen. Wo sind diese Wüstenhändler jetzt? Sie sind nach Montera gelaufen. Wäre besser für sie, wenn sie da auch bleiben. Was machst du hier? Ich warte auf eine Nachricht von unserem Mann in Montera. Euer Mann? Wir haben einen Mann bei den Söldnern eingeschmuggelt. Er soll herausfinden, wann der richtige Moment ist, eine Revolution zu starten. Erzähl mir mehr über euren Spitzel bei den Söldnern. Nur weil du mich noch nicht getötet hast, bedeutet das nicht, dass ich dir vertraue. Das wäre zu einfach. Ihr habt die Wüstenhändler ausgeraubt? Und wie wir das haben. Doch bevor du auf dumme Gedanken kommst, wir haben schon alles nach Okara gebracht. Erzähl mir mehr über Okara. Darüber wirst du noch früh genug etwas erfahren, glaub mir. Ich will bei euch mitmachen. Dann beweise es. Seit einigen Tagen lungert so ein dämlicher Söldner bei unserem Treffpunkt herum. Der Kerl stört unsere Kontakte untereinander. Mach, dass er verschwindet. Verschwinde, du Wurm! Kleine Pause, hä? Solltest du nicht besser auf Sklaven aufpassen oder sowas? Was interessiert dich das? Lass mich in Ruhe! Geh wieder an die Arbeit oder ich mache Meldungen bei deinem Vorgesetzten. Tatsächlich? Uh, da krieg ich ja richtig Angst. Verschwinde einfach, du Spinner! Der Hügel hier ist zu klein für uns beide. Ach ja? Und was willst du jetzt dagegen unternehmen? Mach hier nicht so ein Aufsehen. Oder willst du, dass die Orks uns entdecken? Was ist deine Aufgabe? Ich suche nach einem Weg, die Sklavenlagerwachen zu beseitigen. Um den Sklaven zu helfen. Doch leider schlagen die Orks gleich Alarm, wenn sie etwas Verdächtiges bemerken. Im offenen Kampf mit ihnen haben wir keine Chance. Es sind einfach zu viele. Ihr Rebellen haltet euch gefährlich nahe der Stadt auf. Wenn wir könnten, würden wir den ganzen Laden stürmen. Leider sind die Orks in der Überzahl. Wir würden es wahrscheinlich nicht mal bis zu den Tempelanlagen schaffen. Wir haben ja schon einen unserer Männer bei den Orks-Seltern eingeschleust. Aber der scheint irgendwie zu pennen. Zu viele Orks im Sklavenlager? Das kann man ändern. Wie denn, du Schlaumeier? Wenn die Sklavenlagerwachen alle auf einmal angestürmt kommen, sind wir geliefert. Man müsste sie einzeln zu fassen kriegen. Wer ist euer Spitzel bei den Söldnern? Wenn ich dir das sage, kann ich mich ja gleich den Orks stellen. Du musst mir schon beweisen, dass ich dir vertrauen kann. Wo ist das Problem mit eurem Spitzel bei den Söldnern? Wir haben der Stadt in letzter Zeit sehr geschadet. Die Orks haben nichts bemerkt. Aber die Söldner sind vorsichtiger geworden. Ich vermute, dass sich unser Spitzel deshalb zurückhält, um nicht enttarnt zu werden. Ich lass mir was einfallen, um die Sklavenlagerwachen herauszulocken. Pah, die Orks können zwar besser mit Echsen umgehen als mit ihrem Verstand, aber dumm sind sie auch nicht. Wart's ab. Na, das kann ja was geben. Was willst du, Mora? Einer eurer Sklaven ist weggelaufen. Was? Wohin? Den Weg runter Richtung Süden. Ich werde mich gleich darum kümmern. Weg mit der Waffe! Dein Boss sucht dich. Was will er denn jetzt schon wieder? Keine Ahnung, frag ihn selbst. Wo ist er denn? Er wartet auf dich, ein Stück den Südweg runter. In Ordnung, ich gehe. Ah, stirb! Dem hast du's gezeigt! Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Ganz schön harte Brocken, diese Orks. Wenn sie bloß nicht so kräftig wären. Wir müssen weitermachen, bis Montera fällt. Eine andere Chance haben wir nicht. Kannst du jagen? Ich bin ein Ork. Klar kann ich jagen. Naja, ich weiß ja nicht. Ich werd's dir beweisen, du Grünschnabel. Na schön, den Südweg runter hab ich ein paar große Reptilien gesehen. Die schnapp ich mir. Na, dann pass mal gut auf. Mora. Stirb! Ich hab... Naja, vielleicht sind die Orks doch nicht so clever, wie ich gedacht habe. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich brauche deine Hilfe bei einem ziemlich großen Reptil da hinten. Ha, du Schwächling! Wo ist das Vieh? Ein paar Meter den Südweg entlang. Aus dem Weg? Lass mal den Meister ran! Dicke Schatz, eh Mann! Die Sklavenlagerwachen sind weg. Sehr gut. Dann ist bald der richtige Zeitpunkt gekommen, um die Stadt zu stürmen. Weiter so, Kollege. Du kannst bestimmt ein paar Goldstücke gebrauchen, was? Wer ist euer Spitzel in Montera? Er wird sich dir zu erkennen geben, wenn du ihm unser Passwort sagst. Es lebe Okara. Ist das Passwort. Ach was. Frag besser nicht. Das war nicht meine Idee. Verstehe. Erzähl mir mehr über Okara. Okara ist unser Rebellenhauptquartier. Es liegt nördlich von Montera. Du solltest dort mal vorbeischauen. Männer wie dich können wir gut gebrauchen. Ah, ein neuer Mann. Du kommst gerade recht. Was machst du hier? Ich passe auf die Sklaven auf. Aber bei den beschissenen Bedingungen macht es keinen Spaß, sag ich dir. Ständig gibt's was Neues hier. Nachschubsschwierigkeiten. Sklaven hauen ab und was weiß ich noch alles. Verdammte Scheiße nochmal. Ich will doch nur meine Ruhe haben. Brauchst du Hilfe? Für mich sehen diese ausgemergelten Gestalten alle gleich aus. Ich blick da langsam nicht mehr durch. Du solltest dir die Burschen mal genauer ansehen. Und mir sagen, wer ausgetauscht werden soll. Meine Fresse, ich schufte mir hier den Arsch ab. Hoffentlich kommt bald mal die Ablösung. Was ist dir eine kleine Pause wert? Oh Mann, ich geb dir alles, was ich habe, wenn du mich hier rausholst. Na gut, was hast du denn? Ich hab dieses Artefakt hier gefunden. Einen seltsamen Kelch. Den würde ich dir überlassen. Hm, du hast einen Kelch gefunden, sagst du? Einen Feuerkelch? Was weiß ich denn? Ich kenn mich doch nicht mit den Dingern aus, Mann. Geh zum Viehhof. Danke, Mann. Ich bin schon unterwegs. Moment, du hast noch was vergessen. Ach ja. Hier hast du den Kelch, den ich gefunden habe. Schönen Tag noch, Mann. Hast du dich verlaufen? Ich schätze, die Orkwachen am Burgtor stehen da nicht umsonst. Allerdings nicht. Komm nicht auf die Idee, einfach so in den Burghof zu rennen. Die Orks greifen jeden im inneren Bereich der Burg an, den sie nicht kennen. Das heißt? Das heißt, dass du dich um die Stadt verdient gemacht haben musst, damit sie dich für unbedenklich halten. Erst dann darfst du dich frei unter ihnen bewegen und ihren Anführer sprechen. Ganz einfach. Hm, kommt mir bekannt vor. Wer bist du? Ich bin Marik. Ich bin der Anführer und Ausbilder der Söldner in Montera. Wenn du hier Scheiße baust, fällt das auf mich zurück. Und das ist schlecht für dich, verstanden? Ein ziemlich unfreundlicher Söldner namens Dominik meint, ich soll mich bei dir melden. Ah ja, sagt er das? Nun gut, jetzt bist du ja hier. Hast du was zu tun für mich? Für einen Söldner gibt es hier in Montera immer was zu tun. Aber für dich habe ich eine ganz spezielle Aufgabe. Dein Gesicht ist nicht so bekannt in der Stadt. Das ist dein Vorteil. Wie das? Ich kann dich gegen meine eigenen Leute einsetzen, ohne dass es auf mich zurückfällt. Du misstraust deinen eigenen Leuten? Wundert dich das? Sieh dich doch mal um. Jeder von diesen Schwachköpfen hat nur seinen eigenen Vorteil im Hirn. Würden wir mit den Orks besser zusammenarbeiten, würde es uns allen besser gehen in Myrthana. Verstehe. Ich soll als Spitzel für dich arbeiten. Ach komm, bist du dir dafür etwa zu schade, oder was? Ich schätze, du hast keine andere Wahl. Gut. Ich werde für dich arbeiten. Gute Entscheidung. Dann lass uns keine Zeit verschwinden. Okay, wie genau läuft die Sache mit dem Spitzeljob? In letzter Zeit geschehen immer häufiger seltsame Dinge in Montera und auf den Bauernhöfen. Waren werden gestohlen, Sklaven verschwinden, Bauern werden überfallen und andere Schweinereien. Das alles stinkt mächtig nach Rebellen und Verrat. Du sollst herausfinden, auf welchen meiner Männer ich mich verlassen kann und auf wen nicht. Als Lohn dafür bekommst du Gold und Ansehen. Und kannst bei mir das Kämpfen lernen. Ich warte derweil in meiner Hütte am Besteingang der Stadt. Wie soll ich die Loyalität deiner Männer prüfen? Keine Ahnung. Sprich mit ihnen. Arbeite für sie. Freunde dich mit ihnen an. Wie du das anstellst. Ist dir egal, schon klar. Ich werde sehen, was ich tun kann. Weißt du was von Xardas? Ja. Er hat den Krieg zum Stillstand gebracht. Das mit der Runenmagie war ein guter Plan. Ein kluger Mann. Ich bin froh, dass er nicht zu meinen Feinden zählt. Du scheinst Xardas zu mögen. Mögen, ist zu viel gesagt. Dafür weiß ich zu wenig über den dunklen Magier. Aber ich mag den Gedanken, den ewigen Streit zwischen Orks und Menschen endlich zu beenden. Xardas scheint der Schlüssel dazu zu sein. Er hat etwas Großes vor mit den Orks. Das beruhigt mich nicht. Wie auch immer. Bei allem, was ihm nachgesagt wird, ist Xardas am Ende auch nur ein Mensch. Wo finde ich Xardas? Ich weiß nicht, wo der Magier seinen Sitz hat. Angeblich sollen nur die Orks-Schamanen seinen wirklichen Aufenthaltsort kennen. So viel ich weiß, befinden sich in Geldern und Silten einige der bedeutendsten Schamanen der Orks. Aber genau weiß ich das natürlich nicht. Ich bin nur ein Mensch. Einer deiner Jungs drückt sich vor der Arbeit. Lass mich raten. Trano schon wieder, stimmt's? Das war das letzte Mal. Geh und sag ihm, dass ich seinen Soll kürze. Bradley nimmt die Sklaven aus. Ich weiß. Die Sklaven zahlen Gold, um auf die Austauschliste zu kommen. Und dieses Gold drückt Bradley anschließend bei mir ab. Bist du dir sicher, dass du auch alles von dem Gold zu sehen bekommst? Nein, bin ich nicht. Ich müsste mir diese Liste mal ansehen. Dieses faule Schwein schuldet mir immer noch den Erlös für seinen Hof. Sag ihm, er soll dir das Gold geben, sonst reiß ich ihm den Kopf ab, klar? Marik hat dein Soll gekürzt. Ich wusste, dass du mich verpfeifen würdest, du Drecksack. Das merke ich mir. Also arbeitest du jetzt wieder, oder was? Reg dich ab. Ich gehe ja schon, du Spinner. Euer Treffpunkt ist sauber. Du bist gut, Mann. Jetzt ist die Situation nicht mehr ganz so aussichtslos. Was ist jetzt mit eurem Kontaktmann in Montera? Wer es genau ist, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass er uns ein Zeichen schicken wollte, wenn es so weit ist, loszuschlagen. Seitdem warten wir hier wie die Idioten. Verstehe. Was ist mit der Hütte neben deinem Haus? Die alte Bretter, Bruder, meinst du? Du kannst sie haben, wenn du willst. Da wohnt schon ewig niemand mehr. Bist du auch gekommen, mich zu verhöhnen? Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Sieh mal an. Du weißt doch gar nichts von meinem Glück. Ich komme aus der Wüste und habe mit meiner Karawane das Land durchreist. Die verfluchten Hunde von Rebellen haben mich vor der Stadt überfallen und mir alles genommen. Was hast du dabei gehabt? Wertvolles, seltenes, kostbares, Artefakte und Geschmeide. Es ist ein Jammer, wenn ich wenigstens noch meine alte Goldschatulle hätte. Sie ist für mich von unschätzbarem, persönlichem Wert gewesen. Erzähl mir mehr über deine Artefakte. Ich weiß, was die Orks suchen. Warum sie das ganze Land durchgraben, in der Hoffnung es zu finden. Die göttlichen Artefakte des alten Volkes, mein blasser Freund. Und ich schwöre dir, ich hielt eins von ihnen in meinen Händen. Doch nun ist es fort und unerreichbar für mich. Für immer. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Du meinst, außer, dass die Orks sie wie die Besessenen suchen? Sie sind von unermesslichem Wert auf dem offenen Markt. Das allein ist doch schon genug. Wie kamst du an ein göttliches Artefakt? Lass es mich mal so formulieren, mein blasser Freund. Während andere im Schweiß ihres Angesichts im Wüstensand verenden, habe ich meinen Kopf benutzt. Oder schlicht. Ich war einfach schneller als alle anderen. Wer hat das göttliche Artefakt jetzt? Hörst du mir eigentlich nicht zu? Die Rebellen haben mich überfallen. Wenn es jemand weiß, dann diese verfluchten Königstreuen. Hier hast du deine alte Goldschatulle. Sie lag immer noch auf der Straße im Westen, bei deinem anderen Kram. Du Hundesohn, das ist ja großartig. Dafür werde ich dich reich belohnen, mein blasser Freund. Hier ist Bradley Sklavenliste. Hm, sieht okay aus. Tja, Bradley scheint in Ordnung zu sein. Hier, für deine Mühe. Am besten du bringst Bradley die Liste gleich wieder zurück. Hm, das ist ja toll. Wo ist das Problem? Du hast sie ihm einfach gestohlen, oder was? Ja, mein Freund, das ist dein Problem. Hier ist deine Sklavenliste. Was? Was wühlst du in meinen Sachen herum? Ich soll dir wohl das Fell über die Ohren ziehen. Jetzt hast du deine Liste ja wieder. Mach das nicht noch einmal, sonst wirst du es bereuen. Bring mir etwas über alte Magie bei. Gewähre mir magische Kraft. So, und da hauen wir direkt zwei Level rein. Gewähre mir die Kraft deines Segens. Und dann haben wir hier den Feuerball. Hab gehört, du hast Eston im Kampf besiegt. Alle Achtung, da kannst du stolz drauf sein. Wegen der Söldner. Dennis liefert sich mit dem Kornhof einen kleinen Krieg. Dieser Idiot. Ich werde da mal rausgehen müssen, um den Blödsinn zu beenden. Danke für die Information. Fedor hält dich für einen Schwächling. Er sagt, er würde dich in der Arena locker besiegen. Alles klar. Ich hab mir sowas schon gedacht. Wird bald wieder Zeit, dass ich den Jungs in der Arena zeige, wer der Boss ist. Der Gladiator Dan ist sehr zufrieden mit deiner Arbeit. Das glaub ich gerne. Ich hab ihm ja auch einen Sklaven geschenkt. Naja, hier ist dein Sollt. Der Gladiator Goose scheint loyal zu sein. Ja, Goose ist ein guter Mann. Sanford hat nicht mehr sehr viel für dich übrig. Hat er das gesagt? Ja, war mehr als deutlich. Naja, solange er seine Arbeit macht, soll mir egal sein. was er von mir denkt. Trano arbeitet wieder. Ist doch besser für ihn. Hier hast du deinen Lohn. Ich hab die Pacht von Dominic. Gut. Du hast dem faulen Hund wohl richtig Angst gemacht, was? Betrachte das Gold als deinen Sollt. Das ist es mir wert. Ashton unterschlägt dir Gold für die Arena-Wettkämpfe. Tatsächlich? Woher willst du das wissen? Ich brauche Beweise. Das hier hab ich in Ashtons Versteck hinter der Arena gefunden. So ein Dreck. Da hast du wohl doch recht gehabt. Der Hund sagt sich das Gold scheppelweise ein. Ich muss mal ein ernstes Wörtchen mit dem Kerl reden. Sehr gute Arbeit. Hier dein Sollt. Ich werde mich um die Kornliebe kümmern. Du willst bewerkstelligen, was meine Leute in Wochen nicht geschafft haben? Tja. Nur zu. Das will ich sehen. Du gehörst nicht zufälligerweise zu den Söldnern, oder? Wie bitte? Wahrscheinlich nicht. Sonst hättest du mich doch bestimmt schon getötet, oder? Wer bist du? Ich bin Mason. Ich bin Rebell. Ich hab mit meinen Leuten den Viehhof umzingelt. Wir warten nur noch auf das Zeichen, um loszuschlagen. Umzingelt? Wovon sprichst du? Wir Rebellen sind überall, musst du wissen. Auch wenn du uns nicht immer sehen kannst. Trotzdem beherrschen wir das ganze Tal hier. So, so. Was zum Geier hast du vor? Erstmal knöpfen wir uns das Vieh vor. Hehe. Wart's nur ab, das wird ein Spaß. Welches Vieh willst du töten? Na, die fetten Kühe auf dem Viehhof. Wenn die Söldner nichts mehr zu beißen haben, werden sie sicher schnell aufgeben. Verstehe. Du hast eine Vollmeise, weißt du das? Wenn du glaubst, dass es eine leichte Sache ist, die Kühe zu töten, dann bist du schiefgewickelt. Die Mistkerle passen auf die Bieste auf. Wie auf ihren Goldbeutel. Naja, wir werden sehen. Ich kümmere mich um die Kühe auf dem Viehhof. Was? Wirklich? Das wäre fantastisch. Du wirst sehen. Die Söldner werden bald aufgeben, wenn die Rinder tot sind. Wir werden sehen. So, was ist jetzt, wenn ich diese Milchkuh angreife mit einem Feuerball? Das überlebt sie nicht. Dann muss ich das eben so machen. Schwert machen. Doch nicht das blöde Huhn. Was soll... Oh, Alter. Okay. Die Kühe sind platt. Bist du jetzt zufrieden? Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis wir das Zeichen bekommen. Na dann mal viel Spaß dabei. Hey, willst du deine Belohnung nicht haben? Hier, hast du ein paar Goldmünzen. Wer ist euer Spitzel? Er hat sich unter die Söldner gemischt. Wir haben ein Passwort. Es heißt, Eslebo Okara. Wenn du ihm das sagst, wird er dir vertrauen. Eslebo Okara? Besser noch den Unsinn gekommen. Das war meine Idee. Toll, was? Okara ist unser Hauptquartier im Norden von Montera. Was eignet sich besser als Passwort als das? Tolles Passwort. Dann könnt ihr ja gleich durch die Stadt rennen und rufen. Hallo, ich bin ein Rebell. Kommt und tötet mich. Ähm. So habe ich das noch nie gesehen. Idiot. Ja, das war der letzte. Die Korndiebe werden dir keine schlaflosen Nächte mehr bereiten. Sag bloß, du hast sie alle zum Teufel gejagt? Sie sind tot. Donnerwetter. Du hast ja richtig was drauf. Willst du nicht für mich arbeiten? Das habe ich schon getan. Ha, allerdings. Und du sollst es auch nicht umsonst gemacht haben. Ich werde dir den Soll zahlen, den meine Leute kriegen sollten. Aber versauf nicht gleich alles. Einer deiner Sklaven hat Kontakt zu den Rebellen. Das wird ja immer besser. Hört das irgendwann auch mal wieder auf? Also gut. Kümmere du dich darum. Ich kann ja schließlich nicht alles machen. Verstehe. Belia, gewähre mir magische Kraft. Einmal zack und einmal zack. In Ordnung. Ich hole dich hier raus. Wie willst du das anstellen? Lauf los. Ich folge dir. Was? Jetzt? Ja, verdammt. Lauf. Verdammte Scheiße. Was war das denn für ein toller Plan? Lauf los, sagt er. Und ich Idiot, mach das auch noch. Hat doch geklappt. Du bist doch völlig wahnsinnig. Die Söldner auf dem Kornhof haben ganz andere Sorgen. Du Spinner. Ich fass es nicht. Schluss jetzt. Du wolltest nach Okara, oder? Ja, aber alleine schaffe ich das nicht. Okara ist verdammt weit weg und die Gegend ist voller gefährlicher Viecher. Ich begleite dich nach Okara. Lauf. Was? Jetzt? Sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt lauf schon, du Idiot. Innos sei Dank. Wir haben es geschafft. Gut, dann entspann dich jetzt. Ich danke dir, Freund. Das werde ich dir niemals vergessen. Dank ist gut. Belohnung ist besser. Hm. Du kannst alles haben, was ich noch besitze. Hier, nimm alles. Das ist Okara. Ja, das ist es. Wow, 15 Gold. Ist ja der absolute Wahnsinn. Ein neues Gesicht. Willkommen in Okara. Wir können hier jeden Mann gebrauchen. Ihr braucht noch Leute? Oh ja. Und zwar dringend. Unser Anführer Roland hat in der letzten Zeit alles verheizt, was wir noch an Reserven hatten. Wir können hier jeden gebrauchen. Ich besorge euch neue Männer. Wenn du freie Männer kennst, die bereit wären, für den König zu kämpfen, dann bring sie her. Such in der Umgebung von Okara und auf den Höfen von Montera. Ich bin mir sicher, dass es einige verlorene Seelen dort draußen gibt, die hierher kommen würden. Ich hörte davon, dass ein neuer Mann unser Lager betreten hat. Man sagt, er sei vielversprechend. Sie haben nicht übertrieben. Was ist mit deinen Männern passiert? Montera hat uns aufgerieben. Seit der Belagerung der Orks erkunden wir die Stadt. Die Orks haben bislang fast jeden unserer Vorposten entdeckt und vernichtet. Den Rest der Männer, die ich entbehren konnte, habe ich entsandt, um einen Weg zur Hauptstadt Vengar zu finden. Du bist ein ehemaliger Paladin? Ja, ich war ein Krieger des Königs wie alle meine Waffengefährten in Gotha. Unsere Überheblichkeit war so groß wie die schmähliche Niederlage gegen die Orks. Trotzdem trage ich meine Rüstung immer noch mit Stolz. Erzähl mir mehr über Gotha. Gotha liegt im Osten, zwischen Faring und Montera. Einst war sie der Hauptsitz der Paladine des Landes, bis sie von den Orks überrannt wurde. Heute wandelt der Tod durch die Straßen von Gotha. Die Schamanen der Orks haben die Stadt mit einem schrecklichen Fluch belegt. Was für ein Fluch lastet auf Gotha? Die Schlacht um Gotha verlief anfänglich zu unseren Gunsten, bis die Orkschamanen diesen elenden Dämon beschworen. Diese ausgeburte Hölle fegte durch die Straßen von Gotha. Jeden aufrechten Mann verwandelte diese Scheusal in eine seelenlose Kreatur. Es war, als bräche die Hölle über uns herein. Uns blieb nur noch die Flucht. Gotha ist für uns verloren. Für immer. Ich kümmere mich um Gotha. Sei nicht töricht. Der Dämon ist sicher immer noch da. Komm ihm besser nicht zu nah. Wo sind deine Leute, die einen Weg zur Hauptstadt Vengard suchen, jetzt? Ich habe sie nach Gotha geschickt. Ich glaube, das war das Dümmste, was ich je gemacht habe. Was ist dein Plan? Wir brauchen Kontakt zum König. Um den Orks nicht in die Hände zu fallen, hat er sich in der Burg der Hauptstadt Vengard verschanzt. Ich weiß nicht, was Roba vorhat. Wir brauchen einen Teleportstein aus Gotha, um es herauszufinden. Der Stein führt direkt in die Hauptstadt des Königs. Ich bringe deinen Feuerkelch nach Nordmar ins Kloster. Ja, ihr nehmt den Kelch. Ich bin zu schwach, um in den eisigen Norden zu gehen. Ich hoffe, du bist stark genug dazu. Wegen eures Männermangels. Ich habe einen neuen Mann für euch. Sein Name ist Kent. Hm. Ich kenne diesen Angsthasen. Na gut. Besser als nichts. Ein Schilfer namens Owen ist ganz heiß darauf, bei euch mitzumachen. Immer her mit dem Mann. Gute Arbeit. Der Jäger Fraser wird ab jetzt für Okara arbeiten. Jäger können wir immer gebrauchen. Danke. Candela, der Jäger, bleibt ab jetzt in Okara. Sehr gut. Ich hoffe, das war nicht der letzte, den du für uns finden konntest. Der Feuermagier Rakos möchte euch beitreten. Wunderbar. Ein Magier hat uns noch gefehlt. Er sei herzlich willkommen in unserer Runde. Sehr gut gemacht, Freund. Ich habe einen starken Kämpfer für euch. Randall. Wow. Wo hast du denn den her? Reife Leistung, Freund. Weiter so. Da draußen gibt es niemanden mehr, der nach Okara kommen würde. In Ordnung. Dann werden wir mit dem auskommen, was wir an Männern da haben. Er wird schon irgendwie gehen. Danke für deine Hilfe. Hi. Hm. Ich kenne dich. Ich bin dir bereits begegnet. Hm. Nicht, dass ich wüsste. In meinen Träumen. Du warst allein und hast gekämpft. Du hast gut gekämpft. Viele Feinde hast du getötet. Was weißt du noch über mich? Deine Zukunft ist unklar. Viele Entscheidungen liegen vor dir. Du bist anders als die anderen Morgans. Du bist nicht. Geht's noch genauer? Ruhe. Deine Geschichte ist noch nicht geschrieben. Deshalb kann ich sie auch nicht sehen. Ich suche Xalas. Dann hast du eine weite Reise vor dir. Sein Turm steht in Nordmar. Weit im Osten. Warum nicht? Ihr seht, wie viel Schaden wir dem machen. Nicht sehr viel. Stirb doch endlich. Danke. Ja, der bringt wenigstens auch 700 Gold. Genau. Erfahrungspunkte. Bist du hier der Anführer? Ja, natürlich. Wonach sieht's denn sonst aus, Jüngchen? Ihr habt eine Menge Krempel hier oben. Das ist alles Frachtgut der Orks aus Silden. Wir haben bisher jede Lieferung für Nordmar aufgehalten. Und so stapelt sich hier alles. Schon mal darüber nachgedacht, Silden zu erobern? Nachgedacht? Wir haben schon oft die Vorposten der Orks angegriffen. Doch wir schaden den Orks mehr, wenn wir hier die Orks abfangen, die nach Silden wollen. Wie ist die Situation am Pass? Mir ist zu Ohren gekommen, dass wieder einige Orks versuchen, aus Nordmar nach Silden zu gelangen. Meine Späher haben eine Gruppe Orks oben am Pass gesichtet. Mir wäre wohler, wenn sie ihr Ziel nie erreichen. Silden braucht deine Hilfe. Verdammt, ich weiß. Was soll ich machen? Ich komme hier jetzt nicht weg. Geh zu meinem Bruder Inok und richte ihm aus, dass er sich ab jetzt um die nötigen Dinge kümmern muss. Was machst du hier? Ich muss nach Silden. Ich habe eine wichtige Lieferung für den Stadtschamanen Grompel. Warum gehst du nicht einfach zu Grompel? Die Rebellen haben den ganzen Wald besetzt. Es heißt, bisher sei kein Ork lebend da durchgekommen. Ich bringe dich zum Schamanen Grompel in Silden. Kennst du einen Weg, der sicher ist? Dir wird schon nichts passieren. Okay. Mir bleibt wohl keine Wahl, was? Komm mit. Oh, achschak, achschak, achschak! Dann früh, dann kann ich mich auf andet. Das war's für heute. was wir jetzt machen ist wir speichern und dann machen wir so und dann machen wir so und dann machen wir einfach so und dann nehmen uns hier die lieferung aus nord und dann bringen wir ihn einfach wieder weiter weg warte hier ich werde ich habe den orks am pass dieses zeug hier abgenommen sehr gut kamerad wir müssen weiter wachsam sein die orks versuchen sicher wieder über den pass nach silden zu kommen komm mit sicher ich habe dir einen freund mitgebracht der mann aus nordmar auf den ich schon so lange warte sehr gut wir bringen wir etwas über alte magie bei gut gut moral danke das war ja was ich hoffe ich werde nicht wieder zurück nach nordmar geschützt gewähre mir magische kraft du schaust mich an wie ein erfahrener krieger selten so einen starken blick bei eurem schwachen volk gesehen mora was machst du hier ich jage droiden mit meinem suchtrupp im auftrag unseres anführers grog man sagte mir dass es im süden ein lager von weitläufern geben soll dort hat sich einer von ihnen versteckt ein besonders hartnäckiges exemplar sein name sei thorn heißt es na endlich bewegst du auch mal deinen arsch hierher hier steckst du also laris wieder auf der lauer nach fetter beute tja mein dieb kann seine alten gewohnheiten eben nicht so leicht ablegen ich habe da eine große sache am harten ich wette das wird dich auch interessieren du bist ziemlich schnell verschwunden nachdem wir mit dem schiff hier angekommen sind ich habe nur die angreifenden piraten vom deck der esmeralde aus gesehen und habe mich gleich verdrückt die offene schlacht gegen piraten ist mehr dein ding ich halte mich lieber im hintergrund wie du weißt kannst du meine diebesfertigkeiten auffrischen klar kann ich das weißt du doch okay wo gibt es hier was zu holen ich habe einen job von einem reichen assassin händler angenommen er sagt dass die schamanen im tempel sechs sehr wertvolle goldteller aufgestellt haben die will er haben und ist bereit eine verfluchte menge gold dafür abzudrücken wer ist dieser händler für den du arbeitest ein reicher assassin aus der wüste uninteressanter kerl aber er hat gold verstehe wie viel bringen dir die goldteller der schamanen einen riesen batzen gold da ist genug für uns beide drin mein freund ich komme den verdammten tempel nicht rein aber ich weiß dass du irgendwie alles bewerkstelligen kannst bring mir die sechs goldteller und ich gebe dir dafür einen haufen goldmünzen wie hört sich das an klingt fair verdammt nochmal geht es etwa wieder nicht schnell genug wann kapiert ihr idioten es endlich ich brauche meine zeit um die ganze truppe hier zu versorgen du bist ein feuermagier das war ich mal jetzt bin ich der koch für das gefräßige söldnerpack jetzt sag bloß noch du gehörst auch zu dem verein ich sehe du trägst immer noch deine robe ja in der hoffnung dass dieser albtraum bald vorbei ist und wir menschen wieder frei sind kannst du mir trotzdem die kunst der magie beibringen obwohl du jetzt noch kochst na schön ich werde es versuchen mit einer einstellung kommst du hier in der stadt nicht weit was gibt es schlimmeres als hier koch zu sein den tod ich fürchte nicht den tod ich werde kämpfen wenn es so weit ist und es gibt hier viele in geldern die das so sehen wie ich glaube mir erzählen wir mehr über die söldner die söldner arbeiten für gold gold von den orks oder gold von den menschen das ist ihnen gleich das ist auch schon alles was man über diese korrupten typen wissen muss einer von ihnen hat sogar seine eigenen leute getötet für gold welcher söldner tötet hier seine eigenen leute seien name ist ivan er hatte immer schon eine große fresse den orks gegenüber er ist eher ein gottloser bandit als ein söldner momentan bewacht ivan mit seinen jungs eine mine im norden von geldern wo sind die anderen feuermagier sie sind auf der suche nach den zwölf feuerkelchen der alten magie in dem großen kloster in nordmar sie hoffen damit den paladinen ihre magischen fähigkeiten wieder zu geben diese kelche müssen gefunden werden das kloster braucht jeden einzelnen davon hörst du wo finde ich die feuerkelche meine studien der geschichte von geldern ergaben aufschlüsse darüber demnach scheint es sicher dass einer der kelche in der mine hier in geldern zu finden ist ein weiterer allerdings recht unsicherer hinweis weist auf den tempel von geldern verstehe was muss ich tun damit du die menschen dazu bringst gegen die orks zu kämpfen ich muss wissen ob die schamanen einen der feuerkelche in ihrem tempel verwerben ich denke nicht dass es so ist jedoch bereitet es mir trotzdem schlaflose nächte rede mit grog dem obersten schamanen und vergewissere dich dass sie keinen feuerkelch haben erst dann werde ich dir helfen die menschen zur revolte zu bewegen und dann einmal eine fackel damit wir hier auch was sehen und dann ein feuerkelch wo willst du hin mora wer bist du ich bin nemrok ich kümmere mich um die belange der schamanen begegne ihnen mit ehrfurcht sonst wirst du meine klinge spüren ich hoffe wir verstehen uns was für ein tempel ist das hier in diesen hallen befindet sich der hauptsitz der höchsten würdenträger der schamanen unser anführer grog regiert von hier aus die alte alchemisten statt geldern erzähl mir was über xadas der magier kennt das wirken der götter er trägt das wissen vieler leben in sich er ist der welt er wählt von bilia seine macht zu tragen naja eigentlich hat er sich die macht genommen wir suchen artefakte mehr ist im moment nicht wichtig ich will mich in den dienst der schamanen stellen du bist ein kräftiger bursche in den umliegenden minen kannst du deine manneskraft unter beweis stellen aber vielleicht bist du ja gut im kampf dann wärst du besser bei den söldnern oder bei den gladiatoren aufgehoben die schamanen empfangen männer die einen guten namen in der stadt haben was sind die belange der schamanen wir schürfen gold schwefel artefakte und andere wertvolle bodenschätze für sie mora die mine müssen ertragreich sein das ist meine aufgabe ich will für dich arbeiten normalerweise lasse ich mir von einem mora höchstens eine keule fleisch bringen aber ich denke für einen kämpfer hätte ich eine aufgabe ich brauche einen neuen boten was hätte ich zu tun als dein boote du würdest in meinem namen zu den minen gehen dich über die ausbleibenden erträge informieren und sie zu mir bringen und wenn die minen nicht ertragreich sind dann wirst du sie wieder in gang bringen ganz einfach was ist mit deinem letzten boten passiert er wurde von minecrawlern gefressen was wirst du in der zeit machen werde nicht anmaßend mora sonst kann ich dir mal zeigen wer die herren dieser stadt sind gut ich übernehme den job dann fang endlich an und hör auf nur darüber zu reden was brauchst du von der schwefelmine das faule pack in der schwefelmine im norden hat mir 30 schwefelbrocken zugesagt geh und treibe sie ein was soll ich mit den goldminen machen ich warte schon seit tagen auf 50 goldbrocken aus den minen im norden geh und bring sie mir wie du das anstellst ist mir gleich woher bekomme ich artefakte für dich viele artefakte haben wir aus der wolfsmine heraus geholt jedoch ist die mine im moment verlassen ein rudelstollenwölfe hat sämtliche sklaven gefressen und die werter gleich mit besorge dir aus dem sklavenviertel einige eifrige sklaven und bring die wolfsmine wieder in gang die sklaven werden dir den weg zur mine zeigen doch vergewissere dich bevor du die sklaven zur wolfsmine bringst dass die stollenwölfe fort sind wo finde ich noch artefakte außer in der wolfsmine in diesem teil myrtanas um geldern herum ist eine große menge an artefakten zu finden wir sind bisher noch nicht dazu gekommen alle bereiche zu erschließen im norden gibt es eine alte ruine auf einer felsspitze geh und sieh nach was dort zu holen ist und bring es mir gibt es minen im süden von geldern dort gibt es eine verlassene mine jedoch graben wir dort nicht mehr sie warf nicht mehr genug ab die verlassene mine ist doch noch ertragreich woher weißt du das mir zu der assassine bekommt seine artefakte von dort damit ist jetzt schluss ich werde die mine wieder in betrieb nehmen sehr gute arbeit hier ist ein lohn du bist es wert lass uns ivan aufmischen du hast mich ehrenvoll besiegt wir werden zusammen kämpfen der gottlose söldner ivan ist irgendwo im norden von geldern komm mit ich zeig's dir dann bringen wir eben ivan um eigentlich hatte ich gehofft dass gembark sich mit dem anlegen kann aber ist ja auch egal Junge der war ja fast tot was ist mit dir gembark wie schlecht bist du was für ein theater ivan ist tot gut dann werde ich weiter in der arena kämpfen bis ich wieder eine gelegenheit bekomme ehr und starke mora lebt wohl der gottlose söldner ivan ist tot ich fand ihn im norden mit einem übeln haufen banditen ich hatte schon darüber nachgedacht mit ihm gemeinsam eine revolte zu planen innos sei dank dass ich es unterlassen habe das schwein wäre uns glatt in den rücken gefallen hier nimm ein paar tränke ich könnte jetzt auch einen schluck vertragen auf den schock hier ich habe schwefelbrocken gut dann betrachte die sache als erledigt hier dein lohn belja gewähre mir magische kraft äh 40 so dann haben wir nämlich 400 mana das ist ganz gut für den anfang bringen wir etwas über alte magie bei weiter so mhm mhm und da ist das level ab bring mich zur wolfsmine sagt wer nemrok sagt das der orgoberst dann habe ich ja wohl keine andere wahl was na schön komm mit ich zeig dir die wolfsmine so hier ist die wolfsmine dann nimm der gleich eine spitzhacke und fang an diese mine muss wieder was abwerfen soll ich die mine etwa ganz allein schmeißen warts ab ich besorgte noch ein paar andere eifrige kollegen hier liegt nämlich ein schattenläufer oh oh das ist nicht gut ok ich glaube das reicht solange die sich nicht aufeinander stapeln müssten wir die so hinbekommen auch wenn das jetzt super lange dauert und äh gar nicht so spannend ist zum zugucken aber vielleicht spule ich das hier mal vor mal vor Ja, ich habe nochmal die zwei Wölfe und den Wark da eben mitgenommen. Okay, und ein Schattenzepter zepten. Und da haben wir ein Level Up. Das ist doch schön. Ich bin davon überzeugt, dass sich in dem Waldstück da unten am See ein Druide versteckt hält. Ich vermute allerdings, dass noch eine Schar von Weitläufern dabei ist. Ich würde dieses Schwein von Druide nur zu gerne tot sehen. Dunkel sind die Wolken über den Wäldern Myrthanas. Wer sucht mich in dieser Stunde auf? Ich bin... Ah, du bist es. Der Entscheider. Du kommst in der Zeit, da wir deine Hilfe brauchen. Wer bist du? Mein Name ist Ronak. Ich bin Druide. Der Älteste. Und manche behaupten, ich sei auch der Stärkste. Wieso nennst du mich den Entscheider? Der Krieg der Götter tobt seit Anbeginn der Zeit. Innos und Belia streben nach der Herrschaft über die Welt. Was hat das alles mit mir zu tun? Du bist auserkoren, den Krieg der Götter zu entscheiden. Adenos selbst hat dich von jeglichem Einfluss der anderen Götter befreit. Du allein hast die Macht, nach deinem freien Willen zu entscheiden, auf welche Seite du dich schlägst. Erzähl mir mehr über den Krieg der Götter. Adenos wollte, dass die Bewohner der Welt allein über ihr Schicksal entscheiden. Alle, auch Menschen oder Orks, sind jedoch dem Einfluss ihrer Götter unterworfen. Die Völker der Welt kämpfen im Namen ihres Gottes um den Sieg. Dieser Kampf dauert an, bis eine Seite geschlagen ist. Du brauchst meine Hilfe? Wir Druiden werden gejagt vom Tier, das die Welt eroberte. Kein lebender Mensch kann uns vor den Orks wirklich schützen. Nicht einmal die Waldläufer. Nur du, der Entscheider, vermagst diese Aufgabe zu meistern. Was wollen die Orks von euch Druiden? Sie wollen unsere Druidensteine. Jeder Druide trägt einen anderen Stein bei sich. Sie sind uns von Adenos selbst verliehen worden und geben uns unsere Macht. In meinem Druidenstein wohnt die Kraft des Schattenläufers. Ich will deine Macht erlernen. Gerne. Allerdings nur unter einer Voraussetzung. Ich habe gehört, dass Druidenjäger in den Süden von Geldern entsandt wurden. Töte Gunnok, den Anführer des Druidensuchtrupps. Dann werde ich dir meinen Druidenstein anvertrauen. Er ist in Tagen wie diesen bei dir besser aufgehoben, Entscheider. Was kann ich tun? Aus Geldern sind Orks gekommen und haben sich weiter oben, in den Wäldern verschanzt. Sie sind gekommen, mich zu töten und mich meiner Macht zu berauben. Du musst sie aufhalten, sonst bin ich verloren. Ich werde den Druiden für dich töten. Na, wer sagt's denn? Endlich mal einer, der Mumm hat. Dann versuch mal dein Glück. Morra. Das große Problem ist da oben. Der da. Der ist das ganz große Problem. Oh Gott, und der ist schon hier unten. Das ist aber nicht gut. Ihr seht, was ich meine. Wir haben dem kaum Schaden gemacht. Und er hat uns einfach umgebracht. Mit zwei Schlägen. Kann auch gar nicht anwiesen. Guckt euch das mal an. Wie sollen wir das denn machen? Okay, absolut keine Chance. Ja, und dann kann er sich natürlich auch noch heilen. Ja, sehr gut. Ja, okay. Okay, das war viel einfacher, als ich gedacht habe. Oh Gott, war das easy. Beweg dich. Ab zur Wolfsmine. Alles klar. Du gehst jetzt in die Wolfsmine und gräbst dort nach Artefakten. Kein Problem. Hab nur gewartet, dass einer ruft vorwärts. Geh zur Wolfsmine und bring die Ausgrabung wieder in Gang. Und wenn ich das nicht tue? Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Wenn du mich so charmant bittest. Ich geh ja schon. Die Stollenwölfe in der Wolfsmine sind Geschichte. Na, das wurde auch Zeit. Ich hoffe, die Mine wirft bald wieder was ab. Die Wolfsmine ist wieder in Betrieb. Dann bin ich ja mal gespannt, wie lange es dauert, bis hier was ankommt. Gute Arbeit, Mora. Hier hast du Goldbrocken. Gut. Das soll jetzt mal reichen. Hier ist dein Lohn. Ja, ich habe dieses Zepter in der alten Ruine im Norden gefunden. Hm. Sieht nicht besonders wertvoll aus. Ich denke, du kannst es behalten. Gut gemacht. Dann muss ich niemand mehr in die Ruine schicken. Lässt du mich jetzt zu eurem Anführer, Grog? Du hast schon viel für Geldern getan. Du darfst zu ihm. Ob wir jetzt hier... Vier... Einmal schlafen, Grog. Goldteller, Goldteller. Halt! Bei unseren Leuten verschwinden immer mehr wertvolle Dinge. Ich wette, du bist dafür verantwortlich. Vergessen wir die Sache. Dieses Mal lasse ich dich noch davon kommen. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Hier sind die sechs Goldteller der Schamanen. Siehst du? Ich wusste, du kommst da irgendwie heran. Hier ist dein Anteil. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keinen Ärger. Was machst du jetzt? Wenn ich meine Geschäfte hier erledigt habe, mache ich mich auf den Weg zu den Assassinen. Ich bin fertig. Sobald sie hören, dass die Goldteller nicht mehr da sind und ich mich längere Zeit nicht melde, kriege ich Ärger. Ich hoffe, du machst nicht mehr so viel Unsinn, mein Freund. Ich werde mir Mühe geben. Bring mir etwas über alte Magie bei. Gut, gut so. Gut. Sag, was du willst. Und dann geh wieder. Ich habe wenig Zeit. Wie laufen die Ausgrabungen? Bist du gekommen, mich zu verhöhnen, Mora? Du siehst doch selbst, wie beschwerlich unsere Ausgrabungen vorangehen. Alle Orks des Landes sind auf der Suche nach den göttlichen Artefakten. Wir heben Unmengen von Unrat aus den Stollen der umliegenden Gebiete. Aber wenig davon scheint von höheren Wert zu sein, als das, was man auf den Märkten dafür bekommt. Was weißt du über Xardas? Xardas? Ich sage dir mal was über Xardas. Während ihr in seinem Turm in Noctmar sitzt und gemütlich Sonnenhinten am Kamidfeuer wärmt, stehen unsere besten Krieger irgendwo in der Wüste und bewachen Sklaven. Und bisher ist noch keines von den Artefakten angekommen, die er sucht. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Mora! Wo sucht ihr nach den göttlichen Artefakten? Das ist kein Geheimnis, Mora. Jeder Tempel des alten Volkes wird von uns daz sucht. Aber wenn du es genau wissen willst, dann sieh dir diese Karte an. Wir folgen alle noch so kleinen Hinweisen aus alten Schriften und Legenden. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Die Bedeutung der göttlichen Artefakte blieb uns Schamanen bisher verborgen. Der einzige, der mehr darüber zu wissen scheint, ist Xardas selbst. Die Feuermagier suchen nach alten Artefakten, die sich Feuerkirche nennen. Davon habe ich schon gehört. Ich will hoffen, dass sie noch nicht alle gefunden haben. Mir wär wohler. Sie befänden sich in unserem Besitz. Hast du was für mich zu tun? Hm. Ja. Ich hätte da etwas für dich. Es wurde uns berichtet, dass sich in den umliegenden Gebieten Druiden breitgemacht haben. Sogar der mächtigste der Druiden soll dabei sein. Sein Name ist Runak. Ich muss mehr über die Druiden erfahren. Was genau wollt ihr von den Druiden? Die speziellen Fähigkeiten der Druiden sind für uns noch ein ungeklärtes Mysterium. Wir wissen nur, dass sie sich dem Studium verschiedener Tierarten verschrieben haben. Von diesem Wissen beziehen sie ihre Macht und Kampfkraft. Wir müssen unbedingt mehr darüber in Erfahrung bringen, um ihre Kampfkraft besser einschätzen zu können. Also, du weißt, was du zu tun hast. Geh und suche alle Feuerkelche und dann bring sie mir, bevor die Feuermagier sie in die Finger kriegen. Klar? Klar. Du bist zu laut. Du vertreibst das ganze Wild. Ich bin Thorn, Druide und Krieger Adenos. Und du bist anders als die anderen. Du bist Krieger Adenos. Sieh dir an, was die Tiere Biljars angerichtet haben in ihrer Gier. Kaum noch Menschen, die frei und ohne Angst leben können. Ich bin der Schrecken, der über die Orks kommen wird, wenn sie es wagen, die Wälder anzugreifen. Bring mir bei, wie ein Druide zu kämpfen. Ich weiß, wer du bist, Entscheider. Und so weiß ich auch, dass dein Weg nicht von den Göttern bestimmt wird. Wer sagt mir, dass du die Macht der Druidensteine nicht gegen uns Druiden richtest? Woher glaubst du mich zu kennen? Du bist rastlos, Entscheider. Ohne Heimat. Ich kenne das. Du bist wie ich. Wenn du zu lange an einem Ort bist, glaubst du das Leben nicht mehr zu spüren. Erzähl mir von den Druidensteinen. Es sind die heiligen Steine Adenos. Die Quelle unseres Seins. Sechs an der Zahl. Sechs wie die Zahl ihrer Herren. In jedem wohnt die Kraft eines Tieres. Mein Stein ist der Stein des Snappers. Stell mich auf die Probe. Geh nach Geldern und überzeuge die Menschen dort an deiner Seite, gegen die Orks zu kämpfen. Dann werde ich dich die Druidenmagie lehren, Entscheider. Pass auf, wo du hier hintrittst. Sonst verwisst du alle Spuren. Was ist hier passiert? Das wüsste ich auch gerne. Bis vor einigen Tagen war dieser Bauernhof noch intakt. Ihr lebt in etwa vier Bauern. Jetzt sind alle weg. Der Bauernhof ist völlig verwüstet. Wer kann das getan haben? Wenn ich das wüsste, dann wäre ich auch schlauer. Drüben im Westen gibt es eine Höhle. Dort habe ich einige Viecher gesehen. Sie sahen sehr gefährlich aus. Möglicherweise haben sie dies hier angerichtet. Ich könnte mir die verdächtige Höhle mal ansehen. Mach das. Am besten tötest du gleich alles, was da herumkreucht. Aber lass dich nicht fressen. In der Höhle im Westen gab es nur ein Rodelsäbelzahntiger. Auf mich wirkten sie ziemlich verstört. Ich glaube nicht, dass sie diesen Hof so zugerichtet haben. Verdammt. Und ich hatte gehofft, dass es nicht so kompliziert wird. Kompliziert? Was meinst du? Um in dem nördlichen Wald habe ich letzte Tage einige Waldläufer herumstreunern sehen. Würde mich nicht wundern, wenn die Mistkerle für die Verwüstung hier verantwortlich wären. Du glaubst, Waldläufer sollen das hier getan haben? Unterschätze diese Kerle nicht. Sie sind ein kriegerisches Volk. Wenn sie in Scharen auftreten, können sie eine ernsthafte Bedrohung sein. Was soll ich tun? Waldläufer haben oft einen Druiden als Anführer. Finde heraus, ob der Druide den Befehl für diese Schweinerei hier gegeben hat. Und wenn ja, dann töte ihn. Die Orks glauben, dass du einen Bauernhof bei Trelis verwüstet hast. Da haben sie auch verdammt recht. Menschen wie die Bauern, die für die Orks arbeiten, stärken ihnen nur noch den Rücken. Ich kann nicht mit ansehen, wie Menschen sich versklaven lassen, nur um ihr klägliches Dasein zu verlängern. Lieber den Tod als Lakai dieser Brut Beliars. Ich werde nicht eher ruhen, bis die Saat des Bösen wieder aus unseren Wäldern verschwunden ist. Der Druide Thorn hat diesen Bauernhof verwüstet und alle Bauern getötet. Dieses Schwein. Ich habe mir schon sowas gedacht. Gute Arbeit. Hier hast du etwas Gold. Ich hoffe, du hast Thorn dafür getötet. Äh, nein. Schade. Dann werde ich das wohl selbst erledigen müssen. Hey, Fremder. Hast du was von den Rebellen aus Nemora gehört? Was willst du von den Rebellen? Vor ein paar Tagen waren einige von ihnen hier. Ich wäre gerne mit ihnen gegangen. Ich bin es leid, hier auf dem Hof zu arbeiten. Lieber ein Leben in Freiheit, als ein Sklave der Orks zu sein. Was weißt du über Nemora? Nemora ist ein Rebellenlager im Westen. Die Jungs da oben sind wirklich gut organisiert. Weißt du, wo Nemora liegt? Ich war schon mal da, habe sie tagelang beobachtet. Doch ich hatte nicht den Mut, mir zu zeigen. Hätte ich's mal gemacht. Alleine würde ich nicht noch einmal versuchen, dorthin zu gehen. Du schon wieder? Ich kann nirgendwo hingehen, ohne dass du mir über den Weg läufst, was? Es ist Thoros. Ich erinnere mich. Dein Name ist Thoros. Dich hätte ich hier am wenigsten erwartet. Wie willst du's haben? Willst du versklavt werden? Oder soll ich dich gleich hier töten? Immer noch sauer wegen der alten Geschichten? Jedes Mal, wenn du auftauchst, bricht alles zusammen. Damit ist jetzt Schluss. Die Orks beherrschen jetzt die Welt. Und auch du wirst dich ihren Regeln beugen oder sterben. Ich sehe, du machst dir wieder die Torwache. Spar dir deinen Spott, du Mistkerl! Ich bin garantiert der einzige Mensch in Myrthana, der es geschafft hat, dass Orks seinen Befehlen gehorchen. Wenn du diesmal wieder vorhast, mir alles kaputt zu machen, dann bringe ich dich um. Ist das klar? Du bist Befehlshaber der Orks? So ist es. Ich kümmere mich um die äußeren Gebiete von Trelis. Die Bauernhöfe im Umland müssen kontrolliert und die Ausgrabungen im östlichen Tempel müssen bewacht werden. Der Job ist schon hart genug. Jetzt, wo du da bist, muss ich wohl ganz besonders aufpassen. Entspann dich. Alles wird gut. Ach, komm mir nicht mehr mit diesem blöden Spruch, verstanden? Du hättest nicht so ein großes Maul, wenn du den hinterlistigen Gesellen des Waldes begegnen würdest. Ich sag dir, wenn die dich zu fassen kriegen, dann machen sie glatt Kleinholz aus dir. Die Orks lassen sich von dir, einem Menschen, kommandieren? Das beeindruckt dich, was? Die Orks haben die Insel Korines eingenommen und uns Menschen auf ihren Galären ans Festland gebracht. Wir hatten die Wahl zwischen der Sklaverei oder einem Leben als Kämpfer für die Orks. Ich habe jeden Arenakampf in Myrtana gewonnen und mir die Regeln der Orks zu eigen gemacht. Wenn du einmal gelernt hast, wie ein Ork zu denken, kommt der Rest von ganz allein. Erzähl mir mehr über die Stadt Trelis. Trelis ist eine strategisch wichtige Burg der Orks. Wir sind hier nahe der Wüste Varand. Viele Assassinen kommen hier vorbei, wenn sie das Mittelland bereisen. Nirgends wirst du erfahrenere Krieger und wohlhabendere Assassinen in Mittelland finden als hier. Also genau dein Ding. Richtig. Schau mich nicht so an. Ich weiß selbst, dass ich hier eigentlich nichts verloren habe. Du arbeitest für die Orks? Natürlich. Oder soll ich mich etwa in den Höhlen vergriechen wie die Rebellen? Ich bin stark und will mich nicht verstecken. Verstehst du? Du bist ein Paladin. Ich war es einmal. Bis wir den Krieg und unsere Runenmagie verloren haben. Heute bin ich nur noch ein Schatten der Vergangenheit. Daran werden auch die großen Pläne der Feuermagier nichts ändern. Du kämpfst gegen dein eigenes Volk. Innos hat uns alle verlassen. Mit der Runenmagie ging auch mein Glaube. Ich werde erst wieder mein Schwert gegen die Unterdrücke erheben, wenn Innos mir die Magie zurückgibt. Von welchen großen Plänen der Feuermagier sprichst du? Einige Magier in Nordmark glauben, einen Weg gefunden zu haben, uns unsere Magie wiederzugeben. Dazu suchen sie diese alten Feuerkelche und lassen sie sich in ihr Kloster bringen. Was weißt du noch von den Feuerkelchen? Gar nichts. Nur, wo sich einer von ihnen befindet. Und wo? In meiner Tasche. Ich habe ihn in dem Gerümpel der vertriebenen Soldaten dieser Burg gefunden. Gib mir den Feuerkelch. Um damit was zu tun. Das, wozu du scheinbar nicht in der Lage bist. In Ordnung. Hier, nimm das Ding. Wer weiß. Vielleicht bringt das ja was, wenn du ihn den Feuermagier in Nordmark bringst. Gib Acht auf das, was du hier anfasst, Fremder. Nur wenn du Geld hast, werde ich dich in meinem Haus dulden. Ich hoffe, wir verstehen uns. Wer bist du? Ich bin direkter, abgesandter Varans. Mein Name ist Kabir. Ich handele mit seltenen Kostbarkeiten der Wüste. Wenn du es dir leisten kannst, mache ich aus dir einen mächtigen Mann. Ist dein Geldbeutel leer, ist es besser, du verschwendest nicht meine Zeit. Jeder Segen, aber auch jeder Fluch hat seinen Preis. Du bist doch nicht nur Händler. Richtig erkannt. Die Orks durchsuchen das ganze Land nach Relikten des alten Volkes. Wir gewähren den Orks freien Zugang zu allen Teilen Varans und unterstützen sie bei ihren Ausgrabungen. Ich kümmere mich darum, dass die Orks ihren Teil der Abmachung einhalten. Welche Abmachung habt ihr Assassinen mit den Orks? Wir unterstützen die Orks und sie bezahlen uns dafür. So einfach ist das. Jedoch ist Wack schon seit einigen Tagen mit seinen Zahlungen im Rückstand. Ich kann nicht behaupten, dass ich sonderlich erbaut darüber wäre. Wie viel Gold schuldet Wack dir noch? Eine unvorstellbare Menge Geld, Fremder. Sollte Wack das Geld nicht bald bezahlen, werden wir die Tore Varans für die Orks schließen. So lange, bis die Orks ihre Schulden beglichen haben. Erzähl mir mehr über die Relikte des alten Volkes. Die Orks sammeln alles, was sie an Artefakten und alten Schriften finden können. Doch ihr größtes Interesse gilt den göttlichen Artefakten. Es heißt, dass das alte Volk einige davon besessen hat. Daher lassen sie die Menschen in den alten Tempeln graben, um sie zu finden. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Ich bin ein Geschäftsmann, kein Gelehrter. Die Geheimnisse dieser seltenen Reliquien ist den weltlichen Menschen bisher noch verborgen geblieben. Angeblich sollen sie in der Hand eines Auserwählten der Götter unvorstellbar mächtig sein. Wer weiß das schon? Welche göttlichen Artefakte haben die Orks schon gefunden? Im östlichen Tempel von Trelis gab es angeblich ein solches Artefakt. Gab? Es ist nicht mehr dort. Was macht dich da so sicher? Ganz einfach. Ich weiß, wo es ist. Tatsächlich. Wo befindet sich das göttliche Artefakt aus dem östlichen Tempel? Der Preis für diese Antwort übersteigt die Fähigkeiten deines Geldbeutels, fürchte ich. Was muss ich tun, damit du mir sagst, wie ich in das göttliche Artefakt komme? Ich mach dir einen Vorschlag, Fremder. Du sorgst dafür, dass Wachs seinen Teil der Abmachung einhält und ich helfe dir weiter. Ich finde, das ist fair. Wenn du das sagst, bring mir etwas über alte Magie bei. Nur weiter so. Gut. Gut so. Gut. Perfekt. Und jetzt kostet es 10 Lernpunkte. Wir haben aber noch für 5 Lernpunkte bis 254 gelernt. Gehen wir die ganzen Buchstände ab. Keinen Schritt weiter. Ruhig bleiben, Kleiner. Ich tu dir nichts. Du bist doch nicht gekommen, um Ärger zu machen, oder? Halt's Maul. Wenn ich dich hätte töten wollen, wärst du jetzt tot. Äh, okay. Dann will ich nichts gesagt haben. Erzähl mir mal lieber, was hier oben los ist. Das hier ist ein Rebellenlager. Ich bin Rebell und kämpfe für den König. Aha. Und? Schon Orks getötet? Bisher war ich noch nicht in einer Schlacht. Aber ich freu mich schon darauf, einem Ork das Fell über die Ohren zu ziehen. Du legst doch nicht mal eine Fleischwanze um. Ich hab schon viel geübt mit meinem Schwert. Die Orks sollen ruhig kommen. Jaja. Was machst du hier eigentlich den ganzen Tag? Ich passe auf, dass sich niemand an das Lager hier heranschleicht. Ist dir ja prima gelungen. Das ist gar nicht so einfach. Vor allem nicht bei den ganzen Viechern in dieser Gegend. Aber am meisten Angst machen mir die Untoten in der Höhle da drüben. Möchte nicht wissen, was die mit einem anstellen, wenn die einen zu fassen kriegen. Oh. Dazu könnte ich dir einiges erzählen. Ich könnte die Untotenhöhle für dich aufräumen. Du traust dich wirklich in eine Höhle voller Untoter? Wäre nicht das erste Mal. Wenn du das schaffst, dann geb ich dir 300 Goldminzen, okay? Ich denk drüber nach. Da bist du ja endlich. Ich dachte schon, du würdest nicht mehr kommen. Klar. Ich komm doch gern vorbei. Dann lass uns gleich mit der Arbeit anfangen. Wie steht es um Nemura? Bisher ist mir nicht bekannt, dass Nemura vernichtet wurde. Dann musst du ihren Anführer davon unterrichten, dass wir hier feststecken. Nemura soll Verstärkung schicken. Schnell! Was machst du hier in dieser Höhle? Wir sind von den Orks überrannt worden, als wir den Tempel von Trilis sichern wollten. Sie sind wie besessen, wenn es um die Suche nach den göttlichen Artefakten geht. Sie kamen mit etwa 30 Kriegern. Da blieb uns nur noch die Flucht hierher. Was ist dir an dem Tempel so wichtig? Jedes Artefakt, das die Orks bergen, kann gegen uns verwendet werden. Die Ausgrabungen am Tempel müssen gestoppt werden. Jemand muss die Orks in und um den Tempel von Trilis daran hindern. Du meinst, sie töten. Wie sonst? Eine andere Sprache verstehen die doch nicht. Was weißt du von den göttlichen Artefakten? Die Orks haben alles, was sie aus dem Tempel bergen konnten, nach Trilis gebracht. Sollte im Tempel eins dieser seltenen Artefakte gewesen sein, dann ist es bestimmt dort. Verstehe. Wie heißt der Anführer von Nemora nochmal? Das weißt du nicht? Mir scheint, du weißt noch nicht einmal, wo Nemora liegt. Natürlich weiß ich, wo Nemora liegt. Dann beeil dich und besorge Verstärkung. Die Höhle da drüben ist ein alter Friedhof. Die Skelette, die da hausten, sind jetzt nur noch Staub. Das ist beruhigend. Das ist mir 300 Goldmünzen wert. Fein. Wie laufen die Ausgrabungen? Gar nicht gut. Ich soll hier Artefakte und andere alte Relikte sammeln. Aber ich weiß nicht, woher ich sie nehmen soll. Hier draußen ist nichts mehr zu holen. Und in den Tempel kriegen mich keine 20 Snöpper mehr rein. Was stimmt nicht mit dem Tempel? Da wimmelt es nur so von Untoten, Mora. Mit diesen widerlichen Wesen lässt du dich besser nicht ein. Warst du schon mal im Tempel? Worauf du dich verlassen kannst. Meine Gruppe hier war schon mal doppelt so groß. Doch dann kamen plötzlich diese Skelette aus dem Boden und griffen uns an. Was du hier siehst, ist der schäbige Rest von meinen Leuten. Die anderen sind im Tempel verschollen. Gibt es noch Überlebende im Tempel? Ich weiß es nicht. Jemand müsste nachsehen. Aber ich mach das nicht. So viel ist schon mal klar. Schon klar. Das weiß ich auch nicht. Belia, beschütze dich, Mora. Ich hätte dich fast für einen der widerlichen Untoten gehalten. Ich dachte schon, ich müsste ihr ewig versauern. Tempeg hat die Suche nach Überlebenden im Tempel aufgegeben. Das sieht ihm ähnlich. Er hat mehr Angst als Ehre. Ich weiß bis heute nicht, wie er Aufseher geworden ist. Er sollte besser Schafe hüten, der Feigling. Kannst du laufen. Das wirst du gleich sehen, ob ich kann. Komm mit. Nichts wie raus hier. Ich danke dir für deine Hilfe, Mora. Allein hätte ich nicht den Mut gehabt, mich den Untoten zu stellen. Nimm diese Tränke von mir als Dank. Ich habe einen Überlebenden im Tempel gefunden. Kamak, den Schamanen. Belia sei Dank. Kamaks Tod wäre ein großer Verlust für das Volk der Orks gewesen. Danke für die gute Nachricht, Mora. Was soll ich Torus jetzt sagen? Sag ihm, ich mache mir hier den Buckel krumm. Der Mora wird seine Lieferung in Kürze kriegen. Bring mir etwas über alte Magie bei. Ich will den Stabkampf lernen. So ein Stab ist verdammt lang. Damit kannst du deine Gegner auf Abstand halten. Wenn du ordentlich zuschlägst, hat kaum jemand eine Chance gegen dich. Zeige mir, wie ich magische Stäbe benutzen kann. Nimm den Stab in deine Hände und spüre seine Energie. Erforsche diese Energie und bringe sie mit deinem Geist in Einklang. Nur dann können die Kräfte des Stabes mit deinem eigenen verschmelzen. Und dann haben wir endlich diesen Stab und eine ganze Menge mehr Mana. Bring mir was über Alchemie bei. Ich will Mana-Tränke brauchen. Ah, Mana-Tränke. Ihre Macht entfaltet sich in ihrer Wirkung. Sie sind eine Quelle reiner magischer Kraft. Es gibt verschiedene Rezepte für diese Tränke. Also besorg dir eins. Such dir die nötigen Zutaten zusammen und leg los. Warum störst du meinen Kriegsrat? Sprich! Kriegsrat? Der Krieg ist vorbei. Ach, kleiner Klugscheißer. Ihr Menschen seid unterworfen. Von euch ist ja keine ernsthafte Bedrohung mehr zu erwarten. Jedoch habe ich trotzdem auf das Kräftegleichgewicht in diesem Teil des Landes zu achten. Wer sollte euch Orks herausfordern? Ich habe nicht von Herausfordern gesprochen. Ich sagte Kräftegleichgewicht. Die Assassinen sind unsere Verbündeten. Sie lassen uns in ihrer Wüste Ausgrabungen machen. Des Weiteren lassen sie uns ungehindert in ihre Wüste und in ihre Städte. Dafür bezahlen wir ihnen einen Batzen Gold. Doch bei aller Freundschaft muss jemand darauf achten, dass sie nicht zu stark werden. Und das ist meine Aufgabe. Erzähl mir mehr über euren Bund mit den Assassinen. Im Krieg gegen die Morras waren die Assassinen sehr hilfreich. Sie haben sich um den Teil der Welt gekümmert, den wir Orks eigentlich nur selten bereisen. Die Wüste. Des Weiteren beten wir zum gleichen Gott, Belia. Es war eine strategische Entscheidung, mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Was ist mit den Rebellen? Ja, richtig. Die gibt es auch noch. Und du sagst, der Krieg sei zu Ende. Wie laufen die Ausgrabungen? Wir graben wie die Wahnsinnigen in allen Teilen der Welt, um die göttlichen Artefakten zu finden. Bisher waren unsere Bemühungen nicht so ertragreich, wie wir gehofft haben. Nur Belia weiß, ob das Amulets, das mir aus dem Tempel im Osten gebracht wurde, wirklich ein göttliches Artefakt ist. Ich will dein göttliches Artefakt. Warum sollte ich es dir geben? Es hat keinen Wert für dich. Unsinn. Ich habe ganz andere Probleme, Morra. Ich habe immer noch nicht genug Gold zusammen, um unseren Teil der Abmachung mit den Assassinen einzuhalten. Der Heilsabschneider von einem Assassinen, Kabir, wartet schon seit Tagen auf eine Antwort von mir. Was glaubst du, was hier los ist, wenn er sein verfluchtes Gold nicht bald bekommt? Ich bringe dir das Gold für die Assassinen. Du willst mir das ganze Gold bringen? Ist das dein Ernst? Das sind satte 50.000 Goldmünzen. Oh, das ist nicht wenig. Das weiß ich auch, du Schwachkopf. Aber gut, wenn du es tatsächlich schaffen solltest, dann können wir uns nochmal über das Artefakt unterhalten. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich hörte, die Rebellen haben Farmons Hof ausgeraubt. Na und? Mir haben sie nichts getan. Verstehe. Ich begleite dich nach Nemora. Das würdest du für mich tun? Endlich. Ich hänge den Knecht an den Haken und werde Rebell. Meinst du, dass sie mich aufnehmen? Wir werden sehen. Okay. Sag mir, wenn's losgeht. Lass uns nach Nemora gehen. Alles klar. Folge mir. Ich hoffe, du weißt, dass ich im Kampf keine große Hilfe bin. Dann solltest du schneller laufen. So. Ich hoffe, die Rebellen werden mich hier aufnehmen. Danke, Fremder. Verrate mir, wer der Anführer von Nemora ist. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht, Freund. Gib mir dein Feuer, Kelch. Gut. Ich vertraue dir das gute Stück an. Ich hoffe, er wird heil im Kloster bei meinen Ordensbrüdern ankommen. Wir werden sehen. Wer ist der Anführer von Nemora? Das hat dir noch keiner verraten, was? Dann werde ich es dir ganz bestimmt nicht sagen. Du nennst mir jetzt sofort den Namen eures Anführers. Oder du tust was? Mich bei unserem Anführer anschwärzen? Denk mal darüber nach, du Spinner. Sag mir jetzt, wer hier der Boss ist. Ich bin es jedenfalls nicht. Mehr darf ich dir nicht sagen. Was machst du hier? Ich warte. Worauf? Auf eine günstige Gelegenheit, meine Kampfkraft wieder einzusetzen. Ich hab da noch eine Rechnung offen. Verstehst du? Lass uns Kurt gemeinsam stellen. Siehst du, das ist die Gelegenheit, auf die ich gewartet habe. Zieh deine Waffe und folge mir. Es wird ein harter Kampf werden. So, und jetzt helfen wir gerade nochmal, indem wir Kurt kurz einmal anhauen. Ich steh auf diese ganze Scheiße. Und dann gewähren wir Karl in den Tod von Kurt selber. Bei Innos. Der Pass ist größer, als ich vermutet hatte. Der Paladin Kurt ist tot. Innos, sei Dank. Einen abtrünnigen Paladin wie ihn darf es in Mittelland einfach nicht geben. Hier hast du mein Gold. Meine Mission ist damit erfüllt. Jetzt, wo wir schon mal hier sind, kann ich dir auch die Wüste zeigen. Gut. Zeig mir die Wüste. Es ist nicht weit. Folge mir. Sieh dir das an, mein Freund. Brennend heißer Sand. So weit das Auge reicht. Das ist nichts für mich und meine Metallrüstung. Ich stehe mehr auf das gemäßigte Klima des Mittellands. Wirst du jetzt nach Nemora gehen? Ja. Ich werde mich den Rebellen anschließen. Ich danke dir, dass du meinem Leben eine neue Aufgabe gegeben hast, mein Freund. Nimm diese Heiltränke von mir. Mögen sie dir in der Schlacht helfen. Bist du hier der Anführer? Wir geben die Identität unseres Anführers nicht jedem Preis, mein Freund. Wenn die Orks spitzkriegen, wen sie töten müssen, damit Nemora zusammenbricht, ist er tot. Verstehe. Sagst du mir jetzt, wer hier der Boss ist? Hm. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Du bist der Anführer von Nemora. Na schön. Du hast genug für uns getan, dass ich das jetzt ruhigen Gewissens zugeben kann. Sehr gut gemacht. Hier dein Anteil von unserem Gold. Ja, ich bin der Anführer von Nemora. Willkommen in unserer Mitte, mein Freund. Ich hoffe, du wirst uns nicht enttäuschen. Enos, gewähre mir die Herrschaft über das Feuer. Flammenmelle. Belia, gewähre mir magische Kraft. Warte, Wanderer, geh nicht vorbei. Du könntest dein Glück verpassen. Ach so. Ich grüße dich, Reisender. Willkommen in Varand, der großen Wüste. Du wirst durstig sein. Hier, trink einen Schluck kühles Wasser. Hey, Diego. Wie sieht's aus? Gesundheit. Ich hab mich mal umgehört. So wie es aussieht, ist Zuben immer noch der unumstrittene Herrscher der Wüste. Zuben. Vielleicht sollte ich ihm einen Besuch abstatten. Das wird nicht ganz so einfach. Zuben sitzt in seinem Palast in Ishtar. Und da werden sie dich erst reinlassen, wenn sie sicher sind, dass du ein Freund der Assassinen bist. Also, was ist zu tun? Du wirst einiges für die Assassinen erledigen müssen. Aber so wie es aussieht, gibt's auch einiges zu tun. Am besten, du stellst dich mit den Schwarzmagiern gut. Sie haben den größten Einfluss. Was machst du hier in Braga? Ich wollte eine Runde jagen gehen. Luca sagt, hier gibt's ein paar dunkle Snapper. Ihr Leder eignet sich für die Herstellung von Rüstungen. Wenn du Lust hast, gehen wir zusammen. Du bist nicht von hier. Sag mir, bist du gekommen, um die Geheimnisse Belyards zu entdecken? Was sind das für Geheimnisse? Wir Schwarzmagier beherrschen Zaubersprüche von großer Macht. Wir beherrschen die Gabe der Alten der göttlichen Magie. Zaubersprüche also. Und in der Stadt Ishtar wird seit vielen Jahren die Kunst des beidhändigen Kampfes gelehrt. Aber nur ein Mann, der gute Geschäfte macht, ist würdig, unsere Geheimnisse zu erfahren. Ich will dir ein solches Geschäft anbieten. Was sagst du? Klar, ich bin dabei. Dann höre, diese Männer hier schulden Zuben ihren Tribut. Es ist nicht so, dass sie nicht zahlen wollten. Vielmehr haben sie ihn sich wegnehmen lassen. Was ist passiert? Tufail, dieser Sohn eines Tölpels, hat sich von einer Handvoll Nomaden ausrauben lassen. Aber es wird Zeit, dass Zuben bekommt, was ihm zusteht. Es ist Zeit, dass die Händler bezahlen. Sie sollen also nochmal bezahlen. Und du wirst für mich diese Angelegenheit regeln. Verstehe. Hast du sonst noch was zu erledigen? Ayla, die Perle der Stadt, wurde beraubt. Ich will sie wieder zurückhaben. Besprich die Einzelheiten mit, Jose. Welche Männer stehen auf deiner Liste? Die drei Händler hier in Braga. Jeder schuldet Zuben 500 Goldstücke. Und Abbas, der Wasserhändler. Von ihm erwarte ich einen Kelch. Sprich mit ihm. Er weiß genau, was ich will. Und Tufail? Was machen wir mit Tufail? Er trägt die Schuld dafür, dass der Tribut gestohlen wurde. Ich habe ihm bereits der Stadt verwiesen. Aber er ist noch in der Nähe. Wenn er zahlen kann, was ich nicht glaube, soll er von mir aus leben. Falls nicht, mach kurz einen Prozess mit ihm. Das wird den anderen als Warnung dienen. Na, sieh mal, wer da kommt. Was machst du hier? Das frage ich mich auch. Sicher ist es hier auf jeden Fall nicht. Und was suchst du hier? Eigentlich bin ich auf der Suche nach altem Wissen. Steintafeln nach. De Fakte. Halt alles, was uns das alte Volk hinterlassen hat. Wo sind die anderen Wassermagier? Saturas ist in der alten Tempelstadt Al-Sheddin angekommen. Er ist sich sicher, dass dort eines der göttlichen Artefakte liegt. Merdarion und eine Sippe Nomaden sind zum Tempel von Morasul aufgebrochen. Und Nefarius ist weit im Nordwesten. Er ist einer alten Legende auf der Spur. Über die anderen weiß ich nichts. Was hast du jetzt vor? Ich will weg hier. Ich habe Räuber im Rücken und Assassine vor mir. Das ist kein guter Ort, um Steintafeln zu suchen. Aber bei den Felsen im Westen ist ein Nomadenversteck. Azarus Sippe hält sich dort auf. Sie haben ein paar alte Inschriften entdeckt. Der Weg ist gefährlich. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Was habt ihr Wassermagier eigentlich mit den Nomaden zu tun? Wir sind ein Volk. Und bevor uns König Rober auf die Insel Korini schickte, zogen wir gemeinsam über das Land unserer Väter. Warum seid ihr dem Ruf des Königs gefolgt? Nun, Nordmar und Myrtana waren umkämpft. Die Orks eroberten eine Stadt nach der anderen. Wir glaubten, mit dem Erz von der Insel könnten wir den Krieg beenden. Na, das war ja wohl nichts. Nein. Der Krieg der Götter tobt nun schlimmer als jemals zuvor, weil er kurz vor seiner Entscheidung steht. Gut. Ich begleite dich zu Azaru. Ich kenne den Weg. Also folge mir. Hier ist das Versteck. Danke für deine Hilfe. Ich kann dir nicht viel geben, aber wenn du willst, teile ich mein Wissen über die alte Magie mit dir. Ja, gerne. Ich hätte gerne die Eislanze. Manchmal lässt sich ein Kampf nicht vermeiden. Du hast jetzt die Waffen, die du brauchst. Ich bring dich weg. Gut. Gut. Ich bringe dir Eila zurück. Ausgezeichnet. Sie wird mir die Nächte mit ihrem Tanz versüßen. Ich gehe davon aus, dass Azaru uns keine Probleme mehr bereitet. Azaru ist kein Problem mehr. Gut. Dann kümmere dich jetzt um irgendwas anderes. Hier, gib ein wenig Gold aus. Hier ist der Tribut von Bernardo. Er hat dir doch wohl keine Probleme gemacht, oder? Ähm, naja. Nein. Hier ist der Tribut von José. Ich denke, er wird dir keine Schwierigkeiten gemacht haben. Er ist ein guter Händler. Er hat allen Orks, die hier vorbeigekommen sind, Sklaven verkauft. Und der Pass ist der einzige Weg in die Wüste. Ich bezahle den Tribut für Luca. Ich hoffe, du hast wenigstens ein gutes Geschäft mit ihm gemacht. Ich habe den Kelch der Wasserhändler. Ah, dieser Kelch ist mir einen besonderen Dank wert. Hier. Das ist von Tufail. Was? Das ist... Aber... Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tufail das Gold alleine aufgetrieben hat. Sei vorsichtig, Reisender. Großzügigkeit kann eine große Schwäche sein. Aber Tribut ist Tribut. Gut. Ich nehme das Gold an. Wegen des Tributs. Ja. Ich bin einigermaßen zufrieden. Mehr ist hier wohl nicht zu holen. Es ist wohl besser, wenn ich bleibe, um die Ruhe zu bewahren. Was dich angeht, ich werde dich in Ishtar empfehlen. Mach weiter so. Dann wirst du bald ein Freund der Assassine sein. Was kannst du für mich tun? Da du dich als fähig erwiesen hast, werde ich dich in den Künsten der Magie unterweisen. Bernardo beliefert die Nomaden mit Waffen. Und das direkt vor meinen Augen. Dieser räudige Sohn eines Schakals. Dafür sollte ich ihn eigentlich umbringen. Hm. Aber wenn ich ihn töten lasse, wird das Dorf bald leer sein. Außerdem ist er der einzige Waffenhändler weit und breit. Ich schenke ihm das Leben, aber er wird dafür bezahlen, bis er schwarz ist. Und glaub mir eins, der Nächste, der versucht uns zu verarschen, wird den Tag seiner Geburt verwünschen. Was dich angeht, du hast dir deine Belohnung verdient. Hier. Du trägst große Macht in dir. Nutze sie zum Wohl der Welt. Woher hast du den Erzrohling? Da war so ein Kerl. Noch nicht lange her. Der brauchte Wasser und hatte kein Gold. Weißt du, wer der Kerl war? Hm. Mein Gedächtnis ist schwach. Hier, vielleicht hilft das deinem Gedächtnis wieder auf die Sprünge. Ja. Jetzt erinnere ich mich. Das war so gut aus Benzala. Ich glaube, er arbeitet für den Alchemisten. Nachdem er das Wasser hatte, ist er gleich nach Süden. Ich bin Sancho. Ich kann keine weitere Wache gebrauchen und wie ein Sklave siehst du nicht aus. Also, was willst du? Hast du Arbeit für mich? Ich bezahle schon genug Leute dafür, dass sie sich die Beine in den Bauch stehen. Aber wenn du richtige Arbeit willst, dann hab ich was für dich. Was hast du für mich zu tun? Ich habe schon länger nichts mehr von unserem Stollen aus Lago gehört. Fabius Goldlieferungen bleiben aus. Irgendwas stimmt nicht. Geh mal nach Lago und sieh dich dort mal um. Wo ist Lago? Lago liegt nordöstlich von hier. Es sind nur ein paar Hütten an der Küste. Selbst die Bezeichnung kleines Dorf ist unpassend. Aber wenigstens haben sie dort einen Stollen, von dem ich kein Gold mehr bekomme. Verdammt nochmal! Siehe, der Nordwind bringt uns einen Kämpfer. Ich bin Shakyor, der Löwe. Komm und trinke einen Schluck Wasser mit mir. Warum nennst du dich Löwe? Weil ich seine Macht teile. Sie wurde mir vor langer Zeit anvertraut. Die Macht des Löwen? Sein Stein. Ich trage den Stein des Löwen. Es ist einer der alten Druidensteine. Dann bist du ein Druide? Erzähl mir mehr. Ein Druide? Ich bin ein Jäger der Wüste. Den Stein bekam ich einst von einem, der weiser war als ich. Und seit ich ihn trage, ist die Kraft des Löwen mit mir. Aber er ist mir geliehen. Ich werde ihn weitergeben, wenn es an der Zeit ist. Verstehe. Was machst du hier? Wir haben Lago überfallen und alle Sklaven aus dem Stollen befreit. Wir? Du und dein Löwe? Und meine Brüder. Sie führen die befreiten Sklaven tief in die Wüste. Ich bin zurückgeblieben. Denn mein Kampf ist noch nicht vorbei. Und wann ist dein Kampf vorbei? Wenn das ganze Land von der Knechtschaft befreit ist. Und das war es einfach. Deswegen machen wir die jetzt auf die sinnloseste Art und Weise fertig, die es nur gibt. Oder auf die feigeste oder wie auch immer. Auf irgendeine Art halt. Füllten sie jetzt einfach. Weg mit denen. Was willst du hier? Hast du dich verlaufen? Nur Sklaven oder plündernde Nomaden kommen hierher. Und wie ein Sklave siehst du nicht gerade aus. Und du? Was machst du in diesem Nest? Ich? Ich bin hier der Boss. Gut. Meine Jungs sind nicht gerade die Elite des Landes. Ich habe ein paar Wachen. Einen Ork. Und einen ständig dichten Gladiator. Aber hier wächst verdammt nochmal das beste Sumpfkraut in der gesamten Wüste. Und ich habe einen Gärtner. Hat Zuben einen Gärtner? Oder König Robar? Wohl nicht. Alles klar. Wie ist die Lage? Wir wurden überfallen. Was glaubst du, wie die Lage ist? Jetzt wieder ruhig? Ja. Aber die Ruhe ist trügerisch. Die Nomaden wurden von Shakjör angeführt. Und ich wette, er ist noch irgendwo in der Nähe. Sancho schickt mich. Ach ja? Und was will der fette Sack? Er will wissen, wo sein Gold bleibt. Hast du schon mal einen Blick in den Stollen geworfen? Was ist passiert? Die Nomaden haben alle Sklaven mitgenommen. Und ohne Sklaven gibt's auch kein Gold. Hm. Ich werd's ihm ausrichten. Ja. Mach das. Er kann ja selber zur Spitzhacke greifen, wenn er sein Gold will. Ich habe mich um Shakjör gekümmert. Ich sagte doch, er ist nicht unbesiegbar. Löwe. Pah. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Ein Glück, dass der Sumpfkrauthandel gerade aufblüht. Ihr. Ich denke, damit wirst du zufrieden sein. Ich weiß, wer dein Gefangener ist. Ach ja. Und was glaubst du, wer er ist? Batras, der Wassermagier. Na toll. Woher weißt du das? Mammok hat's mir gesteckt. Der Typ ist so blöd, wie er dicht ist. Hm. Wenn ich ihn umbringen lasse, habe ich einen Kämpfer weniger. Das kann ich mir nicht leisten. Ich bin von Idioten umgeben. Aber ich brauche sie. Naja. Zumindest habe ich einen Gärtner. Ich war an Lago beim Stollen. Sind die Sklaven noch da? Nein. Lago wurde von Nomaden überfallen und die Sklaven sind weg. Bei Belias zornigem Atem. Jetzt reicht's mir aber langsam. Untote in Ben Salah. Nomaden in Lago. Anscheinend ist die ganze Welt verrückt geworden. Für diese Nachricht sollte ich dir eigentlich gar nichts zahlen. Aber natürlich bekommst du deinen Lohn. Untote in Ben Salah? Du hast noch nichts von den auferstandenen Leichen gehört? Nichts von den Rastlosen und Verfluchten? Äh. Lass dich davon nicht ablenken. Hier gibt es für dich mehr als genug zu tun. Bleibe einfach hier und halte dich fern von Ben Salah. Was hast du jetzt vor? Na was wohl? Wir besetzen den Stollen wieder. Du hast doch nach Arbeit geschrien. Geh zu Vasco. Er soll dir ein paar Sklaven freistellen. Aber nicht gerade die besten. Du wirkst ziemlich... Ausgezehrt? Naja. Ja. Meine Kumpels und ich, wir haben wochenlang in den Stollen geschuftet. Ich bin ziemlich fertig, Mann. Aber so ist das halt. Die einen haben Schwerter und die anderen buddeln. Du und deine Kumpels, ihr kommt jetzt mit mir. Klar doch. Wir sind ja noch nicht völlig im Arsch. Ich bring dich weg. Gut. Wir sind da. Na toll. Schon wieder hacken. Los. Fangt an zu arbeiten. Ist ja schon gut. Wir werden arbeiten. Hey. Was läuft hier? Wovon redest du? Du hast Sklaven in den Stollen gebracht? Ja. Sanctuary sein Gold haben. Mann. Der Stollen ist doch unbewacht. Da muss doch jemand aufpassen. Hier muss man sich auch wirklich um jeden Scheiß selber kümmern. Hast du die Sklaven weggebracht? Ja. Sie sind in Lago. Gut. Hoffentlich ist dort überhaupt noch Gold zu holen. Hier ist dein Lohn. Hast du noch was für mich zu tun? Nein. Du hast mir sehr geholfen. Ich denke, du kannst es in der Wüste noch weit bringen. Nun. Mit deiner Hilfe bestimmt. Verstehe. Gut. Mein Einfluss reicht zwar nicht bis ich da. Aber ich kann dir trotzdem helfen. Der Magier Sigmor aus Bakaresch schuldet mir noch was. Ich gebe dir diesen Brief für ihn mit. Vielleicht hilft dir das weiter. Viel Glück damit. Und das hier. Ah, da habe ich es gesehen. Der flug der Priester. Aber da muss noch einer sein. Das war nicht nur einer. Ja, da ist er. Hm. Dann legen wir ihm auch noch eine Zeitblase auf. Okay. Meine Robe des Feuers. Ach, geil. Na, Reisender, bist du auf der Flucht? Wieso Flucht? Untote Nomaden. Es gibt eine Menge Gründe, auf der Flucht zu sein. Aber egal. Trink ein wenig Wasser und ruhe dich aus. Was machst du hier? Ich? Ich bin hier der Chef. Das ist meine Oase. Tja, weißt du, die Nomaden machen uns das Leben schwer. Aber immerzu wollen sie uns angreifen. Vor allem dieser Hurid. Vielleicht kannst du dich ja mal darum kümmern. Wo finde ich Hurid? Nicht weit von hier im Süden. Meistens treiben sie sich bei alten Ruinen herum. Was ist zu tun? Hurid und seine Wander lauern in der Nähe. Sie warten nur darauf, unser Wasser zu stehlen. Also geh und mach sie fertig. Willkommen Wanderer. Trink einen Schluck Wasser mit uns. Was macht ihr hier? Wir haben gejagt und jetzt wollen wir zur Oase. Aber ein paar Assassinen haben sich dort breit gemacht. Kannst du mir was beibringen? Wir teilen unser Wasser und wir teilen unser Wissen. Lass uns die Oase zusammen angreifen. Gut, wir können angreifen, sobald du bereit bist. Greifen wir jetzt an. Auf geht's. Ich mach dich fertig. Du hast es gezeigt. Jetzt wirst du gut. Gepacht. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Hurid bitte. Und dann Power. Was willst du, Mora? Was machst du hier? Ich brachte Geschenke für die Assassinen. Rolling aus Erz. Rolling aus den Feuern Nordmars. Dafür soll ich ein Artefakt aus dem Tempel bekommen. Aber es wurde gestohlen. Gestohlen von dummen, gierigen Mora. Was hast du jetzt vor? Was glaubst du wohl, Mora? Wir passen auf die Stadt auf. Hilf mir, die Untoten zu besiegen. Mora's wie du sind schuld an dem, was geschieht. Ich traue dir nicht. Ihr plündert, was ihr könnt. Und dann haut ihr ab. Ihr habt keine Ehre. Wo ist der Tempel? Im Süden. Dort, wo die Toten Mora's herkommen. Da bezahlt man jahrelang Tribut an Zuben. Und was ist? Ein paar Kerle, die sich für ganz schlau halten, öffnen den großen Tempel. Sie öffnen den großen Tempel und beschwören damit Belias Zorn über uns alle herauf. Jetzt kann ich bis an mein Lebensende Tribut zahlen, um aus dieser Scheiße wieder rauszukommen. Verzeih meine Aufgebrachtheit, Sohn des Mutes. Aber diese Sache nimmt mich ziemlich mit. Das ist mir gerade aufgefallen. Kann ich mit dir handeln? Warum nicht? Bevor wir sterben, können wir wenigstens noch ein paar Geschäfte machen. Was ist hier eigentlich genau passiert? Basir war es. Dieser Sohn eines Diebes hat den Tempel geöffnet. Einfach so? Er hatte fünf Schlüssel. Nur Beliar weiß, wo er die aufgetrieben hat. Er wollte das göttliche Artefakt und versprach den Männern Schätze. In ihren Augen funkelte die Gier. Aber am Ende hat Basir sie alle betrogen. Erzähl mehr von Basir. Er zahlt einen hohen Preis für das göttliche Artefakt. Alle, die den Tempel betraten, sind tot. Er selbst ist auf und davon. Doch sein Geschäft ist noch nicht abgeschlossen. Beliar ist zornig. Du meinst? Ja, Basir hat den Tod verdient. Wie kann ich helfen? Hört euch das an. Er schlägt sich zu uns durch und fragt, wie er helfen kann. Das ist der Mutter des Mannes, der keine Gefahr fürchtet. So, sprich dein wahrer Held. Schon gut, komm zur Sache. Ich bitte dich, rette meine Stadt. Erschlage die Untoten. Tu, was immer notwendig ist, und befreie uns von diesem Fluch. Na schön. Und sprich mit Darrow. Er wird dir bestimmt mehr sagen können. Aber da ist noch eine wichtige Sache. Ein Geschäft, das mir anvertraut worden ist. Erzähl mir von diesem Geschäft. Wir haben zehn Erzrohlinge bekommen. Eine Lieferung von den Orks. Sie waren eigentlich für Ishtar bestimmt. Doch sie sind gestohlen worden. Aber ich weiß, wer der Dieb ist, und ich will, dass er für sein schändliches Tun bestraft wird. Er soll unter Innos sengendem Fluch verdursten. Die Geier sollen ihm die Augen heraushacken. Ja, ja, schon klar. Ich mach das. Wer ist der Kerl? So gut, einer unserer eigenen Männer. Dieser Verräter soll Beliars rasender Zorn in der Eilen. Ich hab mich um So gut gekümmert. Ausgezeichnet. Soll er in Beliars Reich schmoren für seinen Frevel. Du hast gute Arbeit geleistet. Und gute Arbeit wird mit gutem Gold belohnt. Dann speichern wir nochmal, und dann machen wir mal so. Äh, wo rennt ihr denn jetzt hin? Ich muss schon ein Stückchen raus aus der Stadt. Ah, das reicht. Okay. Das Geschäft ist abgeschlossen. Basir ist tot. Und Beliars Macht wächst weiter. Ich werde dafür sorgen, dass man davon erfährt. Was machst du hier? Was glaubst du? Ich verstecke mich. Es ist so schlimm. Sie, sie sind alle tot. Und auch wieder nicht. Sie starben, aber sie standen vor meinen Augen wieder auf. Ja, verdammte Untote. Ich bitte dich, bring mich weg von hier. Wo willst du denn hin? Zurück nach Benzala. Enzo wird meine Hilfe brauchen. Falls er noch lebt. Gut, ich bring dich zu Enzo. Ich danke dir. Ich habe dir jemanden mitgebracht. Mein treuer Diener Miguel. Ausgezeichnet. Ich danke dir. Und verzeih mir mein anfängliches Misstrauen. Vater der Gerechten. Du hast mir sehr geholfen. Na warte, Bürschchen! Okay. Warum bringen die ihn denn jetzt um? Deine letzte Stunde hat geschlagen. Vor allem auch Enzo selber. Mein treuer Diener Miguel. Den hast du fertig gemacht. Das Moral ist ein guter Moral. Hä? Ich verstehe das nicht. Warum bringen die denn Miguel um? Aber egal. Wir haben die Erfahrungspunkte dafür bekommen. Und mal so. Who cares? Belia. Gewähre mir Macht über Geist und Körper. Blitzschlag haben wir hier. Gewähre mir das höchste Wissen der alten Magie. Und dann Blitzbeschwörung. Währe mir magische Kraft. Bumm. Und Bumm. Daro vertraut mir. Also kämpfe mit mir. Du hast gezeigt, dass du es wert bist, Morra. Wir gehen zum Tempel und kämpfen gegen die Verdammten. Aber wir gehen nicht hinein. Morras haben das Unheil begonnen. Morras werden das Unheil beenden. Du gibst das Zeichen. Dann gehen wir los. Greifen wir jetzt den Tempel an. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Gehen wir. Ich denke, deine Stadt ist wieder sicher. Ich danke dir, Vater der Tapferkeit. Ich wusste es. Direkt als ich dich gesehen habe, wusste ich, dieser Mann wird uns retten. Ja, ja, schon gut. Genug der Worte. Lass mich dich mit Gold überschütten. Danke. Die Rettung von Benzala. Haben wir geschafft. Noch 5000 Erfahrungen. Und dann haben wir schon wieder ein Level Up. Wir sind bei Level 50, ey. Krass. Immer noch so eine Popel-Rüstung. Naja. Bringen wir etwas über alte Magie bei. Wie kann ich leichte Rüstungen richtig nutzen? Du musst sie richtig anziehen. Zieh alle Schnüre, Bänder und Riemen ordentlich an. Aber der Trick ist das Anziehen. Zieh sie richtig an. Und sie wird dich besser schützen. Aha. Habe ich mir doch gedacht, dass du das bist. Aber irgendwas an dir ist anders. Naja. Vielleicht werde ich auch nur langsam alt. Kronos, der Erzhüter. Wie ist es dir ergangen? Nun, dank den Fokussteinen haben wir den Weg zu unserem Volk zurückgefunden. Und was treibst du hier? Nach unserer Ankunft hielten wir es für das Beste, uns zu trennen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das war Satoras Idee, nicht meine. Wenn es nach mir gegangen wäre, wären wir zusammengeblieben. Aber auf mich hört ja niemand. Seitdem führt mich die Suche nach Wissen und Erleuchtung durch die Wüste. Wenn es etwas gibt, das du brauchst, so lass es mich wissen. Kannst du mir was beibringen? Die Geheimnisse Adanos werde ich mit dir teilen. So, und das war's. Mehr hat Kronos einfach nicht zu... 126 Mana-Tränke. Alles klar. Was kosten die? 31.500. Natürlich. Das war's jetzt einfach mit Kronos. Mit dem... Wenn wir nie wieder reden. Nie wieder. Er hat nichts mehr zu sagen. Ah ja, da ist er. Der erste Drache. Und das machen wir aber auf die ganz edle Weise Zeitblase. Und dann einfach ein paar Mal Blitzbeschwörn reinknallen in das Vieh. Ich bin Silvio und das hier ist Bakaresch. Lass deine Waffen stecken, solange du in der Stadt bist. Und lass deine Finger bei dir. Dann werden wir gut miteinander auskommen. Verstehe. Dann halte dich daran. Und Beliar erkannte seinen Feind und sein Zorn war groß. Willkommen in Bakaresch, der Stadt Beliars Pilger. Mein Name ist Amul. Ich bin einer der Schwarzmagier. Einen hübschen Tempel habt ihr hier. Ja, hm? Du willst ihn bestimmt von innen sehen, was? Aber du wirst nicht einen Fuß in den Tempel setzen, ehe ich es dir gestatte. Und was muss ich dafür tun? Was glaubst du wohl? Mach dich nützlich. Alles weitere wirst du schon alleine herausfinden. Na, ne? Hey, hey, du. Ja, genau du. Dich meine ich. Was willst du? Du siehst aus wie ein Mann, der schnell viel Gold verdienen will. Gegen wen kann ich antreten? Ah, ich präsentiere dir eine wunderbare Komposition der besten Wüstenkämpfer. Wir fangen an mit Irhabar, dem Blutigen. Er ist ein zäher Schweinehus, der seine Opf, äh, Gegner, gerne langsam fertig macht. Danach schicke ich dir Ahmed, den Vielseitigen. Es gibt kein Manöver, das er nicht beherrscht. Keine Bewegung, die er nicht kennt. Und der krönende Abschluss ist unser Champion, der ungeschlagene König von Bakarisch, Mufasa, der Wilde. Er hat in seiner Laufbahn über hundert Kämpfe ausgefochten und nur wenig als eine Handvoll verloren. Mal hier und dann... So, was ist jetzt mit den Tempelkämpfern? Das sind nicht nur irgendwelche Kämpfer. Oh nein, der eine war der Torwächter von Ishtar. Und der andere hat überall in der Wüste Nomaden gejagt. Beide haben sich den Job in Bakarisch verdient. Und mehr Männer umgehauen, als alle Barbaren zusammen. Schon gut. Du weißt, was ich will. Ich bin sprachlos, oh Champion von Bakarisch. Das ist ja mal was Neues. Du bist wahrlich ein großer Gladiator. Ehre und Ruhm dem neuen Champion. Wie sieht's aus? Lässt du mich in den Tempel? Du hast dich um Bakarisch verdient gemacht. Der Zugang zum Tempel ist dir gewähnt. Die aber, die Beljars zorniger Blick traf, fanden keinen Frieden mehr. Wie bist du hier reingekommen? Amul sagte, das geht in Ordnung. Amul? Amul ist alt. Er würde jeden in den Tempel lassen, der mit ein paar Münzen klimpert. Ich habe hier einen Brief von Sancho. Was? Zeig her. Ah. Mhm. Was? Ah. Verstehe. Ja, wenn das so ist, dann werde ich mich natürlich bei Zuben für dich einsetzen. Ein weiter Weg liegt hinter dir, Pilger. Ich hoffe, ich bin nicht umsonst gekommen. Solange deine Absichten im Sinne unserer Gemeinschaft sind, ist kein Weg umsonst. Ganz im Gegenteil. Wir belohnen jeden, der für uns arbeitet. Mit Gold, Ruhm und dem Wissen der dunklen Magie. Das klingt doch schon ganz gut. Wie sieht's aus mit meinem Ruf? Es steht außer Frage, dass du dich um uns bemüht hast. Aber es sind viele Fremde in unser Land gekommen. Einige kommen als unsere Gäste. Andere als unsere Feinde. Sie töten unsere Männer. Und sie rauben unser Gold. So geschah es jüngst, direkt vor unserer Stadt. Die Oase wurde geplündert. Was kannst du mir beibringen? Ich lehre dich die Kunst der dunklen Magie. Ich kümmere mich um die Oase. Gut. Mir kam zu Ohren, dass sich die Räuber aus dem Norden mit Nomaden verbündet haben. Lass sie den Zorn Biljas spüren. Machen einmal hier diesen. Und dann nehmen wir den Wüstenhäufer als erstes, damit der direkt abpratzt. Und dann nehmen wir den Wüstenhäufer als erstes, damit der direkt abpratzt. Hey, Sinika. Ist das alles egal. Na gut. So, hier noch irgendjemand. Sag mal, Redge lebt ja noch. Kann das denn sein? Da ist nichts zu holen. So. Eine Aktion in Gastfreundschaft. Beruf bei den Assassinen plus 20. Ich habe mich um die Banditen bei der Oase gekümmert. Du hast dich für unsere Gemeinschaft eingesetzt. Das war gute Arbeit. Soll es anderen als Warnung dienen? Niemand legt sich ungestraft mit uns an. Wir sind sehr zufrieden mit deiner Arbeit. Wir werden dafür sorgen, dass sich deine Tat herumspricht. Und hier ist der Lohn der Mühen. Hey, Lester. Wie ist es dir ergangen? Die Orks haben mich am Pass aufgegriffen und durch die Wüste geschleppt. Erst haben sie mich buddeln lassen. Aber dann haben sie mitgekriegt, dass ich die alten Tafeln lesen kann. Das hat mir so eine Art Sonderstatus eingebracht. Mann, die Tafeln sind super. Steht zwar viel Unfug drin, aber ich merke, wie meine magischen Kräfte wachsen. Ich spüre sogar die Magie, wie sie durch die Ruinen fließt. Ich habe Tamkosch das mit den Schlüsseln gesteckt. Jetzt will er, dass ich ihm den Tempel öffne. Hast du Steintafeln? Hier, nimm. Die kenne ich schon. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Hey, warte mal. Was rieche ich denn da? Du stinkst wie ein ganzes Sumpfkrautfeld. Ach das. Ja, ich habe was dabei. Das habe ich mir aus Lago besorgt. Hey, ich habe den Orks ein paar Goldstücke abgenommen. Meinst du, du kannst mir was verkaufen? Wir können es ihm nur verkaufen. Nimm das ganze Paket. Danke, Mann. Du bist ein echter Freund. Nein. Nein. Du bist ein echter Freund. Du hast uns einfach die zwei Steintafeln gegeben. Einfach so. Und wir haben dir gerade einfach das Ding verkauft. Anstatt es dir einfach auch zu geben. Hast du schon Schlüssel gefunden? Dachte ich mir doch, dass du deshalb hier bist. Hainen habe ich gefunden. Bei den Ruinen der Haina. Pass auf. Tamkosch will das Artefakt für sich. Also wenn wir in den Tempel gehen wollen, sollten wir ihn und seine Orks erst loswerden. Hast du einen Plan? Wir werden die Hilfe der Nomaden brauchen. Darum solltest du dich kümmern. Saturas ist auch hier. Er wird dir bestimmt helfen. Verstehe. Gib mir deinen Schlüssel. Hier ist der Schlüssel für den Tempel. Ich bin bereit, dir zu folgen, wenn du meine Hilfe brauchst. Vorsicht. Nichts anfassen. Schon gut. Ich pass auf. Ich habe Stunden damit verbracht, Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Du glaubst gar nicht, wie viele alte Steintafeln und Artefakte wir finden und wie aufwendig es ist, alles zu sortieren. Aber jetzt habe ich den Durchblick. Wegen dieser alten Artefakte. Ja, ja. Das meiste ist unnützer Tant. Kochrezepte und Liebesbriefe. Sowas halt. Erzähl mir vom nützlichen alten Wissen. Das alte Wissen ist der Schlüssel zur alten Magie. Ohne dieses Wissen wirst du nicht in der Lage sein, die alten Sprüche zu lernen. Schrifttafeln, Artefakte, Inschriften. Überall kann nützliches Wissen versteckt sein. Hier, diese Tafeln kann ich dir geben. Welche Fähigkeiten verleiht der Ring der Magie? Die Sache liegt etwa tausend Jahre zurück und unsere Aufzeichnungen sind spärlich. Wahrscheinlich verleiht er seinem Träger magische Fähigkeiten. Was ist der Ring der Magie? Haben wir noch nie was von gehört? Wieso fragt der Held das? Weißt du was über den fünften Tempel? Ah, der Verschollene. A-T-13. Ich habe alle Informationen dazu zusammengetragen. Bitte die Kurzversion. Gut. Wir glauben, es gibt fünf Tempel und in jedem liegt ein Artefakt. Richtig? Ja. So sollte es auch sein. So war es aber nicht. Das letzte Artefakt, ein Ring, ist niemals im Tempel gelandet. Zum Glück für uns. Denn sonst wäre diese ganze Geschichte schnell zu Ende. Wo ist dieser Ring dann? Lass mich dazu eine weitere Textstelle zitieren. Er aber ging nicht zum Tempel. Und seine Schritte führten ihn weit weg aus dem Land seiner Väter. Heißt das, er ist nach Norden gegangen? Das ist anzunehmen. Über die Gründe können wir nur spekulieren. Wo soll ich den Ring suchen? Such ihn im Norden. Vielleicht haben die Feuermagier noch Aufzeichnungen. Die Tempel der Feuermagier sind zerstört. Auch das Kloster in Nordmar? Dort haben sie doch eine Bibliothek. Das ist am anderen Ende der Welt. Ja, es ist ein gutes Stück zu laufen, aber du musst ja nicht sofort dorthin. Du hast dir viel Zeit gelassen. Warum kommst du erst jetzt? Ich. Keine Ausflüchte. Wir haben Großes vor. Und keine Zeit, um sie mit Rechtfertigungen zu verschwenden. Ich werde dich in alles einweihen, so gut ich kann. Wie seid ihr von der Insel weggekommen? Die Fokussteine haben uns seinen letzten Dienst erwiesen. Wir benutzen sie für ein Teleportationsritual. Leider mussten wir sie dafür zurücklassen. Wir haben die Steine nicht mehr. Aber unsere mächtigste Waffe ist unser Wissen. Und das ist nicht verloren. Was ist mit den Orks? Was soll mit ihnen sein? Sie sind bestimmt nicht wegen der Sonne hier. Sie wollen sich das göttliche Artefakt aus dem Tempel holen. Und das können und werden wir nicht zulassen. Also greifen wir sie an. Freiwillig werden sie nicht weggehen. Also wende dich an Wutras. Er wird wissen, was zu tun ist. Was muss ich wissen? Wir sind hier in Al-Shedim, einer Tempelstadt des alten Volkes. Den Inschriften zufolge wurde hier der Schutz des Körpers aufbewahrt. Klingt wie eine Rüstung. Eine Rüstung, eine Robe, ein Gewand. Irgendetwas dieser Art wird es sein. Eins ist sicher. Es ist eines der fünf Artefakte, die notwendig sind um... Um was? Wir sprechen später davon. Erst findest du diese Rüstung. Wo ist das Artefakt? Im Tempel? Natürlich. Und habt ihr den Tempel schon geöffnet? Wir haben herausgefunden, dass du fünf... Schlüssel brauchst, um den Tempel zu öffnen? Richtig. Einen der Schlüssel habe ich bereits besorgt. Wow. Und die anderen? Die haben hoffentlich das letzte Jahrtausend unbeschadet überstanden. Dann werde ich sie mal suchen. Irgendwelche Hinweise? Ich habe auf dieser Karte einige Stellen markiert. Es sind Berechnungen anhand des Fundorts des ersten Schlüssels. In tausend Jahren kann viel passieren. Also erwarte nicht zu viel davon. Weißt du, Saturas hat... Er hat schon einen Schlüssel besorgt. Lester hat einen Schlüssel gefunden. Lester, der von den Orks gefangen ist und nicht mal die Schlüssel gesucht hat, hat einen Schlüssel gefunden. Und Saturas hat auch einen Schlüssel gefunden. Und der hat sie... ...gesucht. Unfähiger, nutzloser, alter Mann. Wo hast du den Schlüssel gefunden? Ganz in der Nähe. In einer steinernen Truhe. Wir befinden uns hier im Viertel der Priester. Wie unschwer an der Architektur zu erkennen ist. Die Inschriften und Artefakte, die wir fanden, deuten darauf. Was passiert, wenn ich den Tempel öffne? Als vor tausend Jahren die große Flut über das Land hereinbrach, versteckten sich viele im Tempel. Der Tempel überdauerte. Eingeschlossen vom Wasser. Da kam niemand mehr raus. Ich vermute, dass durch die starke Magie die Skelette erweckt werden. Also nimm dir besser eine dicke Axt mit. Oder frag mal Myxia nach dem Artefakt der Totenwächter. Er hat da was erzählt. Vielleicht kann er dir helfen. Gibst du mir den Schlüssel? Besser, ich behalte ihn, bis du die anderen gefunden hast. Warum? Die Orks wühlen in den Geheimnissen des alten Innos-Volkes. Was auch immer sie finden werden, es wird Tod bringen. Was hast du vor? Saturas sagte, dass du kommst. Er sagte, wir sollen dich unterstützen. Das habe ich vor. Ich unterstütze dich mit allem, was ich weiß. Wir müssen die Orks aufhalten. Gut. Ich habe ein paar Männer hinter dem Lager der Orks in Stellung gebracht. Finde sie und sage ihnen, was wir vorhaben. Ich selbst werde mit meinen Männern von hier losschlagen. Aber du musst uns ein Zeichen geben. Ein Zeichen? Was für ein Zeichen? Am besten du greifst den obersten der Orks an. Wenn sie abgelenkt sind, schlagen wir zu. Was ist mit dem Artefakt der Totenwächter? 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 Er müsste unter AV37 liegen. Ach hier. Ich zitiere. Und ja, Rogol, der Wächter stieg hinab in die Gruft. Kommt zur Sache. Hier ist es. Trug er sein Artefakt gesegnet mit der Kraft des Lichtes und des Lebens. Und gab denen Ruhe, die keine Ruhe fanden. Und was soll das jetzt heißen? Ich schätze, es wird sich um etwas handeln, das dir bestimmt nützlich sein wird. Was macht ihr hier? Wir öffnen den Tempel, Maurer. Und du? Warum hast du keine Schaufel und buddelst? Lass uns gemeinsam den Tempel öffnen. Wir sind Krieger. Wir verhandeln nicht mit Maurers. Aber. Nein. Bring mir etwas über alte Magie bei. Ich will magische Kraft aus mir selbst ziehen. Ach so, und jetzt können wir das einfach. Der erklärt einem das einfach gar nicht. Alles klar. Natürlich. Ich habe die vier anderen Schlüssel. Was jetzt? Wir werden hier draußen die Stellung halten, während du den Tempel öffnest. Und ziehe nicht mehr Aufmerksamkeit auf dich als notwendig. Geh rein, hole das Artefakt und sieh zu, dass du wieder rauskommst. In einem Stück. Sieht aus, als wenn ich fünf verschiedene Schlüssel brauche, um die Tür zu öffnen. Na siehste, geht doch. Ich bin weg. Messer, du machst das. Ja, und Adonis Robe. Finde die Robe 2500 Erfahrungspunkte. Ich habe das Artefakt gefunden. Du hast es mal wieder geschafft. Wie? Dann bring jetzt das Artefakt in Sicherheit. Und was habt ihr jetzt vor? Was wohl? Dein Ausflug in den Tempel hat mehr Unheil angerichtet, als ich befürchtet habe. Irgendjemand muss sich darum kümmern, dass hier aufgeräumt wird. Und das werde ich wohl sein. Interesse an einem kleinen Geschäft? Was hast du anzubieten? Oh, hehehe. Ich sehe, ich habe deine Neugier geweckt, was? Ich kann dir sagen, wie du an einen der Tempelschlüssel von Morazul kommst. Und weiter? Nun, das kostet dich eine Kleinigkeit. Wie viel? 500 Goldstücke. Was macht ein Söldner in Morazul? Geschäfte? Was sonst? Du bist doch auch hier, um abzusahnen, oder etwa nicht? Wo ist der Tempelschlüssel? Hast du das Gold? Ja, hier. Gut, also. Der Tempelschlüssel ist draußen vor der Stadt. Wüstenräuber haben ihn. Sie haben ihn bei einem Überfall erbeutet und suchen nun einen Käufer. Weißt du, wo die Räuber sind? Ja, wenn du willst, führe ich dich hin. Führe mich zu den Wüstenräubern. Alles klar. Folge mir. So, mein Freund. Jetzt hat dein letztes Stündlein geschlagen. Verstehe. Du bist selbst Wüstenräuber, was? Wäre besser, wenn du mir jetzt ganz schnell deine erbeuteten Tempelschlüssel gibst. Woher willst du wissen, dass ich welche habe? Die dämlichen Dinge sind hier einen Haufen Gold wert. Einen habe ich schon erbeutet. Und jemand wie du kommt nicht nach Morazul, um Sklaven zu verkaufen. Ich wette, du hast dir auch schon den einen oder anderen Schlüssel an Land gezogen. Und die werde ich jetzt aus dir heraus prügeln. Achso. Sei gegrüßt, Hüter der tausend Münzen. Du siehst aus, als seist du auf der Suche. Bist du auch ein Jäger der verlorenen Tempelschlüssel von Morazul? Oder führt dich doch ein anderes Geschick als die Gier nach Profit in unser heißes Land, mein blasser Freund? Erzähl mir mehr über die Tempelschlüssel von Morazul. Oh ja, das will ich gerne tun. Zufällig habe ich einen in meinem Besitz. Vielleicht können wir ja ins Geschäft kommen. Was verlangst du für deinen Tempelschlüssel? Weißt du, den habe ich nicht ohne Grund erworben. Im Tempel liegt etwas, was ich gerne haben möchte. Was? Eine alte Vase. Sie ist übersät mit alten Schriftzeichen. Ich biete dir folgenden Handel an. Ich gebe dir den Schlüssel und du besorgst mir die Vase. Was hältst du davon? Ich hole dir deine Vase aus dem Tempel. Gut. Denk dran, sie ist über und über mit Schriftzeichen versehen. Und wenn du nicht lieferst, wird mir ein Kopfgeldjäger deinen Kopf liefern. Hier ist der Schlüssel. Und lass dir nicht zu viel Zeit. Teleportstein. Du bist noch nicht lang in der Stadt, was? Dann solltest du eins wissen. Morassul ist die Stadt von Gonzales. Von jedem Geschäft, von jedem Handel. Dir selbst von den Diebstähnen kassiert Gonzales seinen Teil. Du hast die Elitekrieger gesehen, die hier rumlaufen? Sie stehen unter seinem Befehl. Verstehe. Ich kann dir ein paar Aufträge verschaffen, damit du ein bisschen Gold in der Tasche hast. Morassul kann sehr teuer sein. Vor allem für Reisende. Was hast du für Aufträge? Kopfgeldjagd. Ich suche ein paar wirklich üble Burschen. Und einen Dieb. Außerdem ist da noch dieser verschwundene Assassine. Wer ist dieser Dieb, den du suchst? Sein Name ist Yusuf. Er hat Artefakte bei der Ausgrabung gestohlen. Was ist daran so ungewöhnlich? Erstens hat er die Artefakte gestohlen, mit denen der Tempel beöffnet werden kann. Und zweitens hat er sich erwischen lassen und ist getürmt. Das kann Gonzales ihm nicht durchgehen lassen. Immerhin sind die Orks immer noch Gäste in unserem Land. Verstehe. Was ist mit dem verschwundenen Assassinen? Sein Name ist Ramirez. Er arbeitet für den Schwarzmagier Ningal. Da bist du ja endlich. Hast du doch noch den Weg zur großen Arena von Morassul gefunden. Anga, wie kommst du hierher? Naja, ich bin die Küste rauf und schon war ich hier. Hab ein paar Kämpfe in der Arena hier gemacht. Und im Nu war ich Champion von Morassul. Schade, dass du meinen Kampf gegen Orkna Rock nicht gesehen hast. Erzähl mir von deinem Kampf mit Orkna Rock. Also pass auf. Zuerst tauschen wir beide ein paar Schläge aus. Tasten uns ab. Wuchtige Schläge treffen mich. Ich versuche zu blocken. Und ich gehe zu Boden. Dann wirbelt ihr die Axt, als wäre es eine Feder. Ich rappel mich hoch. Schlage ihm die Parade weg. Und erwische ihn voll aus der Drehung. Das war's dann. Und dann haben sie mich zum Champion erklärt. Offensichtlich hast du dich noch nicht zur Ruhe gesetzt. Ja, du hast recht. Ich sammle noch ein bisschen Startkapital. Aber ich fürchte, solange der Krieg der Götter nicht entschieden ist, werde ich auch keine Ruhe finden. Ich bin schon froh, dass wir von dieser verfluchten Insel Korines runter sind. Champion von Morassul zu sein, bedeutet den Jungs hier schon einiges, was? Naja, die Idioten hier waren ja auch nie in der Minenkolonie. Im Vergleich zu den Schlachten mit den Gardisten von damals, sind die Arena-Kämpfe hier ein Witz. Das einzig Interessante daran ist der Preis für den Champion. Die Mondklinge. Tolle Waffe. Mit Waffen hast du's immer noch drauf, was? Ich kann dir noch ein paar Sachen zeigen. Ah, ein neues Gesicht. Ich bin Philippe und leite die Arena. Ich bin... Interessiert an Ruhm, Ehre und Gold? Dann bist du bei mir an der richtigen Adresse. Was sind die Regeln? Du kaufst bei mir einen Kampfpartner. Gewinnst du, bekommst du das Doppelte zurück. Und für den Champion gibt's die Mondklinge. Was genau ist die Mondklinge? Der große Preis für den Champion der Arena. Das weißt du nicht? Pah! Ich kann dir versichern, dass ich die wohl begehrteste Waffe, die du hier in Morassul finden wirst. Selbst Gonzales, der mächtigste Mann der Stadt, würde die Mondklinge gern in seinem Besitz wissen. Möchte ich wetten. Ach was. Ich will gegen den Champion antreten. Ich hab's gewusst. Du gibst dich nicht mit einem Stück von Kuchen zufrieden. Du willst alles. Hm. Bürger von Morassul. Es ist mir eine Freude, den nächsten Kampf anzusagen. Der aktuelle, ungeschlagene Arena-Champion von Morassul, Angar, gegen den aktuellen und verdienten Herausforderer, der Fremde. Wie hab ich mich geschlagen? Mann, du hast es immer noch drauf, was? Ich gratuliere. Du bist jetzt der neue Champion von Morassul. Wird vielleicht doch Zeit, dass ich mich zur Ruhe setze. Hey, guter Kampf. Du bist wahrlich ein würdiger Champion. Was jetzt? Du hast den Champion geschlagen. Ich fürchte, es gibt nun erstmal keinen Herausforderer für dich. Aber ich habe auf dich gebettet. Hast mir ein hübsches Sümmchen Gold eingebracht. Wo ist mein Preis? Hier, diese edle Klinge gehört jetzt dir. Dankeschön. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Zeig mir, wie ich andere niederschlagen kann. Du hast nur eine Chance. Wenn dein Schlag nicht sitzt, kommt es zum Kampf. Und das willst du vermeiden. Also schleiche dich von hinten an das ahnungslose Opfer an und triff ihn genau an der Stelle zwischen Hals und Kopf. Wenn du hart genug zuschlägst, sackt er zusammen wie ein nasser Sack. Du kommst jetzt mit mir. Nichts lieber als das. Ich muss endlich wieder was tun, sonst werde ich bekloppt hier. Komm mit. Dann wollen wir mal. Was ist das? Warum bringst du dieses Unheil zum Tempel? Masi sagt, das geht klar mit dir und diesem Orknerrock. Hat Veliars Schatten dich völlig verlassen? Nichts geht klar. Schaff ihn weg. Bring ihn zu Kalash. Was hast du für ein Problem mit Orknerrock? Der alte Mesir hat mich gewarnt. Er sagte mir, was mir gehen wird, wenn der Mann aus dem Norden kommt. Unheil wird er uns bringen. Wer ist dieser Mesir? Ein alter Artefaktsucher. Er lebt hier in den Ruinen. Er spricht wahre und weise Worte. Und er hat mich gewarnt. Verdammt! Das werde ich niemals schaffen. Was ist dein Problem? Ich komme bei der Suche nach den göttlichen Artefakten nicht weiter. Die Wüstenläufer fressen meine Sklaven. Der Tempel aus uraltem, massiven Gestein. Ich kann ihn nicht einreißen. Aber um durch das Tor ins Innere zu gelangen, fehlen mir noch einige Schlüssel. Es ist zum Verzweifeln. Ich fürchte, ohne die restlichen vier Schlüssel kommen wir nicht in den Tempel hinein. Meinst du, in diesem Tempel ist ein göttliches Artefakt zu finden? Da wette ich drauf. Wenn nicht in diesem Monument des alten Volkes, wo dann? Verstehe. Ich habe hier einen Sklaven für dich, Orknerrock. Einen Nordmarkkrieger bringst du mir? Nimm ihn weg! Ich habe keine Verwendung für einen Ork-Söldner. Von mir aus gehe mit ihm Wüstenläufer jagen. Hauptsache, er steht mir nicht im Weg herum. Erzähl mir mehr über die restlichen Schlüssel des Tempels. Fünf Schlüssel brauchen wir, um den Tempel zu öffnen. Einen habe ich schon in den Ruinen gefunden. Fehlen noch vier weitere. Und ich brauche jemanden, der sich unter den Morras bewegen kann, ohne Aufsehen zu erregen. Du kannst dieser jemand sein. Worauf willst du hinaus? Die Morras stehlen meine Artefakte und bringen sie nach Morasul. Die Schlüssel werden auch dort sein. Ich will, dass du sie findest. Warum gehst du nicht selbst nach Morasul? Die Stadt ist voller ehrloser Diebe. Gehe ich dorthin, werden sie mir meinen Schlüssel auch noch stehlen. Nein. Nein, ich bleibe hier beim Tempel und bewache den Einen. Du bist ein Morra, einer von ihnen. Du wirst nach Morasul gehen. Bring mir die restlichen vier Schlüssel zum Tempel. Hast du gehört? Wir sollen Wüstenläufer jagen. Na ja, wenigstens besser, als hier die Spitzhacke zu schwingen. Ich denke, ich brauche dich jetzt nicht mehr. In Ordnung. Dann kann ich ja endlich mein eigenes Ding durchziehen. Ich danke dir. Hier, nimm dies. Es wird dir helfen. Leb wohl. Wohin des Weges fremder? Ich suche hier ein paar Artefakte. Na sowas, Junge. Ich auch. Willst du tauschen? Ich suche Ramirez. Hast du ihn gesehen? Ramirez? Ramirez? Ja, ja. Weißt du, wo er steckt oder nicht? Ja, ich weiß, wo er ist. Ich kann dich zu ihm bringen. Ich sage dir was. Ich bin ein alter Mann. Meine Lebensjahre ziehen vorbei, wie der Wind über die Dünen streicht. Was willst du? Ich will noch einmal die Freuden von Muratsoase genießen. Also, bringe ich dich erst zu Ramirez und dann begleitest du mich zu Muratsoase. Hm, na gut. Bring mich zu Ramirez. Dann folge mir, Vater der Freuden. Wir sind da. Er ist dort unten. Hier habe ich, als ich das erste Mal hier war, gedacht, das ist doch garantiert eine Falle. Aber ist gar keine Falle. Hier liegt einfach nur Ramirez unten drin. Und hat einen Erzrohling dabei. Und? Hast du ihn gefunden? Zumindest das, was übrig war. Dann lass uns jetzt zu Muratsoase gehen, bevor wir auch noch so enden wie er. Gehen wir zu Muratsoase. Ich kenne den Weg, aber du musst mich beschützen. Ah, wir sind da. Wunderbar. Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt können wir uns eine Weile ausruhen. Hier, nimm das. Ich bin sicher, es wird dir gefallen. Wegen der Geschenke für Gonzales. Sprich, was hast du anzubieten? Ich habe hier eine schöne Frau für ihn. Welch überaus reizendes Geschenk. Gonzales wird amüsiert sein. Ich bringe eine schöne Tänzerin. Hm, in der Tat. Eine Schönheit. Ein gutes Geschenk. Sie wird ihren Platz an der Seite meines Herren finden. Ich bringe ihm die Mondklinge. Die Mondklinge, sagst du? Der große Preis der Arena von Morassur? Ein nützliches Geschenk. Gonzales nimmt dein Geschenk dankbar an. Ist Gonzales auch an Sumpfkraut interessiert? Ich habe hier ein ganzes Paket. Du bist ein Mann mit Geschmack. Ja, das wird Gonzales erfreuen. Hier, das Zeug kommt aus Lago. Gonzales wird darüber sehr erfreut sein. Ich bringe Gold für Gonzales. Ah, ja. Gonzales wird sich freuen über diese Gabe. Gold ist immer gut. Jedoch macht Gold allein nicht glücklich. Ich habe hier was für Gonzales. Ein paar Schuldscheine von Masil? Er will doch ein Geschäft mit Gonzales machen. Ich denke, das ist ein überaus kluges Geschenk. Gonzales wird erfreut sein. Gib mir den Kelch des Feuermagiers. Im Namen Beliars. Nimm ihn und jetzt verschwinde. Hey Fremder, hast du Wasser? Hier, trink mal einen Schluck. Danke Mann, das tut gut. Was machst du hier draußen? Bist du ein entlaufender Sklave? Tja, lässt sich schlecht verbergen. Du wirst mich doch nicht verraten, oder? Es gibt bestimmt etwas, was ich dir geben kann. Aber bitte lass mich gehen. Was hast du mir zu sagen? Jeder ist hinter mir her. Ich habe die Schlüssel zum Tempel von Morazul geklaut und habe sie an einflussreiche Leute verkauft. Doch bevor ich den letzten verkaufen konnte, musste ich abhauen. Wem hast du die Tempelschlüssel in Morazul verkauft? Ich hatte vier Schlüssel. Der Söldner Kirk hat viel Gold für einen der Schlüssel bezahlt. Einen habe ich an Ilja verkauft. Und den dritten an den Boster statt, González. Sieh mal einer an. Demnach hast du noch einen Tempelschlüssel. Gib ihn mir. Na schön. Ich hoffe nur, du lässt mich am Leben. Ich ahne, was du vorhast. Du willst den Tempel öffnen. Lass dir gesagt sein, ein Fluch liegt über diesem Tempel. Ach ja? Der alte Messia hat mich gewarnt. Er sagte, großes Unheil wird über uns kommen, wenn der Tempel geöffnet wird. Diese verfluchte Wüste macht mich noch fix und fertig. Was ist passiert? Nicht genug, dass es hier verdammt heiß ist. Man muss sich auch noch mit diesem Viehzeug herumärgern. Ich hatte einen Lagerplatz, drüben im Norgten. Eines Nachts kamen die Suncrawler und haben mich fast erledigt. Eins von den Biestern hat dann zu guter Letzt noch meinen ganzen Kram gefressen. Gefressen! Verstehst du? Aber ich habe dem Mistvieh ordentlich eins verpasst, bevor ich geflohen bin. Der Suncrawler sollte noch derbe verwundet sein. Naja, alleine gehe ich da jedenfalls nicht mehr hin. Das ist die Hölle, sage ich dir. Was macht ein Paladin in diesem Land? Ich bin auf einer heiligen Mission. Die Feuermagier gaben mir den Auftrag, nach den Feuerkelchen zu suchen. Tja, und ich habe einen gefunden. Das war nicht leicht. Das kannst du mir glauben. Und jetzt ist der Kelch im Bauch dieses Suncrawlers aus der Hölle und wandert lustig durch die Wüste. Lass uns deinen verwundeten Suncrawler suchen. Ich brauche das Mistvieh nicht zu suchen. Ich weiß genau, wo es ist. Folge mir. Jetzt wird abgerechnet. Guck dir das an. Hier ist mein alter Lagerplatz. Dein verwundeter Suncrawler ist erledigt. Gut so. Dieses Mistvieh war von Bilja selbst besessen. Glaub mir. Was ist jetzt mit deinem Feuerkelch? Ich brauche nochmal deine Hilfe. Schneide den Suncrawler auf und hol das Ding aus ihm heraus. Dann bringst du den verdammten Kelch zu den Feuermagiern nach Nordmar. Ich werde hier weitersuchen, ob ich doch noch mehr finde. Bilja, gewähre mir Ausdauer. So, ich habe außerdem noch eine Drachenwurzel gegessen und wir hatten noch zwei Ausdauertränke. Die habe ich hier uns auch mal reingefahren. Und dann haben wir jetzt noch fünf Dinger übrig und 300 Ausdauer. Kann ich mit Gonzales sprechen? Gonzales ist sehr beeindruckt von deinen Taten. Wenn du mich fragst, wirst du es bei den Assassinen weit bringen, wenn du so weitermachst. Danke. Das wollte ich hören. Geh am besten gleich zu ihm. Er erwartet dich. Du hast dich also um Morassur verdient gemacht. Dann weißt du bestimmt auch, dass der Assassine Ramirez verschwunden ist. Was kannst du für mich tun? Da du dich als fähig erwiesen hast, werde ich dir die Kunst der Magie beibringen. Ich habe Ramirez im Ruinenfeld gefunden. Er ist tot. Das ist außerordentlich bedauerlich. Die Ruinen sind sehr gefährlich. Doch er kannte die Gefahr. Er konnte sie einschätzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er von Sandcrawlern gefressen wurde. Nein. Sein Tod hängt mit seinem Auftrag zusammen. Hier. Das ist für dich. Welchen Auftrag hatte Ramirez? Aus Benzala ist eine Lieferung Erzrohlinge gestohlen worden. Einige davon sind hier in Morassul bei den Händlern aufgetaucht. Ich habe Ramirez auf die Sache angesetzt. Er verfolgte eine Spur. Er glaubte, den Erzdieb gefunden zu haben. Und wahrscheinlich hat er das auch. Du glaubst, dass der Erzdieb auch der Mörder ist. Ich will, dass du an der Sache dran bleibst. Finde seinen Mörder und räche Ramirez. Aber sei dir sicher, dass du den richtigen erwischst. So. Es gibt schlechte Nachrichten. Jemand greift unsere Städte an. Wenn wir den Schuldigen finden, machen wir mit dem kurzen Prozess. Kommst du zu mir, um mir ein Geschenk zu machen? Lassen wir das. Ich will mit dir reden. Na gut. Du hast es bis zu mir geschafft. Also soll deine Mühe auch belohnt werden. Lass uns reden. Erzähl mir was über die Orks. Sie werden von einem eisernen Willen angetrieben, der sie sogar bis hierher geführt hat. Bemitleidenswerte Kreaturen. Die Orks sind in die Wüste gekommen, obwohl sie das Klima und die heiße Sonne gar nicht vertragen. Wenn du mich fragst, werden alle im heißen Sand der Wüste verrecken, noch bevor der nächste Sommer naht. Ich mache mir Sorgen um die Nomaden und ihre geistigen Führer. Die Wassermagier. Ich bin auf der Suche nach den Schlüsseln zum Tempel. Interessant. Wie kann ich dir helfen? Weißt du etwas über die Schlüssel? Also gut. Wir sind beide Geschäftsmänner und ich will deshalb nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich habe einen der Schlüssel in meinem Besitz. Was verlangst du für den Schlüssel? Die Orks wollen die Artefakte des alten Volkes und drehen in der Wüste jeden Stein um. Sie würden jeden Preis bezahlen, um in die tiefsten Heiligtümer des alten Volkes zu gelangen. Dieser Schlüssel ist also einiges wert. Nach dem momentanen Stand der Dinge würde ich ihn dir für 10.000 Goldmünzen überlassen. Meiner bescheidenen Meinung nach geschenkt. Wie hört sich das an? Ich werde dir den Tempelschlüssel aus deinen kalten Händen reißen. Das vielleicht nicht, aber was man eventuell nochmal testen kann... Wir können ihn einfach umhauen und den Tempelschlüssel holen. Ja, und jetzt müssen wir mal die 10.000 nicht geben. Wo ist das Problem mit den Wassermagiern? Die Nomaden folgen ihnen und ihrem falschen Gott Adanos. Wir versklaven die Nomaden. Trotzdem scheint ihre Zahl nur noch größer zu werden. Sie plündern unsere Häuser, überfallen unsere Karawanen und haben nur eins im Sinn. Die Vertreibung unseres Volkes, der Assassinen aus der Wüste. Wenn wir ihre Führer, die Wassermagier, töten, wären sie nicht mehr so zuversichtlich und mutig. Dieser Ort ist gefährlich. Verschwinde. 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 Okay, ich glaube, er hat nichts zu sagen. Tja, aber ich weiß gar nicht, wie man... Wie kommt man denn eigentlich da drauf? Aber keine Ahnung mehr. Aber das hier sind die Assassinen, die Ramirez getötet haben. Und deswegen... Deswegen bringen wir sie jetzt um. Du, Wanderer, endlich bist du gekommen. Was willst du? Merdarion, der Wassermagier, schickt mich. Ich bringe dich zu ihm, wenn du es wünschst. In der Wüste kann es ziemlich heiß werden. Deshalb ist es gut, wenn ein Mann weiß, wie er sich vor der Hitze schützen kann. Der Held mit seinen Weisheiten da immer. Bring mich zu Merdarion. Folge mir, Wanderer. Das ist doch jetzt ein Witz. Also das ist doch jetzt wirklich ein Hohn. Und hoffen, dass der Nuermans nicht durch die Wand rennt. Wir sind da. Es ist gut, dass du gekommen bist, Wanderer. Gut, dass du gekommen bist. Merdarion, was machst du hier? Ich studiere die Schriften des alten Volkes. Was kann ich für dich tun? Erzähl mir von deinen Studien. Du solltest dir altes Wissen aneignen. Die alte Magie ist eine mächtige Waffe. Ich kann dir nur das geben, was ich gefunden habe. Aber in den Ruinen lebt der alte Mesir. Er handelt mit alten Artefakten. Ich habe den Nomaden von dir erzählt. Als sie von deinen Heldentaten hörten, konnte ich sie kaum bändigen. Wenn du vorhast, Morasul anzugreifen, kannst du auf die Hilfe der Nomaden zählen. Sie wollen alle an deiner Seite kämpfen. Ich kenne den Mörder von Ramirez. Und? Wer ist dafür verantwortlich? Ein Assassine namens Hassan. Hassan also. Er hat für Nerusul gearbeitet. Und der hält sich zur Zeit in Ishtar auf. Sieh zu, dass dir der Einlass nach Ishtar gewährt wird. Und knöpfe dir diesen Nerusul mal vor. Ich werde meinen Einfluss bei Zuben für dich geltend machen. Mehr kann ich nicht tun. Ach, und ich gehe davon aus, dass Hassan seine gerechte Strafe bekommen hat. Was genau soll ich mit Nerusul machen? Finde heraus, ob er wirklich hinter dem Erzdiebstahl steckt. Und falls das so ist? Dann erteile ihm eine letzte Lektion. Wir sind vielleicht ein Volk von goldgierigen Bastarden, aber... Wir werden niemals zulassen, dass lumpige Diebe wie Hassan zu Macht und Reichtum kommen. Ich habe mich um Hassan gekümmert. Dann ist der Tod von Ramirez gerecht. Gut. Hier, nimm dieses Gold. Du hast es dir verdient. Wegen des Einlasses nach Ishtar. Wenn du weiter so arbeitest wie hier in Morasul, wirst du schon bald vor Zuben stehen. Überzeuge noch ein paar der anderen Magier, dann bist du schon so gut wie in Ishtar. Ich habe die vier anderen Schlüssel. Gib sie mir und zwar schnell. Verstanden? Ein Moment mal. Was habe ich davon? Ich muss hier meinen Auftrag erfüllen und du warst ein nützliches Werkzeug. Doch jetzt, wo die Schlüssel hier sind, habe ich keine Verwendung mehr für dich. Verstehe. In diesem Fall werde ich dir überhaupt nichts geben. Gib mir die Schlüssel, sonst hacke ich dir den Kopf ab. Dreckiger Morra. Als wärst du bluten. Ei, 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 ei. So, da haben wir die restlichen Schlüssel und dann öffnen wir den Tempel. Das wäre also geschafft. Die Tür ist offen. In dieser Truhe befindet sich Ilias Artefakt. Das sollten wir ihm ja bringen. Und den Korb öffnen wir so. Binde die Krone und wir haben Adanos Krone. Hier ist deine alte Vase aus dem Tempel. Du warst im Tempel? Du beeindruckst mich sehr. Zeig her das gute Stück. Ja, das ist sie. Endlich. Du weißt gar nicht, wie lange ich schon hinter ihr her war. Damit sind wir jetzt quitt. Aber ich sag dir was. Ich leg noch was drauf, weil du dein Versprechen gehalten hast. Jemand wie du ist selten. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. 2000 Gold nochmal. Nice. Danke, Ilias. Du bist auch ein netter Kerl. Du hast das Artefakt gefunden. Sehr gut. Falls du Satoras suchst, er hat sein Lager beim Tempel von Al-Shedim aufgeschlagen. Erzähl mir mal was Neues. Der Tempel von Morasul ist geöffnet. Das war ja auch nicht zu übersehen. Die Toten wandern über das Land und machen alles, was ihnen begegnet, dem Erdboden gleich. Wir müssen dem Treiben ein Ende bereiten. Was können wir tun? Die Horden der Toten werden angeführt von fünf untoten Feldherren. Wenn diese fallen, können wir das Schlimmste verhindern. Lass uns die Untoten aufmischen. Ja, lass uns in die Schlacht ziehen. Die Feldherren des alten Volkes gehören nicht in diese Zeit. Ihre Herrschaft ist schon lange vorbei. Folge mir. Alles in Ordnung? Klar. Bleib dicht hinter mir. Wir müssen sie alle erwischen. Wir dürfen nicht zögern. Das wäre unser aller Tod. Nicht aufgeben. Folge mir. Bald haben wir es geschafft. Los, weiter. 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 Du hast das Artefakt gefunden. Ich werde nicht zulassen, dass du damit entkommst, Moran. Ich werde dich töten. Ach, geh mir doch nicht auf die Nerven. Die Untoten gehören einfach nicht in diese Welt. Die Feldherren der Untoten sind Geschichte. Sehr gut. Dann haben die Toten bald wieder Ruhe. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Gib auf dich Acht. Wir alle brauchen dich noch. Nimm die mit auf den Weg. Adonis sei mit dir. Ich widme mich wieder meinen Studien. Es gibt noch viel zu tun. Jetzt wirst du was erleben! Gut, ihr könnt euch ja mit Medarion prügeln. Wir rennen mal eben wieder zurück in die Höhle und töten Kajor. So, und dann nehmen wir mal hier unsere Zeitblase auf den Wüstenläufer und dann unsere Flammenwelle. So, und ich denke, das sollte es dann auch gewesen sein. Schnappen wir uns den Teleportstein und dann zeige ich nochmal, dass man sich hier ganz easy einfach an den Wachen vorbeischleichen kann. Und Isch da betreten kann. Aber die Wachen mögen das nicht so gerne. Bis auf Asam, den interessiert es dann halt gar nicht. Aber der ist derjenige, der einem den Zugang gewährt. Und dann haben wir hier den eulen Nefarius. Hallo! Gut, dass du da bist. Du kommst zur rechten Zeit. Du wirkst aufgeregt. Ich stehe kurz davor, das Geheimnis um Haranho zu lüften. Und du kannst mir dabei helfen. Erzähl mir von Haranho. Haranho war ein großer Krieger des alten Volkes. Seine Reisen führten ihn tief in die Wüste. Dabei lernte er die Lebensweise der Nomaden kennen und schätzen. Schließlich gab er sein altes Leben auf und schloss sich den Nomaden an. Und weiter? Seine Entscheidung erzürnte die Herrscher des alten Volkes. Auf ihren Befehl hin machten sie Jagd auf Haranho. Und jetzt kommt's. Haranho erkannte jedoch die Weisheit der Wassermagier und verstand die Mächte Adanos. So gelang es ihm, seine Verfolger immer wieder aufzuhalten. Heißt das, er hat Zauber gewirkt? Davon gehe ich aus. Wie geht die Geschichte weiter? Schließlich gelang es den Kriegern des alten Volkes Haranho zu töten. Doch die Nomaden stahlen seinen Leichnam und brachten ihn in ein Grab. Und du weißt, wo das Grab ist? Sie brachten ihn in ein steinernes Grab im grünen Tal. Eine Höhle? Ja. Sind dir schon die abgestorbenen Bäume aufgefallen? Du meinst, das sind die Reste vom grünen Tal? Genau. Dort finden wir sein Grab und mit ein bisschen Glück auch seinen Zauberhau. Lass uns zusammen das Grab suchen. Gut. Ich bin bereit. Aber du gehst vor. Ha! Eine Höhle. Sehen wir uns das mal an. Bist du sicher? Ich glaube, ich habe da etwas gehört. Natürlich hast du was gehört. Solche Höhen sind immer voller Monster, Untoter oder sowas. Ach was? Wirklich? Das ist nicht die erste Höhle, die ich betrete. Dann geh doch mal nachsehen. Ich gebe dir Rückendenkung. Sag einfach, wenn du bereit bist. Das Grab ist sicher. Dann können wir uns ja mal in Ruhe umsehen. Und? Hast du den Zauber gelernt? Ach, ich beginne die Zusammenhänge zu verstehen. Es wird reichen, um dir die notwendigen Komponenten beizubringen. Ich werde dich den alten Spruch lehren. Er kann uns halt auch nur das beibringen, sonst nichts. Und dann reden wir mal mit Gonzales, denn der hat noch einen Auftrag für uns. Das, den haben wir ja nicht angenommen. Aber das können wir ja jetzt machen. Ich werde alle Wassermagier aufspüren und töten. Ha! Das ist kein leichtes Unterfangen. Sie haben sich über die gesamte Wüste verteilt und werden von den Nomaden versteckt und beschützt. Folge den Spuren der Nomaden in den Ruinenfeldern und du wirst ihre geistigen Anführer finden. Beljar, steh dir bei. Wie viele Wassermagier sind hier in der Wüste? Es sind sieben an der Zahl, soweit ich das sagen kann. Satoras ist der oberste und wichtigste von ihnen. Einer heißt Watras, der auch eine wichtige Rolle in ihren Kreisen spielt. Dann sind da noch Myxir, Nefarius, Rjordian, Kronos und Merdarion. Ja, ich erinnere mich. Ich bin den Jungs schon auf der Insel Korines begegnet. Tja, dann wirst du ja wissen, wie du sie am besten aus dem Weg räumen kannst. Wir werden sehen. Blitzbeschwören. Stirb. So, damit hätten wir jetzt 76 Ruf und dann können wir Nefarius auch einfach töten. Dann nehmen wir das. Natürlich ist er irgendwie durch die Wand und nach oben geflogen wahrscheinlich. Ah, da ist er. Er ist einfach in die Höhle, in die Wand reingefallen und die oben wieder rausgekommen. Das ist Gothic 3. Das machen wir auch, indem wir ihm einfach den Schädel zertrümmern. Und dann können wir hier aufmachen. Aber umbringen können wir ihn trotzdem sehen. Halt! Keinen Schritt weiter! Wie sieht's aus? Kann ich rein? Du hast das Recht, die Stadt Ishtar zu betreten. Doch vorher werde ich dir die Regeln der Stadt erklären. Lass mich raten. Kein Ärger, sonst gibt's aufs Maul. Alles klar. Du kennst die Regeln der Stadt. Hallo, Zuben, der Erwählte. Man sagt, ein Krieger ist gekommen. Ein Krieger aus dem Norden. Du kommst spät. Die Prüfung hat bereits begonnen. Was ist das für eine Prüfung? Ich bin auf der Suche nach einem Mann. Einem Kämpfer, der bereit ist, eine wichtige Aufgabe zu übernehmen. Achso, ich dachte, er will heiraten. Naja, gut. Du kannst aufhören zu suchen. Ich werde deine Aufgabe übernehmen. Ja, das glaube ich auch. Aber wie ich bereits sagte, die Prüfung läuft. Also wirst du daran teilnehmen. Sprich mit Ugrasal. Er kümmert sich um die Einzelheiten. Ich bin Ugrasal. Kämpfer für Zuben und Ausbilder. Was führt dich nach Ishtar? Ich komme wegen der Prüfung. So. Die hat schon begonnen. Aber wenn Zuben dich schickt, kannst du dein Glück versuchen. Was ist zu tun? Es ist recht einfach. Jeder in der Stadt hat das Recht, dir eine Prüfung zu stellen. Und glaub mir, die meisten finden das toll. Ich werde dich beobachten. Mal sehen, wie du dich so machst. Wer sind meine Konkurrenten? Zarkos. Er ist ein guter Kämpfer. Er hat eine eigene Truppe aufgestellt und ist auf Löwenjagd. Und Surus, der Magier, nimmt auch an der Prüfung teil. Ich glaube, er ist auch noch in der Stadt und braut Tränke. Ich will eine Prüfung von dir. Natürlich willst du das. Gut, dann höre. Reise nach Bakarisch. Die Magier dort schulden mir ihren Tribut. Also wirst du ihn mir bringen. Ich nehme an der Prüfung teil. Was denn? Du willst derjenige sein, der Zubens Aufgabe übernimmt? Seit Jahren trainiere ich meine Fähigkeiten. Wie lange bist du hier? Ein paar Tage? Kleiner, du hast keine Chance. Das werden wir ja noch sehen. Genau, das werden wir noch sehen. Was willst du von Neruzul, dem größten Schwarzmagier von Ishtar? Soll ich dir übers Haar streichen, weil du es geschafft hast, in die Stadt zu kommen? Ich dachte, Zuben wäre der größte Magier hier. Genau, und das ist er auch. Du hast den Erzdiebstein in Auftrag gegeben. Diese Idioten, sie haben mich betrogen. Sie sollten mir die Rohlinge bringen. Stattdessen haben diese Schwachköpfe sie für ein paar lumpige Goldstücke verkauft. Naja, Erzrohlinge sind einiges wert. Ein paar lumpige Goldstücke. Als Erzwaffen sind sie das Zehnfache wert. Eine Handvoll Assassinen, ausgerüstet mit diesen Waffen, kann niemand aufhalten. Niemand, nicht einmal Zuben und ich werde der neue Herrscher aller Assassinen. Hey, komm mal wieder runter. Du hast die Erzrohlinge nicht, nicht einen einzigen. Verdammt, na gut. Pass auf, vergessen wir diese kleine Angelegenheit. Ich zahle dir 2000 Goldstücke und wir schweigen für immer darüber. Wie sieht es aus? Sind wir im Geschäft? Du wirst für deine Taten bezahlen, mit deinem Blut. Du wagst es, mein Angebot auszuschlagen? Ja, du bist vollkommen irre, Mann. Belya selbst hat mich als einen Diener auserwählt. Und ich werde dich direkt zu ihm schicken. Nun wirst du sterben. Hey, hast du nicht was vergessen? Was? Du nimmst doch an der Prüfung teil. Jetzt glaub bloß nicht, dass ich dich nicht prüfen werde, nur weil ich nicht in der Stadt stehe. Was darf's denn sein? Dein Konkurrent Zarkos ist schon ziemlich lange da draußen. Er jagt Löwen oder sowas. Er hat mir eine alte Schale abgenommen. Abgenommen? Beim Kampf in der Arena. Aber er hat nur durch einen Trick gewonnen. Also bring mir die Schale zurück und erledige Zarkos bei der Gelegenheit. Hast du sonst noch was? Du solltest vorsichtig sein. Da draußen lauern ein paar richtig üble Burschen. Ich glaube, die suchen dich. Wo kommen die denn her? Tja, ich schätze, du hast dir in der Stadt ein paar Feinde gemacht. Wo kann ich Zarkos finden? Er hat sein Lager ein Stück weiter im Norden aufgeschlagen. Wenn du bei den Brunnen bist, geh einfach geradeaus. Aber folge nicht dem Weg, sondern halte dich an die Bergwand. Aber sei vorsichtig. Dort gibt es Löwen. Interessant. Varantische Sitten. Ein Mann aus dem Norden ist aufgetauft. Er nimmt an Zuvens Prüfung teil. Wer ihn umlegt, bekommt 1000 Goldstücke. Surus. Also Surus hat Auftragsmäuble auf uns gejagt, auf uns gehetzt. Um den kümmern wir uns dann. Ich nehme an Zuvens Prüfung teil. So, dann bist du mein Konkurrent und damit ein mögliches Problem. Und Probleme müssen beseitigt werden. Deine letzte Stunde hat geschlagen. Hier ist deine Schale. Sehr gut. Hast du Zarkos erledigt? Zarkos ist erledigt. Du wirst es noch weit bringen, Vater der Prüfung. Surus hat mir ein paar Killer auf den Hals gehetzt. Tatsächlich. Der böse Surus hat dir Killer auf den Hals gehetzt. Was stehst du dann noch hier rum? Geh hin und hau ihn um. So läuft das hier. Hütten wir den. Was denn? Du bist zu Ugrasal gerannt? Das war dein letzter Fehler. Jetzt hast du keine Chance mehr, Kleiner. Das ist deine Ende. Das ist deine Ende. Ich bringe dir den Tribut aus Bakaresch. Gut. Du hast der Versuchung des Goldes widerstanden. Vielleicht war auch der Einsatz nicht hoch genug. Nun, wie auch immer. Fürs Erste hast du meine Prüfung bestanden. Du hast also Surus erledigt. Und? Nun, es spricht natürlich nichts dagegen. Aber hättest du ihm nicht genug Zeit geben können, alle meine Tränke zu brauen. Jetzt muss ich selber wieder ran. Du hast dich also mit Nerosol angelegt. Er war vollkommen irre. Ich hörte, er steckte auch hinter dem Diebstahl der Erzrohlinge. Woher weißt du das? Ich weiß so einiges. Nun, wir mögen es hier nicht besonders, wenn hochgestellte Magier durchdrehen. Hier, eine kleine Aufmerksamkeit von einem zufriedenen Alchemisten. Wie weit bin ich mit den Prüfungen? Ja, wenn einer Zubens Mann ist, dann bist du das. Geh zu ihm. Ich denke, die Prüfung ist vorbei. Ugrasal schickt mich. Ich habe deine Prüfung erledigt. Gut, dann bist du jetzt mein neuer Mann. Ich gratuliere. So schnell heiratet man also. Oh, 10.000 Erfahrungen, jawohl. Welche Aufgabe hast du für mich? Der Sand birgt alte und mächtige Geheimnisse. Manche sind uns von Nutzen. Andere bleiben besser für alle Zeit verborgen. Die Orks graben in den Ruinen des alten Volkes. Sie suchen etwas, das sie nicht verstehen. Nur Xardas versteht es. Sag mir, wonach suchen sie? Welch düsteres Geheimnis glaubt Xardas zu kennen? Welche alte Macht hofft er zu finden? Suche Xardas auf und finde heraus, wonach er die Orks graben lässt. Lehre mich das höchste Wissen der Schwarzmagier. Mit diesem Wissen werden alle Zauber Belyas mächtiger als zuvor. Du wirkst sie im Namen Belyas und du selbst bist ein Zeichen seiner Macht. Lehre mich das höchste Wissen der Wassermagier. Dieses Wissen ermöglicht dir die wahre Macht der Zauber Adanus zu entfalten. Du wirst die Natur verstehen und sie wird deine Zauber stärken. Myxie, du musst sterben. Und dann würde ich sagen... Saturas, du auch. Sieht, wie er zuckt. Na, der ist ja richtig. War er jetzt nicht mehr. Nero Suhl ist erledigt. Dann steckte er also hinter dem Erzdiebstahl. Ja. Er wollte sich selbst zum Herrscher aufschwingen. Was für ein größenwahnsinniger Narr! Zuben besitzt die Macht Belyas. Er ist sein Erwählter. Er kann niemals ersetzt werden. Ah, jetzt dämmert es mir. Jetzt sehe ich klar, er ist Belyas Macht verfallen. Wahrscheinlich hat Belya selbst zu ihm gesprochen. Aber nicht, um ihn auf den Thron in Ishtar zu setzen, sondern um ihn zu sich zu rufen. Ja, Belya ist groß und seine Macht ist Zerstörung. Und wer nicht standhaft ist, den ruft er zu sich. Hier, das ist für dich. Wegen der Wassermagier. Sprich schnell, was hast du zu berichten? Zornos ist tot. Gute Sache. Ich bin stolz auf dich. Hier, deine Belohnung. Oh, Wassermagier. Du hast nur noch Futter für die Wüstenläufer. Das höre ich gerne. Nimm dies. Du hast es dir verdient. Merdarion ist erledigt. Wunderbar. Auf dich kann man sich verlassen. Hier, dein Lohn. Reordion ist Geschichte. Haha, du hast es echt drauf, was? Gute Arbeit. Nimm dies. Myxia ist erledigt. Großartig. Einer weniger von diesen falschen Propheten. Guter Mann. Hier, dein Lohn. Batras weiht nicht mehr unter den Leben. Sehr gut. Der Mistkerl war mir schon immer ein Dorn im Auge. Er hätte besser auf der Insel Korinis bleiben sollen. Gut gemacht. Hier, dein Lohn. Satoras ist tot. Haha, das ist die beste Nachricht, die ich je gehört habe. Satoras war der oberste Wassermagier, soweit ich weiß. Reife Leistung. Hier ist deine Belohnung. Alle Wassermagier sind ausgelöscht. Damit bist du unserem Volk näher gekommen, als ich es bei dir vermutet hätte. Willkommen bei den Assassinen, Fremder. Auf das Billiard deine Taschen mit Gold füllen möge. Von mir bekommst du schon den ersten Bonus. Ich werde dein weiteres Vorgehen mit großem Interesse beobachten. Weiter so. Hey du, warum läufst du hier frei rum, Morra? Sprich oder ich zieh dir das Fell über die Ohren. Ich soll euch unterstützen. Wer schickt einen Schwächling wie dich zu diesem verfluchten Ort als Unterstützung? Verarsch mich nicht, Morra, sonst steck ich dich zu dem anderen Gefangenen in meine Zelle. Was machst du hier? Ich bin der Anführer dieses Vorpostens von Gotha. Und du wirst mich gefälligst mit Respekt behandeln, Schwächling. Vorposten? Was bewacht ihr hier? Gotha und ihre Burg der elenden Morra-Krieger, die sich selbst Paladine nannten. Einst so stolz sind sie nun zu ewigem Leben verdammt und wandeln durch die Überreste ihrer Bauten in Gotha. Ha! Was ist mit Gotha passiert? Du hast wirklich keine Ahnung, was hier los ist, oder? Gotha war die Hochburg der Paladine im Krieg. Wir hatten alles eingesetzt, doch konnten wir sie nicht besiegen. Sie hatten sich in ihrer Burg verschanzt wie die Zecken. Erst als wir BDA selbst zu Hilfe riefen, konnte ihre Arroganz ein Ende bereitet werden. Der Dämon der Vernichtung fegte durch ihre Straßen und verdammte sie alle zu lebenden Toten. Wenn ein Dämon die Stadt regiert, warum bewacht er sie dann? Das ist für dein kleines Spatzenhirn wohl zu schwer zu erraten, was? Wir sind hier, um die Macht des Dämons einzudämmen. Xardas, der Träger der Macht Belias, hat es uns aufgetragen. Was glaubst du, was passiert, wenn die Beste über das Land fegte? Was weißt du über Xardas? Selbst hier kann ich seine Macht spüren, obwohl er weit weg ist. Und wo genau hält er sich auf? Er hat einen Turm errichtet, an den eisigen Hängen des östlichen Gebirges. Was hat der Gefangene verbrochen? Der Mann ist ein Rebell. Er wird bei passender Gelegenheit, wenn viele Morras zusehen, hingerichtet. Lass den Gefangenen frei. Ha ha ha! Warum sollte ich das tun? Wie viel muss ich dir zahlen, damit du den Gefangenen freilässt? Du bist wohl nicht ganz gescheit, Morra! Meinst du, ich sei derart bestechlich, ha? Es müsste schon eine ganze Menge Gold sein, damit ich mich von meinen Prinzipien verabschiede. Wie viel? Ha! Mehr als du dir leisten kannst! 2000 Goldmünzen! Hier, nimm das Gold. Lass den Gefangenen frei. Du gibst mir so viel Gold für einen schmierigen Rebellen, Morra? Na schön. Nimm ihn mit. Aber dann will ich euch beide hier nicht mehr sehen. Ist das klar? Wer bist du ja endlich? Verdammt, hol mich hier raus! Gorn, was hast du jetzt schon wieder angestellt? Ich habe versucht, den Teleportstein zur Hauptstadt Vengar, den Gotha, zu finden. Der Laden da oben ist aber leider völlig mit Skeletten und Zombies verseucht. Sie werden von einem ziemlich üblen Dämon angeführt. Naja. Und als wir vor den Unholden geflohen sind, haben mich die Orks erwischt. Der Rest der Rebellentruppe ist draufgegangen. Was willst du mit einem Teleportstein? Die Rebellen von Okara wollen zur Burg des Königs. In Gotha soll es einen Teleportstein zur Hauptstadt geben. Du arbeitest für die Rebellen? Unser Freund Li hat noch eine Rechnung offen mit dem König, wie du weißt. Er schickte mich los, einen Weg zum König zu finden. Die Rebellen in Okara schienen mir die beste Anlaufstelle für diesen Auftrag zu sein. Wo ist Li jetzt? Der rennt irgendwo in der Eiswüste von Nordmar herum und kloppt sich mit den Orks. Seit wann machen dir Untote Angst? Gotha ist ein Ort der Hölle. Wenn dich dieser Dämon angreift, dann wirst auch du zittern, glaub mir. Warum greifst du eine Stadt an, wenn du weißt, dass ein solcher Dämon dort haust? Die Rebellen haben mir dieses göttliche Artefakt gegeben, verstehst du? Irgendein Idiot hat mir weisgemacht, dass es unbesiegbar macht. Vergiss es. Der Dämon war trotzdem noch zu stark für mich. Wo ist das göttliche Artefakt jetzt? Ach, ich habe es im Kampf mit dem Dämon in Gotha fallen lassen. Dieses Scheusal muss das Artefakt an sich genommen haben. Gut, also das göttliche Artefakt, das Basir aus dem Tempel von Benzala geklaut hat, ist dann in die Hände von Gorn geraten. Der ist dann mit nach Gotha gegangen und hat es dann da verloren und jetzt hat es wahrscheinlich der Dämon. Du bist jetzt wieder frei. Danke, Mann. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Lass uns diesen Dämon von Gotha töten. Ich bin nicht wirklich scharf drauf, wieder da reinzugehen. Aber was soll's. Er will schon ewig leben. Auf nach Gotha. Alles klar. Komm mit, ich kenne den Weg. Und brutzeln den Dämon von Gotha einfach mit ein paar Blitzen. Und da haben wir das Amulett der Finsternis. Zweimal Feuerring, Adanus Ring, blutiger Spähbericht. Schau dir diesen Schlamassel an. Das war mal eine stolze Paladinburg. Der Dämon von Gotha wird niemanden mehr Angst machen. Ha! Du hast es wieder mal geschafft, was? Ich kann nur für uns beide hoffen, dass du nie deinen Meister findest, mein Freund. Was wirst du jetzt tun? Ich werde versuchen, Gotha wieder aufzubauen. Sind genug Menschen da draußen, die eine Bleibe brauchen? Lass dich nicht töten, mein Freund. Wer schadet drum? Mit dir macht die ganze Scheiße immer noch am meisten Spaß. Wenn du mich als Waffengefährten brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Hier haben wir den Teleportstein zum König. Die Untoten in Gotha sind besiegt. Bei Innos. Endlich ist der Fluch der Schamanen gebannt. Der Dank aller aufrechten Männer dieses Landes ist dir sicher Fremder. Nimm dieses Gold als bescheidenen Tribut von uns allen. Du wirst es brauchen, um Gotha wieder aufzubauen. Die Stadt soll wieder in seinem alten Glanz erstrahlen. Sprich mit Sean. Er soll alles Nötige veranlassen. Ich habe einen Teleportstein, der zur Hauptstadt Vengard führt. Dann benutze ihn. Schnell. Sprich mit dem König. Endlich hat es jemand geschafft. Wir haben so lange auf ein Zeichen von draußen gewartet. Willkommen, Fremder. Was ist hier los? Der Schutzwall des Königs hat die Orks mit uns hier eingeschlossen. Die Orks haben die halbe Stadt eingenommen. Wir brauchen Hilfe. Dieser Feuerkelch hier muss zum obersten Feuermagier Charybdo in der Burg des Königs. Jemand muss durch die Stellungen der Orks brechen und die Burg erreichen. Gib mir den Feuerkelch. In Ordnung. Aber sei vorsichtig damit. Lass ihn dir nicht abnehmen. Er ist außerordentlich wertvoll. Was kann man gegen die Übermacht der Orks unternehmen? Gar nichts. Sie haben sich in den Straßen festgebissen wie die Zecken. Angeführt werden sie von fünf Feldherren, die die wichtigsten Stellungen der Stadt besetzen. Man müsste die Feldherren beseitigen, um überhaupt eine Chance zu haben, die Stadt zurückzuerobern. Gut, dass du kommst. Verdammt nochmal. Ich hörte schon, dass ein vielversprechender Mann von draußen gekommen ist. Wenn ich dich so ansehe, muss ich sagen, sie haben nicht übertrieben. Ich hoffe, die Situation da draußen ist nicht so hoffnungslos, wie hier alle behaupten. Zum Teufel. Ich muss zum König. Jawohl, das musst du. Er wird sich freuen, den Teufelskerl zu sehen, der es von draußen hierher geschafft hat. Geh hoch in die Burg. Er wird schon auf dich warten. Du wirst in der Burg vermisst. Ist ja entzückt. Quatsch nicht rum, hol mich raus hier. Los, beweg dich. Ich bring dich zurück in die Burg. Bist du sicher, dass wir das überleben? Na gut, mir bleibt ja keine Wahl. Folge mir. Ich denke, wärst du nicht gewesen, wäre ich da drüben noch verreckt. Hier, nimm diese Heiltränke als Dank für meine Rettung, Fremder. Die fünf Feldherrn der Orks sind tot. Innos sei Dank. Du bist wahrlich ein Held. Weißt du das, Fremder? Hier hast du alles, was ich noch aus den Besitztümern der Bewohner der Stadt retten konnte. Ich werde mich sogleich an die Arbeit machen, die Stadt wieder aufzubauen. Möge Innos deinen Weg erleuchten. Da bist du ja endlich. Ich bin Charybdo, oberster Feuermagier des Reiches. Lass uns keine wertvolle Zeit vergeuden. Wir müssen reden. Rett ab. Was willst du von mir? Die Runenmagie, wie wir Magier sie kannten, ist nicht möglich. Xardas hat ganze Arbeit geleistet. Sein Verrat an dem Orden des Feuers ist unverzeihlich. Wir müssen das alte Wissen erforschen und ergründen, wie wir ohne die Hilfe unserer Ohnen wieder Magie wirken können. Und du musst den Paladinen helfen, wieder einen Weg zur Magie zu finden. Erzähl mir mehr über das alte Wissen. Die Artefakte des alten Volkes sind überall im Land zu finden. Du musst Artefakte finden, die die Macht der Magie in sich bergen und erlernen, die alte Magie zu wirken. Je mehr du lernst, umso mehr werden auch wir von deinen Erfahrungen profitieren. Erzähl mir mehr über die Barriere, die die Stadt umgibt. Man sollte einen Barrierenzauber niemals leichtfertig einsetzen. Wie auch immer. Als die Orks diese Stadt angriffen, hatten wir keine andere Wahl. Die Eigenschaften eines solch mächtigen Zaubers sind sehr instabil und unvorhersehbar. Denk doch nur an die Barriere im Minental von Korinis. Was für eine Katastrophe. Allerdings. Wann werdet ihr die Barriere wieder entfernen? Das wird erst geschehen, wenn die Orks besiegt sind und uns nicht mehr bedrohen. Nur Ennus allein weiß, wann es so weit ist. Wo ist Xardas jetzt? Du weißt, dass wir schon sehr lange von der Außenwelt abgeschnitten sind, Retter. Wenn jemand seinen Aufenthaltsort herausfinden kann, dann bist du es. Was soll ich für die Paladine tun? Meine Ordensbrüder im Kloster in Nordmar arbeiten an einem Plan. Mithilfe sogenannter Feuerkelche soll den Paladinen ihre Magie zurückgegeben werden können. Genaueres darüber weiß ich leider nicht. Ich bin hier schon zu lange eingeschlossen. Es gibt zwölf Kelche. Sie sind über das Land verteilt. Finde sie und bring sie nach Nordmar, Retter. Der Paladin Markus versucht schon seit Tagen, dir einen Feuerkelch zu bringen. Markus ist eine treue Seele. Er ist nicht der Mutigste. Aber man kann sich auf ihn verlassen. Lehre mich das höchste Wissen der Feuermagier. Dieses Wissen verleiht allen Zaubersprüchen des Feuers große Stärke. Dieses Wissen ist das höchste Geschenk von Ennus selbst. Die behaftige Macht des Feuers ist mit dir. Nach langer Zeit, Gothic 1, der König hat den Befehl gegeben, den Helden in die Barriere zu schmeißen. Gothic 2, der Held, ist am Alleingang gegen die Drachen gezogen. Mehr oder weniger am Alleingang. Und hat alle Drachen besiegt, hat das Böse vernichtet. Der Moment, dem König gegenüber zu stehen und mit dem König zu sprechen, der für all das verantwortlich war in erster Linie, ist der am meisten herbeigesehnte Moment der Gothic-Reihe. Und jetzt haben wir ihn. König Rober II. Willkommen Retter. Deine Taten sind dir vorausgeeilt. Wieso Retter? Ennus selbst sprach zu mir. Er sagte, dass ein Schiff unsere Rettung bringen wird. Ich sandte die Esmeralda aus und sie brachte dich. Wegen deiner Befehle bin ich überhaupt erst in der Barriere gelandet. Und konntest so herausfinden, wer du wirklich bist. Du warst es doch, der den Schläfer besiegt hat und die Drachen von Korenis. Meine Wachen haben dir lediglich einen Schubs in die richtige Richtung gegeben. Was ist zu tun? Zweifellos hast du bereits Großes geleistet. Aber wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen, dann wirst du noch mehr Großes leisten müssen. Viel mehr. Ich beauftrage dich mit einer wichtigen Mission. Was ist das für eine Mission? Die Orks haben diesen Krieg nur gewonnen, weil Xardas sich mit ihnen verbündet hat. Er hat seine dunkle Macht eingesetzt und unsere heiligen Runen unwirksam gemacht. Jetzt lässt er Ausgrabungen in der Wüste vornehmen. Er sucht irgendwas. Ich will, dass du Xardas aufsuchst. Finde heraus, welche Pläne er verfolgt. Verstehe. Stör mich nicht. And that's it. Das ist das lang herbeigesehnte Gespräch zwischen dem Hellen und dem König. Es geht... Was willst du? Was willst du? Ja. Hier sind deine 50.000 Goldmünzen. Wer hätte das gedacht? Gib das Gold schnell her, bevor es dir jemand abnimmt. Was ist mit dem göttlichen Artefakt? Du kommst schnell zur Sache, was? Gut. Hier hast du es. Aber erzähl keinem, dass ich es dir gegeben habe. Sonst wird es dir schlechter gehen, klar? Belyar, gewähre mir magische Kraft. Ah, Kundschaft. Ich hoffe, du willst nicht in die Burg. Seit Kahn hier in der Burg sitzt, lassen die Orks nämlich keinen mehr rein. Und? Das ganze Dorf ist voller Söldner, die in die Burg wollen. Die wenigsten schaffen es. Kommst du in die Burg? Klar, aber ich bin auch schon länger dabei als die meisten. Ich habe mir auf dem Schlachtfeld den Arsch für die Orks aufgerissen, ehe ich hier gelandet bin. Nach der großen Schlacht um Fahring haben sie mir diesen Laden überlassen. Das ist mehr, als ich in der königlichen Armee je bekommen hätte. Kannst du mir helfen, in die Burg zu kommen? Klar kann ich dir helfen. Du kannst wie all die anderen in die Arena gehen und hier draußen versauern. Oder du kannst die drei wichtigsten Orks außerhalb der Burg direkt überzeugen. Ich kann dir bei allen dreien weiterhelfen. Das kostet dich jedes Mal hundert Goldstücke. Klingt fair. Wen muss ich überzeugen? Nun, zuallererst Gorog. Er ist hier unten im Dorf. Dann Knarr. Er steht direkt am Zugang zur Burg. Mojog ist ein alter Säufer. Er ist Kommandant des Wachtturms, oberhalb der Stadt. Erzähl mir von der Schlacht um Fahring. In der ersten Schlacht war ich nicht dabei. Dort hatten es die Paladine des Königs geschafft, das gewaltige Heer der Orks aufzuhalten. In der zweiten, entscheidenden Schlacht hat Khan selbst unsere Truppen angeführt. Auch diesmal sah es zunächst aus, als würden wir scheitern. Tagelang dauerte die Belagerung der Burg, ohne dass wir auch nur einen Meter Boden gut machen konnten. Erst der schwarze Magier wendete das Blatt. Xardas. Weißt du, wo Xardas anschließend hin ist? Vermutlich wieder nach Nordmar. Dorthin, wo er hergekommen ist. Hab mich schon gefragt, wann du kommst. Wieso? Ich hab dich ins Dorf kommen sehen und wusste, dass du über den Pass willst. Wir Jäger sind nun mal die einzigen, die zum Jagen nach Nordmar dürfen. Wir sind auch die einzigen, die dich über den Pass bringen können. Erzähl mir was über Nordmar. Eine Jagd in Nordmar ist was ganz anderes als hier. Das ganze Land ist durchzogen von tiefen Schluchten und hinter jeder Ecke lauert der Tod. Für die Jagd ist das so ziemlich die beste Gegend, die es gibt. Und die gefährlichste. Ich will bei euch mitmachen. Die Sache läuft so. Du zeigst mir, dass du anpacken kannst, dann habe ich nichts dagegen. Verstanden? Was soll ich für dich tun? Du kennst den fetten Wüstenhändler Ali? Er prallt die ganze Zeit mit einem Artefakt, dass er den Orks verkaufen möchte. Bring es mir. Und wie soll ich das tun? Das ist deine Sache. Lauer ihm auf. Hau ihm ein paar auf die Fresse oder beklau ihn. Was willst du mit dem Artefakt? Ich will vor allen Dingen nicht, dass dieser Typ in die Burg kommt. Wenn sein Artefakt wirklich aus Nordmar ist, hat er es gestohlen. Ich mag keine Diebe. Aha. Noch ein Fremder auf Reisen. Willst du auch in die Burg? Ich hoffe, du hast ein passendes Geschenk dabei. Was für ein Geschenk? Für den großen Kahn. Ich habe ein Artefakt aus Nordmar mitgebracht. Es hat mich eine große Summe Gold gekostet. Aber die Investition wird sich lohnen. Was ist das für ein Artefakt? Ein Stein. Die so ungebildeten Barbaren haben ihn einfach in die Landschaft gelegt. Warst du schon in der Burg? Nein. Die Orks lassen mich nicht hinein. Kahn ist sehr beschäftigt. Aber ich bin mir sicher, es dauert nicht mehr lange. Jeder ist käuflich. Ich muss nur noch rausfinden, womit ich die Orks kaufen kann. Erzähl mir was über Nordmar. Ich hatte Glück, dass ich noch über den Pass gekommen bin. Hat mich drei Flaschen Schnaps gekostet. Zum Glück nur dieser Nordmar-Fusel. Boah, das Zeug ist ungenießbar. Also was war jetzt im Nordmar? Ach so, ja. Keine zehn Pferde bringen mich da wieder hin. Es ist furchtbar kalt und man verläuft sich ständig. Hätte ich keinen Führer gehabt, wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Er hat mir auch das Artefakt verkauft. Hier ist Alis Artefakt. Ich hatte recht. Er hat es gestohlen. Weißt du, was das ist? Ein Ahnenstein aus Nordmar. Du bist ein Mann der Tat. Von mir aus kannst du bei uns mitmachen. Klär den Rest mit Wilson. Ich kann den Ahnenstein nach Nordmar bringen. Darüber reden wir, wenn du einer von uns bist. Was ist ein Ahnenstein? Die Nordmarer platzieren sie vor den Grabhöhlen ihrer Ahnen. Sie sollen die Geister besänftigen. Ali ist nichts weiter als ein elender Grabschänder. Die Lurker sind tot. Gut gemacht. Du gehörst jetzt zu uns. Mojok wird dir nicht aufhalten. Ich bringe den Ahnenstein nach Nordmar. Einverstanden. Hier, pass gut drauf auf. Lässt du mich in die Burg? Du bist stark. Du hast uns Orks Ehre erwiesen. Du bist kein Rebell. Du darfst in die Burg. Lass mich in die Burg. Ihr alle habt mir eure Zustimmung gegeben. Geh hinein. Jemanden wie dich können wir brauchen. Was willst du? Ich will in der Arena kämpfen. Meine Kämpfer kämpfen nicht gegen Morass. In deiner Arena kämpfen doch Menschen. Sie haben Stärke und Mut in den größten Arenen der Welt bewiesen. Wenn du getan hast, was sie getan haben, darfst du hier kämpfen. Wann lässt du mich kämpfen? Wenn du die große Arena in der Wüste gewonnen hast. Sie ist in Morassul. Und nur die besten Krieger verlassen sie lebend. Ich habe die große Arena von Morassul gewonnen. Dann bist du wirklich ein großer Krieger. Meine Kämpfer fühlen sich geehrt, sich mit dir messen zu dürfen. Ich will in der Arena kämpfen. Kämpft mit Vigo. Da ist nichts zu holen. Vigo war kein Gegner. Beim nächsten Kampf gib mir einen echten Gegner. Ja. Ich will in der Arena kämpfen. Tukas wird kämpfen. Der Sieger hat Ehre. Binde als die von Gothic 3. Tukas war zu schwach. Du bist ein guter Kämpfer. Gegen dich zu verlieren ist keine Schande. Ich bin bereit in der Arena zu kämpfen. Du kämpfst gegen einen Menschen. Mortis ist ein starker und gefährlicher Krieger. Kämpft gut. Mortis ist besiegt. Jetzt bist du der starkste Mensch in meiner Arena. Nur wenige Menschen haben es so weit geschafft wie du. Ich will gegen den Besten antreten. Du hast Mut. Du forderst Rutsch. Er wird zu dir in den Ring kommen. Wenn du diesen Kampf gewinnst, bist du mein Champion. Ich habe gewonnen. Du hast meinen Respekt. Von nun an wird sich jeder in dieser Arena an deinen Taten messen. Als Gladiator hast du alles erreicht, was ein Krieger erreichen kann. Tja, leider ist das wahr. Denn es gibt keine Arena mehr. Das war die letzte. Wir haben alle Arenen in Gothic 3 gewonnen. Ein bisschen leer fühle ich mich jetzt schon, muss ich sagen. Aber hier wird nicht weiter getrauert. Es geht nach Abduhn. Warum bist du eigentlich hier? Und hier unten ist natürlich noch ein zweiter Drache. Weil einer allein reicht ja nicht. Und dann aber auch einfach hier drauf mit dem Blitz. Und das wäre es dann auch schon. Denn es kann sein, dass hier auch noch Drachen sind. Ich glaube, hier sollten eigentlich keine Drachen sein. Und die haben auch... Also steht auch nicht Drache dran. Aber hier sind Drachen. Oh, die sind auch um einiges schwächer, als Drachen eigentlich sind. Oh, das war nicht clever. Oh. Ich hätte vergessen, dass die Jahre nichts aushalten. Kommst du aus Fahring? Ja. Gut. Du kannst mir helfen. Ich verfolge einen Dieb. Wer wurde denn bestohlen? Ich! Man hat mich nachts überfallen und ausgeraubt. Wahrscheinlich dachten sie, ich bin tot. Aber so leicht werde ich es dem Dieb nicht machen. Ich werde mir den Stein zurückholen. Du brauchst Hilfe? Ja. Ich habe den Dieb bis hierher verfolgt. Er ist runter in die Stadt. Ich komme an den Orks nicht vorbei. Was wurde gestohlen? Ein Ahnenstein. Das Erbe unserer Vorfahren. Ahnenstein? Was ist das? Ein magischer Stein. Mit seiner Hilfe kann man die Fähigkeiten des Verstorbenen bekommen. Hört sich gut an. Glaub mir, gar nichts ist gut. Die Toten sind erwacht und lassen dich nicht in ihr Grab. Du musst kämpfen. Und ich nehme es lieber mit einem Dutzend Orks auf, als mit einem Geist. Was machst du mit einem Ahnenstein? Ich bin ein Orktöter vom Feuerclam. Ich soll mir die Kräfte seines Erschaffers holen und damit dann den Orks den Arsch versohlen. Die Kräfte eines Toten? Wie soll das gehen? Die Erschaffer der Ahnensteine wollten Nordmar auch über ihren Tod hinaus beschützen. Deshalb schufen sie diese Steine. Wer ist der Dieb? Ein dicker Mann in einem Kleid. Er kommt aus dem Süden. Dort sind die Wüsten nicht aus Eis, sondern aus Sand. Du meinst Ali? Ja, das ist sein Name. Ich besorge dir den Ahnenstein. Beeil dich. Die Geister der Toten werden nicht ruhen. Hier ist ein Ahnenstein. Sehr gut. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das kann. Was kann? In die Höhle gehen. Ich bin kein Feigling, aber abschlachten lasse ich mich auch nicht. Ich werde den Stein behalten und in der Nähe der Höhle warten. Dort gibt es eine Hütte. Wenn du willst, können wir zusammen gehen. Ich komme mit. Gut. Sag mir Bescheid, wenn wir los können. Lass uns gehen. So, hier ist es. Hier ist das Grab. Aber dort werde ich kein Fuß reinsetzen. Oberhalb der Höhle gibt es eine Hütte. Dort werde ich erstmal bleiben. Heda ist ein guter Freund von mir. Wer liegt in dem Grab? Einer. Ein großer Krieger meines Clans. Orks überfielen ihn aus dem Hinterhalt. Er hatte keine Chance. Aber bevor er starb, nahm er 30 von den Bastarden mit in den Tod. Wann war dieser Orküberfall? Das ist lange her. Aber Einars Taten werden bis zum heutigen Tag an den Lagerfeiern meines Clans gepriesen. Gibt es in Einars Grab Schätze? Es gibt Geschichten, aber niemand weiß, ob sie wahr sind. Was für Geschichten? Einige von uns glauben, dass sein Helm mit ihm beerdigt wurde. Hört sich gut an. Ich weiß noch nicht mal, ob der Helm wirklich magisch ist. Keiner weiß es. Wenn du es rausfinden willst, musst du wohl selbst nachsehen. Warum bist du gekommen? Ich nehme keine Lehrlinge mehr. Ich habe meinen Clan verlassen. Warum lebst du hier? An meinen Händen klebt Blut. Ich war besessen davon, eine Waffe zu schmieden, wie es sie noch nie gegeben hat. Nur deshalb mussten meine beiden Schüler sterben. Ich verfluche den Tag, an dem ich sie auf die Suche schickte. Was für eine Waffe wolltest du schmieden? Ein Schwert, wie man es nur einmal in seinem Leben schmiedet. Ein Schwert, das von Generation zu Generation dem größten Kriege des Clans weiter vererbt wird. Eine Waffe aus reinem Erz. Kannst du mir zeigen, wie ich so ein Schwert schmieden kann? Nein. Es sollen nicht noch mehr Männer sterben. Wenn du lernen willst, geh zum Hammerclan. Ingwer, der Erzschmelze des Clans, kann dir zeigen, wie man Waffen aus reinem Erz baut. Was sollten deine Schüler suchen? Die Zutaten, die ich brauchte, um meinen Traum zu erfüllen. Ich schickte sie hinaus, obwohl ich wusste, dass die Suche gefährlich ist. Sie bezahlten es mit ihrem Leben. Ich hätte es selbst gehen sollen. Kann ich mit dir handeln? Warum sollte ich mit dir handeln? Gold? Was soll ich hier draußen mit Gold? Es wärmt nicht und es macht nichts satt. Was willst du, damit du mit mir handelst? Ich brauche neue Fälle. Die Nächte hier draußen sind kalt. Verstehe. Wie viele? 20 Eiswolffälle. Die sind schön warm. Und Erz. Ich brauch Erz. Jetzt reicht's aber. Nein. 10 Brocken Erz brauche ich auch noch. Das reicht dann. Ich überleg's mir. Warum sollte ich mit dir handeln? Ich habe Erzrohlinge. Sind ziemlich selten. Hier ist dein Kram. Dann sind wir im Geschäft. Willst du mit mir handeln? Hallo! Hi! Ich hoffe, du hast keine Orks im Schlepptau. Wir haben schon genug Ärger. Noch mehr Orks können wir wirklich nicht gebrauchen. Ihr habt Ärger mit den Orks? Ja, sie haben unsere Mine besetzt. Und unseren Schmelzofen. Wir haben viele Männer verloren. Beinahe hätte es sogar Ingvar erwischt. Scheiß Orks! Wer ist Ingvar? Du verraschst mich. Ingvar ist der beste Schmied der Welt. Wenn jemand hier vorbeikommt, will er entweder Erz kaufen oder er will zu Ingvar. Und glaub mir, die meisten wollen zu Ingvar. Er ist oben im Dorf. Welche Mine? Unsere Mine. Wir sind der Hammer-Clan. Seit Generationen bauen wir hier Erz ab und schmelzen es im großen Erzofen zu Erzrohlingen. Echten Erzrohlingen. Aber jetzt haben die Orks die Mine und den Ofen. Was ist das für ein Ofen? Der Ofen ist so alt wie die Welt. Niemand weiß, wer ihn gebaut hat. Er war schon hier, bevor es die Clans gab. Er besteht aus reinem Erz und wurde in den Berg hineingebaut. Glühende Lava fließt durch ihn hindurch. Nur dort kann man reine Erzrohlinge herstellen. Wenn wir ihn nicht bald wiederbekommen, werden wir keine Erzwaffen mehr schmieden können. Was unternehmt ihr gegen die Orks? Reto kümmert sich darum. Er ist unser bester Kämpfer. Was genau er plant, weiß ich nicht. Vielleicht braucht er noch Hilfe. Dann sollten wir vielleicht mal mit diesem Reto sprechen. Die Mine ist dicht. Wenn du zu den Schmelzern willst, musst du ins Dorf. Ingwer ist oben an der Schmiede. Ich suche Xardas. Xardas? Nie gehört. Frag beim Wolf-Clan. Sie kommen im ganzen Land her. Was ist los? Wir haben ein Problem mit Orks. Darauf wäre ich nicht gekommen. Hey, nicht frech werden. Die Schweine haben unsere Mine besetzt. Und ich muss sehen, wie ich sie daraus bekomme. Du brauchst Hilfe. Gut, dass du dich freiwillig meldest. Wie wär's, wenn du dir ein paar Leute schnappst und die Mine freimachst? Warum sollte ich dir helfen? Weil du eines unserer Schwerter haben möchtest. Die Orks haben den Ofen. Ohne Ofen keine Schwerter. So sieht's aus. Was soll ich tun? Du und deine Männer stürmen das unsere Tal. Dort ist der andere Zugang zur Liebe. Ich und meine Männer? Ja, wenn es so einfach wäre, könnte ich es auch selbst machen. Du solltest dir ein paar Männer suchen, die dir helfen. Alleine hast du keine Chance. Wo kriege ich die Leute her? Ich habe niemanden über. Sonst hätten wir es schon gemacht. Vielleicht helfen die anderen Clans. Frag doch nach. Ich werde dir helfen. Gut. Du und deine Männer werden den Laden von unten hochnehmen. Was ist mit euch? Wir werden warten, bis ihr so weit seid. Dann nehmen wir sie in die Zange. Ihr von unten, wir von oben. Ich gebe dir Mord mit. Er zeigt dir den unteren Angang. Du kannst dich auf ihn verlassen. Ich bin Ingvar, Schmied und Erzschmelzer. Was willst du? Ich bin auf der Suche nach Xardas. Kommt ihr aus Nordmar? Ich habe noch nie von ihm gehört. Wer soll das sein? Xardas ist Magier. Magier. Frag mal beim Wolfsklan. Die kennen sich hier am besten. Ihre Jäger durchstreifen das ganze Land und bekommen eine Menge mit. Ich will Erzschmelzer werden. Du? Du hast nicht die Zeit und nicht genug Ausdauer, um ein Schmelzer zu werden. Ich kenne Typen wie dich. Abwarten. Die Ausbildung dauert mindestens zwölf Jahre. Meistens sogar länger. Hast du so viel Zeit? Nicht wirklich. Also schlag dir das aus dem Kopf. Was muss ich tun, um Erzwaffen zu schmieden? Ich nehme an, du meinst Waffen aus reinem Erz. Waffen für Helden. Klar. Was sonst? Du brauchst vor allem Erfahrung. Erfahrung und einen guten Lehrer. Es gibt nur noch wenige, die diese Kunst beherrschen. Sie haben alle bei mir gelernt. Also, was muss ich tun? Als allererstes brauchen wir die Mine zurück. Dann sprechen wir uns wieder. Am besten hilfst du bei der Mine. Oho, Besuch. Komm her, lass dich anschauen. Du siehst kräftig aus, so wie es sich für einen Mann in Nordmar gehört. Kannst du es mit einem Ork aufnehmen? Natürlich kannst du das, sonst wärst du nicht bis hierher gekommen. Männer wie dich können wir hier brauchen. Gibt's Probleme? Das kann man wohl sagen. Orks haben unsere Mine besetzt, mitsamt dem Ofen. Der ganze Stolz unseres Clans ist in den Händen dieser haarigen Bastarde. Unsere Vorväter würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie davon wüssten. Was unternimmt ihr wegen der Mine? Wir machen die Orks fertig. Zugegeben, zur Zeit sieht's nicht gut aus, aber wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin hält Reto die Orks in Schlacht. Braucht ihr Hilfe? Klar, jeder, der eine Axt halten kann, ist herzlich eingeladen. Melde dich bei Reto. Er sagt dir, was zu tun ist. Was bekomme ich für meine Hilfe? Magst du Gold? Du bekommst eine ganze Truhe voll Gold. Mehr als du tragen kannst. Mehr als ich tragen kann? Ach, egal. Und wenn du alles mitnimmst. Ich brauche das Zeug nicht so... Ah, ein Fremder. Bist du hier, um dir eine gute Klinge zu kaufen? Was hast du anzubieten? Ich hab zwar länger keinen Nachschub bekommen, aber ein paar gute Klingen hab ich noch. Ich will Schmieden lernen. Ich bilde niemanden aus. Geh zum Hammerclan. Dort gibt es die besten Schmiede. Was willst du? Lass mich allein. Was ist los mit dir? Ich bin alt und müde. Ich spüre, dass er gekommen ist. Geht's ein bisschen genauer? Es ist Zeit für die letzte Jagd. Letzte Jagd? Was meinst du damit? Meine Zeit ist abgelaufen. Ich werde bald sterben. Warum solltest du? Ich bin Droide und Jäger. Und ich spüre es. Ich kenne die Anspannung während der Pirsch. Und das berauschende Gefühl, wenn die Beute gestellt ist. Aber jetzt bin ich satt und müde. Die Pirsch ist anstrengend und der Sieg schmeckt schal. Es ist vorbei. Andere sind schneller, stärker und hungriger als ich. Es ist der Lauf der Natur. Die Alten und Schwachen werden gefressen. Du stehst auf diese Jagdgeschichte, oder? Das verstehst du nicht. Ich habe den weißen Hetzer besiegt. Seitdem bin ich kein einfacher Jäger mehr. Ein Teil von mir ist Wolf. Er hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Du bist also ein Wolf. Das musst du mir erklären. Es gibt viele Namen für Menschen wie mich. Die meisten nennen uns Druiden. Aber kein Name kann erfassen, was es bedeutet, ein Teil des Tieres zu sein. Du weißt nicht, was es bedeutet, als Wolf durch die Wälder zu streifen. Und das Blut deiner Beute zu riechen. Alles ist einfach. Es gibt nur dich und deine Beute. Du kannst dich in einen Wolf verwandeln? Ja. Der Sieg über den Hetzer hat mich verändert. Ich bin Träger des Wolfsteins. Er verleiht mir meine Fähigkeiten. Was ist das für ein Stein? Er ist mein Erdler. Bevor ich aufbreche, um in den Wäldern zu sterben, werde ich ihn an meine Nachfolger übergeben. Dann ist alles getan, was getan werden muss. Wie bekomme ich den Stein? Töte den Hetzer und du wirst mein Nachfolger, der neue Hüter. Ich werde den Hetzer töten. Viel Glück. Sei vorsichtig. Sonst wirst du schneller zur Beute, als du lieb bist. Wo finde ich den Hetzer? Ich spüre, dass er noch weit entfernt ist. Weit. Im Norden. Wenn du würdig bist, wirst du ihm begegnen. Wer in drei Göttern Namen ist der weiße Hetzer? Er ist ein Wolf. Größer, stärker und schlauer als ein normaler Wolf. Der unbeirrbare Jäger. Er kommt, weil es Zeit ist, einen neuen Hüter des Wolfsteins zu suchen. Ich will lernen, die Kälte zu ertragen. Du musst dich viel bewegen. Das wärmt den Körper. Jede Bewegung muss aus dem ganzen Körper kommen. Und sorge dafür, dass du immer warme Füße hast. Willkommen, Wanderer. Bist du Jäger? Früher hatten wir oft Besuch von den Jägern aus Fahring. Aber das ist vorbei. Die Orks lassen kaum noch jemanden durch. Aber du hast es geschafft, dich durchzuschlagen. Was kann ich für dich tun? Erzähl mir was über das Dorf. Ich bin Grimm. Der Anführer des Wolfsklans. Das ist mein Dorf. Wenn du willst, kannst du hierbleiben. Aber mach keinen Ärger. Die Wölfe sind zahm und gehören zum Dorf. Also komm nicht auf dumme Gedanken. Wie ist die Lage? Ernst. Die Orks machen mächtig Ärger. Die Jäger haben Probleme, ungeschoren zu ihren Jagdgebieten zu kommen. Die meisten Sorgen mache ich mir aber über Bogier. Er ist unser bester Jäger. Aber er sitzt nur noch vor seiner Hütte und bläst Trübsal. Kein Mensch weiß, was er hat. Was unternimmst du wegen der Probleme? Ich habe einen größeren Jagdtrupp Richtung Süden geschickt. Ich hoffe, sie haben Erfolg. Wo ist der Jagdtrupp? Auf Wolfsjagd. Folge dem Weg. Am Holzfäller-Kampf vorbei. Wenn du an eine abgebrannte Hütte kommst, schlage dich links in den Wald. Braucht ihr Hilfe? Das Dorf ist erstmal sicher. Aber die Orks besetzen immer wieder die Brücke im Süden. Das ist der Weg zum Pass. Ich brauche jemanden, der sich darum kümmert. Frag mal, Hogar. Vielleicht kann er dich begleiten. Der Hammer-Clan braucht eine Hilfe. Die Orks haben die Mine. Ich suche Krieger, um sie zurückzuholen. Wir haben auch Probleme mit den Orks. Bekomme ich die Krieger? Die Krieger aus dem Dorf brauche ich selbst. Wenn der Jagdtrupp zurück ist, kannst du zwei Krieger mitnehmen. Wann kommt der Jagdtrupp zurück? Wenn er fertig ist. Wenn du es eilig hast, hilf ihnen. Dann geht es schneller. Ich suche Xardas. Er ist nicht mehr hier. Was wollte er hier im Dorf? Wir haben einen Handel mit ihm geschlossen. Er bekam unser Erz. Dafür half er uns, das Dorf zu verteidigen. Er hat die Golems beschworen. Wo kann ich Xardas finden? Er ist nach Norden gegangen. Hanson. Einer unserer Jäger hat ihn begleitet. Wo finde ich Hanson? Er ist auf der Jagd. Am Hirschfelsen. Ein Plateau, nordöstlich von hier. Er hat dort eine kleine Jagdhütte. Folge einfach dem Weg in die Berge. Dort wirst du einen Steinkreis finden. Dort auf dem Plateau wirst du seine Hütte finden. Kommst du gerade oder gehst du? Ich gehe. Ich suche noch jemanden, der mit mir auf die Jagd geht. Alleine ist es zu gefährlich. Wo willst du hin? Auf der anderen Seite des Berges gibt es eine kleine Jagdhütte. Hervorragende Jagdgründe. Bist du dabei? Hast du niemand anderen, der mit dir geht? Würde ich sonst fragen? Normalerweise gehe ich zusammen mit Bogier auf die Jagd. Aber? Er will nicht. Er sitzt einfach nur da und hängt drin. Ich glaube, man könnte ihm ein ganzes Rudelwölf ins Lager locken. Er würde noch nicht mal zum Bogen greifen. Ich komme mit dir. Gut, ich gehe vor. So, da wären wir. Jagen kannst du am besten nördlich von hier. Schlafen kannst du in der Hütte. Deine Fälle kannst du bei mir verkaufen. Was hast du jetzt vor? Ich bleibe erstmal hier. Hallo, ich bin Jenskan, Anführer von diesem Trupp. Es ist ein Wunder, dass du es bis zu uns geschafft hast bei den ganzen Orks. Was gibt's hier? Fälle. Wir sind vom Wolfsklan. Unsere Felllager sind leer und wir müssen unseren Verpflichtungen nachkommen. Es ist eine Schande. Wegen der Orks können wir nur noch in großen Gruppen auf die Jagd gehen. Wir sind bis an die Zähne bewaffnet, als wenn wir in den Krieg ziehen. Braucht ihr Hilfe? Wenn du mit dem Bogen umgehen kannst und weißt, wie man Fälle abzieht, bist du herzlich eingeladen. Rune hat dem besten Jäger des Trupps einen Bogen versprochen. Was braucht ihr? Mindestens 30 Eiswolfsfälle und 10 Bisonfälle. Sammelstelle ist hier, bei mir. Gibt's noch was anderes zu tun? Naja, wir haben ein Orklager entdeckt. Ganz hier in der Nähe. Diese dämliche Trommelei vertreibt das Wild. Wenn du weißt, wie man Orks den Schädel einschlägt, hau rein. Ich suche Xardas. Der Turm im Norden? Da kann ich dir nicht weiterhelfen. Am besten sprichst du mit Hanson. Er kennt sich dort im Norden am besten aus. Der Hammerclan schickt mich. Was wollen sie? Die Orks haben die Mine. Sie wollen sie zurück. Das kann ich mir denken. Aber du fragst den Falschen. Ich bin Jäger. Aber du kannst dir mal die Krieger hier fragen. Aber erst, wenn wir hier fertig sind. Die Fälle müssen ins Dorf. Wo finde ich Hanson? Wie schon gesagt, im Norden. Er jagt oft an einem Plateau zwischen den beiden großen Bergen. Ganz in der Nähe des Hammerclans. Bist du gekommen, um uns bei der Jagd zu helfen? Ich warne dich lieber vorher. Das hier ist eher ein Kriegszug als eine Jagd. Wegen der Orks kann keiner alleine raus. Hast du Angst? Ich geb dir gleich Angst. Ich hab vor nichts und vor niemandem Angst. Aber so ein Ork ist stark. Wenn du nicht aufpasst, hackt er dich in Stücke. Und da hab ich keinen Bock drauf. Verstanden? Wie willst du das Problem lösen? Töte jeden Ork, der dir vor die Axt rennt. Und vor allem töte ihn schneller als er dich. Der Hammerclan hat... Probleme mit den Orks. Hab ich schon gehört. Soll ich dich trainieren? Oder suchst du jemanden, der dir hilft, die Orks zu verjagen? Ich brauche ein paar gute Kämpfer. Ich bin dabei. Allerdings sitze ich hier noch fest. Jenska braucht erst seine Fälle. Wenn das erledigt ist, kannst du auf mich zählen. Was willst du? Was machst du hier? Babysitter für die Jäger. Ich halte die Umgebung des Lagers frei von Orks. Die Orks haben die Mine des Hammerclans besetzt. So eine Scheiße. Egal wo man hinkommt, überall haben sich die Orks breitgemacht. Reg dich ab. Ich will sie da rausholen. Ja, lass sie uns da rausprügeln. Ich bin dein Mann. Brauchst du Hilfe bei den Orks? Hilfe? Wenn du dort hinten in die Felsspalten hinabsteigst, ist dort ein kleines Orklager. Jenska will nicht, dass ich mich darum kümmere. Was ist mit dir? Wenn du das übernehmen willst, rede mal mit ihm. Die Trommel wird euch nicht mehr stören. Gut. Wir werden dann noch ein bisschen in der Gegend bleiben. Es wird nicht mehr lange dauern, bis das Wild wiederkommt. Hier, ich nehme an, das kannst du gut gebrauchen. Hier sind deine Felle. Dann haben wir alles zusammen. Du bist ein guter Jäger. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Der Wolfsklan schuldet dir was. Davon kann ich mir nichts kaufen. Stimmt. Hier, den Bogen hast du dir verdient. Ich brauche ein paar gute Kämpfer. Es wird Zeit, dass wir den Orks mal zeigen, was echte Schmerzen sind. Ich bin dabei. Aber wir sollten uns vorbereiten. Lass hören. Nicht weit von hier lebt ein Alchemist. Er stellt Pfeile her. Nicht einfach ein Stock mit einer Spitze drauf. Die Dinge explodieren, wenn sie aufgriffen. Ich schlage vor, du stattest dem Vogel mal einen Besuch ab. Besorg mir einen Dutzend von den Dingern. Wir werden sie brauchen. Hier sind deine Pfeile. Mit diesen Pfeilen nehme ich es alleine mit 20 Orks auf. Grimm schickt mich. Er meint, du kannst mich begleiten. Worum geht's? Die Brücke im Süden. Da treiben sich immer wieder Orks rum. So ein paar Orks erledige ich vor dem Frühstück. Gehen wir zusammen? Klar. Ich werde dir mal zeigen, wie man eine gute Axt schwingt. Das sind sie. Ja, ich mach das mal eben. Ha, denen haben wir es gezeigt. Die kommen nicht wieder. Was jetzt? Zurück ins Dorf. Hier draußen frieren wir uns nur die Eier ab. Verstehe. Was polterst du hier rum? Du vertreibst noch das Ganze wild. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Der letzte, der Xardas aufsuchen wollte, war ein Paladin. Ich schätze, das war kein Freundschaftsbesuch. Es war vor allem kein langer Besuch. Der Weg unterhalb meiner Hütte führt dich hin. Nein, du musst hoch in die Berge. Wenn du ein Stück rohes Fleisch hast, kann Grauhaar dich hinführen. Ist Grauhaar dein Wolf? Er gehört nicht mehr. Er ist freiwillig hier. Aber du hast ihn abgerichtet. Auch nicht. Er ist mein Freund und Begleiter. Ich zwinge ihn zu gar nichts. Aber er ist sehr klug und versteht alles, was man ihm sagt. Du solltest ihm aber ein Stück rohes Fleisch geben. Du verstehst schon, warum. Willst du ein Stück Fleisch? Hier, bring mich zum Turm von Xardas. Scheint so, als wären wir angekommen. Lauf zurück. Da bist du ja endlich. Xardas, während ich wochenlang unterwegs war, hast du dich in einen Krieg eingemischt. Also wie wär's, wenn du mir einfach erzählst, was los ist? Gut, seit langer Zeit arbeite ich an einem Plan. Seit wir in der Barriere gefangen waren. Seit dem Zeitpunkt, als Belia damals zu mir sprach. Was für ein Triumph wäre es für ihn gewesen, mich auf seiner Seite zu wissen. Einst der oberste aller Feuermagier. Nun ein Diener des dunklen Gottes. Zum Schein ging ich auf sein Angebot ein. Doch das Wissen, das er mir verlieh, nutzte ich gegen ihn. Ich habe alles für dich vorbereitet. Aber das ist eine lange Geschichte. Wenn ich sie dir erzählt habe, wirst du verstehen, warum es mir schwer fiel, ohne dich eine Entscheidung zu treffen. Wovon sprichst du? Erzähl mir mehr. Der Krieg der Götter währt schon lange. Aber er wird bald vorbei sein. Innos ist stark geschwächt und Belia ist mächtiger als je zuvor. Aber die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Du sprichst von der Entscheidung zwischen Innos und Belia. So wie ich das sehe, sind das zur Zeit unsere einzigen beiden Möglichkeiten. Aber vielleicht gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Einen anderen Weg. Doch dafür musst du mir die Artefakte Adanos bringen. Wo soll ich die Artefakte suchen? Die Orks suchen bereits nach den Artefakten. Ich habe ein Bündnis mit ihnen geschlossen. Alles, was sie finden, wird nach Geldern gebracht und dort gelagert. Die Schamanen dort studieren jede Art der Magie. Sie haben längst einen Plan entwickelt. Sprich zu ihnen und lass dir alle Informationen geben, die sie haben. Was hat es mit den Artefakten auf sich? Es sind fünf. Fünf göttliche Artefakte. Sie waren im Besitz des alten Volkes. Das Volk ging unter. Doch ich bin sicher, dass die fünf Artefakte noch existieren. Jedes einzelne verleiht schon große Macht. Doch alle zusammen. Ja? Wir reden darüber, wenn du sie gefunden hast. Xardar sucht die Artefakte Adanos. Die Adanos-Artefakte. Dann ist es also wahr. Und unsere Feinde werden uns den Weg zeigen. Wovon sprichst du? Die Artefakte Adanos. Ich dachte, sie wären für immer verloren. Was weißt du über die Artefakte? Es heißt, dass Innos dem Träger der göttlichen Artefakte seine Macht verleiht. Du musst sie finden und nach Nordmar bringen, zum Kloster des Feuers. Und dann? Dann wird sich dir Innos offenbaren. Ich werde dir mein Zepter geben. Das Zepter von Varan. Mit dem Zepter und dem göttlichen Artefakten wirst du seine Macht empfangen. Ich werde es dir geben, sobald du die fünf Artefakte gefunden hast. Wo finde ich die fünf Artefakte Adanos? Xardars lässt die Orks in der ganzen Welt danach suchen. Der Weg zu den Artefakten Adanos führt über die Orks. Sprich mit ihren obersten Anführern. Tu, was immer notwendig ist und bringe die göttlichen Artefakte in deinen Besitz. Xardars sucht die fünf Artefakte Adanos. Das ist es also. Die Artefakte Adanos, die Macht der Götter. Verstehe. Was weißt du darüber? Die Artefakte Adanos öffnen das Tor zur Welt der Götter. Das Tor zu Beliar. Mit Hilfe der Artefakte kann er sich dir selbst offenbaren. Wenn du diese Artefakte im Tempel Beliars einsetzt, dann wirst du einen Teil seiner Macht empfangen. Vorausgesetzt. Vorausgesetzt was? Du besitzt den richtigen Fokus, um die Macht auf dich zu lenken. Was ist dieser Fokus? Mein Stab. Der Stab des ewigen Wanderers. Ich will dir ein Geschäft anbieten. Was ist das für ein Geschäft? Besorge du dir die fünf Artefakte Adanos. Dann werde ich dir den Stab des Wanderers geben. Und du kannst die Macht Beliars empfangen. Verstehe. Dieses Org-Lager. Problem ist, wir müssen eigentlich das von hier machen. Hier machen. Damit die eher durch die Zeitblase rennen. Und das war's schon. Junge, hat's den weggefeuert. Komm mit, es gibt Arbeit. Was hast du vor? Du und ich. Wir holen uns ein paar Leute und stürmen die Mine. Endlich. Wird auch Zeit. Wenn du willst, führe ich dich. Bring mich zum Feuer-Clan. Kein Problem. Inos zum Gruße. Freund oder Feind? Feind. Oho, ein Scherz-Bolt. Gut, wenn du rein willst, musst du an mir vorbei. Also komm her. Ich werde dir zeigen, was ein Haken ist. Wer zuerst bewusstlos wird, hat verloren. Dann zeig mal, was du drauf hast. Nichts zu holen. Hier ist der Feuer-Clan. Sie haben die besten Kämpfer Nordmars. Bring mich zum Wolfs-Clan. Bleib einfach hinter mir. Gut gekämpft. Ich bin Sievert. Herzlich willkommen beim Feuer-Clan. Was machst du hier? Ich? Ich empfange die Krieger, die von draußen kommen. Sind viele Krieger unterwegs? Ja, wir haben schwere Zeiten, Junge. Die Orks werden immer dreister. Früher mussten sie nur ihre Nase aus ihren Höhlen stecken und haben eins drüber gekriegt. Mittlerweile haben sie sich hier überall breit gemacht. Es sind einfach zu viele. Was gibt's hier? Komm drauf an, was du suchst. Wenn du ein paar Orks klatschen willst, wird sich bestimmt wer finden, der dich begleitet. Wir haben natürlich auch Schmiede und Jäger im Dorf. Sie sind nicht so gut wie bei den anderen Clans, aber den einen oder anderen Trick können sie dir bestimmt zeigen. Erzähl mir was über den Clan. Wir sind der Feuer-Clan. Was habt ihr mit Feuer zu tun? Innos ewige Flamme wohnt in unserer Brust und gibt uns Stärke für den Kampf gegen die Orks. Wir haben hier die besten Krieger in ganz Nordmar und die Orks fürchten uns. Geh ins Dorf. Es gibt keinen Mann, der es mit dem Mut unserer Krieger aufnimmt. Du wirst sehen. So, wir sind beim Wolfs-Clan. Ihre Hilfe können wir gut gebrauchen. Sie haben die besten Bogenschützen. Zeig mir den unteren Eingang der Mine. Bleib dicht bei mir. Hier geht's zur Mine. Ab jetzt sollten wir vorsichtig sein. Na, alles in Ordnung? Hm? Schon gut. Ich will es gar nicht wissen. Was machst du hier? Das frage ich mich auch. Ich soll im Dorf bleiben, damit es nicht schutzlos ist, wenn die Orks kommen. Wo ist das Problem? Wir müssen die Orks angreifen. Dann werden sie es nicht wagen, unserem Dorf zu nahe zu kommen. Weißt du was? Ich pfeife auf den Befehl. Wenn ich Orks sehe, gehe ich sie jagen. So wie es gute alte Tradition in unserem Clan ist. Sag mal, hast du gerade was vor? Nein. Gut. Ich brauche nämlich noch ein bisschen Rückendeckung. Worum geht's? Ach, nichts Besonderes. Ein paar Orks treiben sich in der Nähe des Dorfes rum. Ich will mich darum kümmern. Lass uns Orks schlagen. Ja, folge mir. Irgendwo hier müssen die Biester sein. Ja, da sind sie. Das ist ein Schamana. Nein. Oh, wir haben tatsächlich mal kein Mana mehr. Äh. Das bringt mich. Das bringt mich. Das bringt mich. So, nicht. Das bringt mich. Geh auf diese ganze Scheiße. Habe ich dir zu viel versprochen? Da merkt man erstmal, dass man wirklich lebt. Und jetzt? Keine Ahnung, was du vorhast. Ich gehe ins Dorf und besaufe mich. Den Plunder der Orks kannst du behalten. Innos mit dir. Du glaubst an Innos? Natürlich. Innos hat uns gezeigt, was wahre Stärke ist. Und wie? Der erste König des Flachlandes war einer von uns. Innos gab ihm Stärke und Macht. Genug, um alleine das Flachland zu erobern. Nichts ist stärker als Innos. Deshalb folgen wir ihm. Alles klar? Nein. Nichts ist klar. Wo ist dein Problem? Eigentlich sollte ich da draußen sein. Orks jagen. Ja, und? Siehst du, was ich anhabe? Eignet sich wohl nicht zum Orks jagen. Ist doch hübsch. Haha. Verarschen kann ich mich alleine. Was bekomme ich, wenn ich dir eine Rüstung besorge? Das wertvollste, was ich besitze, ist meine Axt. Klingt gut. Vergiss es. Ich werde dein Gefolgsmann. Mehr kann ich dir nicht bieten. Ich besorge dir deine Rüstung. Gut. In diesen Klamotten beginnt man an seiner Männlichkeit zu zweifeln. Ich brauche eine Rüstung für Thorald. Wie groß? Er ist groß und dick. Ich will die Rüstung für Thorald kaufen. Hier ist das Gold. Hier. Alles schön verplant. Hier ist deine Rüstung. Na endlich. Was jetzt? Wenn du willst, werde ich dich begleiten, solange du in Nordmar bist. Ich suche Männer. Du hast einen gefunden. Ich will die Mine des Hammerclans befreien. Ich brauche noch Kämpfer. Ich bin dabei. Ich werde dir folgen. Mit seiner fetten Berserker-Axt. Hallo, wie? So hier. Ich glaube, es gibt keinen Ort, an dem du nicht auftauchst. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Schon gut. Räge dich ab. Ich hätte nur nicht mit dir gerechnet. Hier. Am Ende der Welt. Wie sieht's aus? Eigentlich hatte ich ja vor, Roba einen Besuch abzustatten. Aber der Feigling hat sich hinter einer Barriere versteckt. Du weißt ja. Wir haben da noch was aus der Welt zu räumen. Die Sache mit dem Knast. Genau. Das wird er noch bereuen. Niemand schmeißt mich ungestraft ins Gefängnis. Auch nicht der König. Ich glaube, es gab keinen Tag in Chorinis, an dem ich nicht daran gedacht habe, Roba gegenüber zu stehen. Was hast du vor? Wir müssen in den Palast des Königs kommen. Wir? Ich brauche deine Hilfe. Hast du vergessen, wer dich in die Kolonie geschickt hat? Es ist Zeit, für Gerechtigkeit zu sorgen. Der König ist stark. Aber gemeinsam können wir ihn töten. Was hast du vor, wenn der König tot ist? Das werde ich dann sehen. Der Krieg ist eh verloren. Keiner weiß, was dann passiert. Wie kann ich dir helfen? Wir müssen in den Palast des Königs kommen. Es gibt Teleportsteine dorthin. Wir brauchen zwei. Einen für dich und einen für mich. Einst gab es in jeder Burg der Paladine so einen Stein. Für den Notfall. Bringen Sie hierher. Ja, das machen wir vielleicht später. Brauchst du Waffen? Ich habe Waffen. Erstklassige Äxte. Es gibt in Nordmar keine bessere Ware als meine. Ingwer vom Hammerclan ist vielleicht ein bisschen besser. Erzähl mir was über die Gegend. Hm. Da gibt's nicht viel. Eis und Schnee. Ach ja. Und es gibt das Kloster in den Bergen. Hab aber schon länger nichts mehr davon gehört. Wenn du genaueres wissen willst, rede mit Fritschow. Er ist ab und zu beim Kloster. Wie komme ich zum Kloster? Unten am Dorf führt ein Weg in die Berge. Folge ihm. Kannst du mir zeigen, wie man schmiedet? Bei Enos. Das kann ich. Aber ich zeige dir nicht, wie man reine Erzwaffen schmiedet. Dafür musst du zum Hammerclan gehen. Zeig mir, wie man schmiedet. Hast du dein Handwerkszeug und die Rohstoffe dabei? Was meinst du? Glaubst du, ich schenke dir die Rohstoffe? Stahl ist wertvoll. Zu wertvoll, um ihn von einem Lehrling ruinieren zu lassen. Was brauche ich? Ein Schmied braucht seinen eigenen Hammer. Das ist schon mal klar. Bring einfach mal 30 Schmiederohlinge mit. Wenn du Glück hast, bekommst du 10 gute Klingen daraus. Hier sind deine Rohlinge. Den Hammer habe ich auch dabei. Gut, das dürfte reichen. Bist du bereit, die Ausbildung zu beginnen? Inos sei mit dir. Du bist ein Kämpfer, kein Pilger. Das sehe ich. Kommst du aus Myrterna? So ungefähr. Dann hast du schon erlebt, was uns noch bevorsteht. Pilger? Wieso sollte ich ein Pilger sein? Nun, das Inos-Kloster in den Bergen hat früher oft Pilger aus dem Mittelland angelockt. Aber seit dem Krieg ist kaum noch jemand gekommen. Ist in letzter Zeit ein Pilger hier vorbeigekommen? Pilger? Nein. Ein junger Feuermagier war vor kurzem hier. Er ist aber direkt weiter zum Kloster. Er schien es eilig zu haben. Hatte er einen Namen? Milo? Nein. Milton. So heißt er. Was steht euch bevor? Der Kampf um das Überleben der Clans. Orks streifen ungestraft durch unser Land und wir verkriechen uns in unseren Dörfern. Aber damit ist jetzt Schluss. Der Feuerclan wird sich die Macht unserer Ahnen holen und die Orks aus unserem Land verjagen. Erzähl mir was über den Feuerclan. Wir sind die besten Krieger Nordmars. Wir kämpfen für Inos gegen die Orks. Wieso für Inos? Er zeigte unserem Clan, was es heißt, stark zu sein. Sein Feuer wärmt unsere Hütten und heizt unsere Schmiede. Es ist nur recht, dass wir es ihm mit Orkblut zurückzahlen. Was ist die Macht der Ahnen? In Nordmars gab es schon immer große Krieger, geschickte Jäger und die besten Schmiede der Welt. Die meisten von ihnen haben wir vergessen. Aber die größten von ihnen wurden in Graben gestandet. Ihre Fähigkeiten sollten den Clans über ihren Tod hinausdrehen. Wie das? Jeder dieser Helden hat vor seinem Tod einen Ahnenstein angefertigt. Ein Stein von uralter Magie. Die Kunst, sie herzustellen, ist ebenso verloren gegangen wie das Wissen um ihre Herkunft. Die Ahnensteine verleihen demjenigen, der sie an ihren vorgesehenen Ort bringt, die Fähigkeiten seines Erschaffens. Was hast du vor? Ich habe meine sechs besten Krieger zu den Grabhöhlen geschickt. Dort werden sie alles lernen, was wir für den Kampf brauchen. Ich mache mir große Sorgen. Sie hätten längst zurück sein sollen. Dafür kann es nur einen Grund geben. Sie sind tot. Warum hast du deine Krieger jetzt erst losgeschickt? Die Ahnensteine lagen lange in unseren Truhen. So lange, dass wir ihre Bedeutung vergessen hatten. Aber ich hatte einen Traum. Ich sah, dass die Ahnen sich im Zorn über die Orks aus ihren Gräbern erhoben. Sie wollten kämpfen. Gegen die Orks. Da wusste ich, was sich zu tun hat. Die Ahnen sind erwacht? Ja. Du musst vorsichtig sein. In ihrer Wut können sie Freund und Feind nicht unterscheiden. Du wirst gegen sie kämpfen müssen, um die Ahnensteine an ihren Ort zu bringen. Aber zögere nicht. Sie sind schon tot. Gib ihnen die Ruhe, die sie verdienen. Kann ich helfen? Vielleicht ist es besser, wenn wir nur einen Krieger schicken. Einen wirklich starken Krieger. Bist du gut genug? Gut genug für was? Dir die Macht der Ahnensteine zu holen. Ich werde mir die Macht der Ahnensteine holen. Ich hoffe, dass deine Tatenkraft genauso groß ist wie dein Mut. Es kann sein, dass du gegen die Geister der Ahnen kämpfen musst. Sie sind zornig. Aber nimm darauf keine Rücksicht. Es geht um alles. Die Geschichte wird uns recht geben. Was ist, wenn deine Krieger noch leben? Egal. Wir schicken einen. Dich. Eine Axt ist besser als sechs Messer. Sie sollen dir ihren Ahnenstein geben. Wie finde ich die Ahnensteine? Ich habe eine Karte. Dort sind alle Grabhöhlen eingezeichnet. Geh dorthin. Ich bin sicher, dort wirst du die Spuren meiner Krieger finden. Klingt gut. Pass auf. Die Toten in Nordmar sind mächtig. Kann man sich schützen? Nein. Man muss versuchen, die Toten zu besänftigen. Die Orktöter können dir mehr darüber erzählen. Dort ist ein Loch in dem Sockel. Dort kann man etwas hineinstecken. Passt. Und dafür bekommen wir halt immer Rufe in Nordmar. Stärke, Geschick oder Schmiedelkunst, glaube ich. Was anderes gibt es nicht. Und ein bisschen Erfahrung. Gib mir den Ahnenstein. Was hast du vor? Curth schickt mich. Ich soll mir die Macht der Ahnen nehmen. Gut. Wenn er es sagt. Aber lass ihn dir nicht klauen. Hm. Auf dem Stein steht, hier ruht einer. Und da ist eine Öffnung. Dort könnte man was einstecken. Passt. Ich habe Einers Helm. Du hast Mut. Das muss man dir lassen. Wenn du es geschafft hast, den Helm zu besorgen, hast du auch das Recht, ihn zu tragen. Trage ihn mit Stolz. Ein Sockel. Dort kann man was reinstecken. Der Ahnstein passt genau hinein. So, dann haben wir die Folge Einers Grab und Snorres Grab gemacht. So, und jetzt werden wir vollkommen unspektakulär den weißen Hetzer töten. Der Hetzer ist tot. Ich weiß. Ich habe es gespürt, als er starb. Bekomme ich jetzt den Stein? Ja. Er soll dir gehören. Halte ihn in Ehren. Was ist mit dir? Ich werde jetzt gehen und sterben. Meine Hütte gehört dir. Ich brauche sie nicht wenigstens. Einmal hier. Und einmal hier. Und vielleicht nochmal hier. Sowas machen. Dann können wir ein bisschen Mana nehmen. Und dann können wir einfach mit der Flammenwelle durchblühen. Eigentlich ist nur ein Problem überhaupt. Also nur ein Gegner ist wirklich ein Problem. Und der ist auch kein Problem mehr, denn er ist mitverreckt. Und eine Leiche mit dem Ahnenstein. Und dann holen wir uns die Macht. Und Birik. Milton. Er ist noch nicht lange da. Aber wahrscheinlich wirst du ihn gar nicht sehen. Er ist eigentlich immer in der Höhle der Erleuchtung. Milton ist hier? Du kennst ihn? Ich finde ihn irgendwie komisch. Er ist noch so jung und trotzdem... Trotzdem was? Er wirkt so erwachsen. Als wenn er schon viel erlebt hätte. Die Höhle der Erleuchtung? Das Heiligtum des Klosters. Dort offenbarte sich Enos den Menschen. Als Dank bauten sie dieses Kloster und den mächtigen Schrein in der Höhle. Was macht Milton in der Höhle? Er forscht. Er hat sich einen Stapel alter Bücher aus der Bibliothek besorgt. Seitdem habe ich ihn nicht wiedergesehen. Ach ja. Er hatte diesen Kelch dabei. Aber was es damit auf sich hat, weiß ich nicht. Was gibt es im Kloster? Zur Zeit sind wir nicht besonders viele. Viele von uns sind im Krieg umgekommen. Aber was rede ich? Gehe am besten zu Meister Altus. Er wird sich freuen, Neuigkeiten von draußen zu hören. Enos mit dir, Bruder. Was machst du hier? Ich forsche. Früher vor dem Zwischenfall mit den Runen war ich ein Meister der Verwandlungsmagie. Und jetzt? Jetzt komme ich mir vor wie ein einfacher Bauer. Aber mir ist zu Ohren gekommen, dass es andere Wege gibt, sich zu verwandeln. Wovon hast du gehört? Von Menschen, die sich verwandeln, obwohl sie selbst keine Magier sind. Stell dir vor, ich könnte das auch. Dann wäre alles wie früher. Bring mir etwas über alte Magie bei. Ich will besser werden im Umgang mit dem Stab. Dein Gegner wird einen Stab immer unterschätzen. Er wirkt nicht so gefährlich wie ein Schwert oder eine Axt. Nutze dies. Es gibt Manöver, die mit einem Schwert nicht möglich sind. Wenn du deinen Gegner überraschen kannst, hast du schon fast gewonnen. Was brauchst du? Hast du schon mal von Druiden gehört? Ja. Sie haben einen Stein, der ihnen Macht verleiht. Diesen Stein brauche ich. Ich hole dir den Stein. Wunderbar. Ohne meine Magie würde ich da draußen keine Stunde überleben. Du bist meine Rettung. Wo finde ich einen Druiden? Beim Wolfsklan gibt es einen Jäger. Er heißt Bogir. Ich bin mir sicher, dass er ein Druide ist. Hier ist der Stein. Ja, endlich. Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Jetzt wird alles gut. Hier. Dieses alte Buch habe ich in der Bibliothek gefunden. Ich hoffe, es hilft dir weiter. Also, wir haben den Stein von Bogir wirklich hoch in Ehren gehalten. Aber dafür kriegen wir zwölf altes Wissen aus diesem Buch. Hier steht etwas über die alte Magie. Innos mit dir, Bruder. Was machst du hier? Ich bete. Für mich und meine Brüder. Viele von uns Paladinen haben sich von Innos abgewendet und ihren Glauben verloren. Du nicht? Nein. Für mich ist es eine Prüfung. Eine Prüfung des Glaubens und der Entschlossenheit. Mit Innos Hilfe werde ich sie bestehen. Was ist? Oh, wir haben Besuch. Bist du? Nein, das ist unmöglich. Obwohl die Haare, die Nase. Du bist es wirklich. Innos sei gesegnet. Endlich bist du gekommen. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe mir dich anders vorgestellt. Wie denn? Nun, ähm, irgendwie, ähm, größer. Ich hoffe, die Enttäuschung ist nicht zu groß. Nein, natürlich nicht. Es tut mir leid. Wen habt ihr denn erwartet? Den, der uns retten wird. Den Erlöser. Du wirst die Menschen wieder ins Licht führen. Warum sollte ich das tun? Milton hat mir schon gesagt, dass du nicht begeistert sein wirst. Aber er hat mir auch von deinen Taten berichtet. Dem Schläfer und den Kampf gegen den Drachen. Wenn uns jemand retten kann, dann du. Wir werden dir helfen, soweit es in unserer bescheidenen Macht steht. Wo ist Milton? Er ist am Heiligtum. Im Vorhof des Klosters gibt es eine Treppe, die in den Berg führt. Folge ihr. Sie führt dich zu ihm. Ich bin auf der Suche nach altem Wissen. Dieses Kloster ist Hort alten Wissens. In unserer Bibliothek lagern Schätze von unermesslichem Wert. Dargott, unser Bibliothekar, wird dir helfen. Ich will zu Innos beten. Die Kapelle steht dir jederzeit offen. Kannst du mir was beibringen? Ich beherrsche noch die Kunst der wahren Magie. Wenn du willst, versuche ich, sie dich zu lehren. Abgesehen davon bin ich ein ganz passabler Alchemist. Wenn du auf der Suche nach Zaubern bist, solltest du dich auch an Dargott wenden. Er kann dir bestimmt auch ein paar Zauber beibringen. Bin ich so bescheuert, weil die einem ja keine Zauber beibringen. Ich bringe Feuerkirche. Ah, Milton wird sich sehr darüber freuen. Am besten bringst du sie direkt zu ihm. Innos zu Große. Was führt dich zur Bibliothek? Ich bin auf der Suche nach Magie und altem Wissen. Dann bist du hier richtig. Ich habe viel Zeit in diesen Katakomben verbracht und das Wissen unserer Vorväter studiert. Vielleicht kann ich dir weiterhelfen. Ich bin auf der Suche nach einem Artefakt. Was für ein Artefakt? Ein Ring. Er wurde vor tausend Jahren aus der Wüste nach Norden gebracht. Hm, nein. Das sagt mir nichts. Vielleicht findest du etwas in den Chroniken der Herrschaft. Ich suche den fünften Tempel des alten Volkes. Hier gibt es keine Tempel. Nur Eis, Berge und Orks. Ich kann dir nicht weiterhelfen. Was sind das für Chroniken? Dort steht die gesamte Geschichte unseres Ordens. Vor allem auch aus den frühen Jahren unseres Ordens. Gut. Wo finde ich das Buch? In der Bibliothek. Allerdings gibt es da ein Problem. Was für ein Problem? In dem Buch stehen viele Geheimnisse. Deshalb haben wir es durch Magie versiegelt. Nur uns Magiern war es möglich, das Buch zu lesen. Wo ist das Problem? Durch den Verlust der Magie kann niemand vorhersagen, was passiert, wenn wir das Buch öffnen. Du musst sehr vorsichtig sein. Wo finde ich die Chroniken? Sie sind in der Bibliothek. Unterste Etage. Am Anfang zogen die Nomaden über das Land und der ewige Wanderer führte sie. Und Innos sprach zu dem ewigen Wanderer, leg dein Stab herseite. Und an seiner Stadt gab ihm Innos das Zepter und der ewige Wanderer wurde sein Diener. Und Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das er dem Wirken Belias Einheit gebiete. Und die Macht war Feuer und er lenkte es nach seinem Willen. Aber einige unter den Nomaden wollten Innos nicht folgen und das Volk der Nomaden war gespalten. Und die Innos folgten, errichteten große Tempel und wurden das Volk von Varand. Und das Zepter war ihr zeichniger Herrscher. Und Innos sprach zu seinen Dienern, errichtet mir ein Portal, auf das ich auf ewig über diese Welt herrsche. Und seine Dienertaten in ihm geheißen waren. Als er bei Belia sah, was die Diener Innos taten, schrie er verzaugt. Und ein Wesen von uralter Macht hörte seinen Ruf und erhob sich aus der Erde und andere große Wesen mit ihm. Aber die Zeit der großen Wesen war vorbei, denn so war Adanos' Wille. Aber Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgespült von der Erde. Als der Diener Innos erkannte, was geschah, ließ er die fünf göttlichen Artefakte in die Tempel bringen. Und das Volk von Varand ging unter. Und Zepter und Stab versanken in den Wassern. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern, Nie mehr sollt ihr mein Land betreten, denn es ist heilig und so soll es sein. Ah, interessant. In Nordmar lebten die Barbaren und Robar war bar von ihnen. Er irrte ohne Feuer und Waffen durch das Eis und das Biest jagte ihn. Robar versteckte sich in einer Höhle, doch das Biest spürte ihn auf. Und Robar griff hinter sich und dort war ein Schwert. Er nahm es und tötete das Biest mit einem Hieb. Aber das Schwert war von Feuer umgeben und Innos war mit ihm. Und Innos sprach zu Robar, steig hinab von den Bergen und besiege meine Feinde. Und Robar führte Krieg gegen die Orks. Und Innos' Zorn fuhr auf sie herab. Und Robar war siegreich. Als seine Feinde besiegt waren, sprach Innos zu ihm, hier sollst du dein Reich gründen. Und Robar tat es. Nach dem ersten großen Krieg herrschten die Orks im Reiche Myrtana. Und die Menschen waren ihre Sklaven. Aber die Kämpfer waren ihre Gladiatoren. Einer unter ihnen war Zuben. Er kämpfte gut, denn er teilte den Glauben der Orks. Und die Orks schenkten ihm die Freiheit. Und Zuben wanderte in den Süden. Aber auf seiner Reise fand er den Stab des ewigen Wanderers. Und er nahm ihn an sich. Und Belia sprach zu ihm, nun geh, bis du in das Land der Nomaden kommst, und errichte ein Reich für mich. Und Zuben ging in die Wüste. Und dort rammte er seinen Stab in die Erde und sprach, hier errichte ich mein Reich für dich. Und der Glaube der Orks wurde der Glaube der Menschen. Und hier haben wir die Chroniken der Herrschaft. Akasha war angewiesen, das letzte Artefakt im Tempel zu verstecken. Und das Wasser tobte, und Akasha sah, und der Tempel versank. Und Akasha wanderte nach Norden. Und er wanderte bis zum großen Gebirge im ewigen Eis. Und er gründete einen Clan. Und es war der Clan des Feuers. Ich weiß jetzt, wie der Ring nach Norden gekommen ist. Akasha, ein Krieger des alten Volkes, brachte ihn aus der Wüste bis hierher nach Nordmar. Interessant. Sagt das Buch auch, wo du den Ring findest? Vielleicht. Akasha ist hier begraben worden, zusammen mit dem Ring. Du suchst also sein Grab. Geh zum Feuerclan. Seine Krieger bewachen die Grabhöhlen. Wenn dir jemand helfen kann, dann sieh. Bring mir was über Alchemie bei. Nur weiter so. Gut so. Ich will permanente Tränke herstellen. Ja, das denke ich mir. Mit diesem Wissen bist du in der Lage, jeden permanenten Trank zu brauen. Alles, was du benötigst, ist ein Rezept und die erforderlichen Zutaten. Die meisten Zutaten sind sehr selten. Also wirst du viel unterwegs sein. Also genieße das Brauen. Und damit sind wir jetzt vollkommen OP. Fast 1000 Mana, 426 Ausdauer, 477 Leben. Wir haben endlich nicht mehr am wenigsten Leben von allen Bärten. Die 95 Alchemie, die wir erreicht haben, nur durch das Lernen von 2 Punkten Alchemie. Das ist auch nicht so schlecht. 52 Diebeskunst. Werden wir, glaube ich, nicht mehr verbessern. Schmiedekunst wird, glaube ich, noch einen Ticken hochgehen. Müssen wir ja sowieso, glaube ich. Wenn wir das hier noch lernen wollen, brauchen wir ja 50 Schmiedekunst. Aber ich würde auf jeden Fall das lernen, damit wir hier diese Questreihe starten können. Altes Wissen, 430 auch nicht so schlecht. 218 Jagdgeschick und 193 Stärke. Ist auch nicht schlecht dafür, dass wir ein Magier sind. Das hier würde ich gerne noch lernen, aber ich glaube, wir haben keinen Lehrer mehr dafür. Die haben wir alle umgebracht. Ähm... Ah, da bist du ja. Ich habe mich schon gefragt, wann du hier aufkreuzt. Wieso hast du mich erwartet? Du hast ein Talent dafür. An diesem Ort kann Großes geschehen. Da kannst du nicht fern sein. Was wird hier geschehen? Ich weiß es nicht. Aber jetzt, wo du hier, wo du hier, bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass hier was passiert. Einst ist Innos an diesem Ort auf unsere Welt herabgestiegen. Vielleicht hat er nur auf dich gewartet. Wieso sollte er? Im Moment scheint das Schicksal immer auf dich zu aufdichten. Der Schläfer könnte noch Zufall gewesen sein. Der Drache? Ja, Kinder. Sehr unwahrscheinlich. Du bist was Besonderes und du spielst eine besondere Rolle. Wie bist du hierher gekommen? Mit Olivier, dem Paladin. Ich bin ihm in Myrtana begegnet. Er hat mir vom Kloster und den Feuerkelchen berichtet. Ich habe mich ihm angeschlossen. Vielleicht hätte ich es ohne ihn auch nicht geschafft. Hast du die Magie gefunden? Ja, ein paar Sprüche hat mir Innos gewährt. Wenn du willst, kann ich versuchen, sie dir beizubringen. Bring mir etwas über alte Magie bei. Ah, er kann gar nichts. Cool. Was soll ich tun? Das weiß ich nicht. Aber solange du es auch noch nicht weißt, kannst du mir bei den Feuerkelchen helfen. Einen von ihnen habe ich schon gefunden. Jetzt brauchen wir noch den Rest. Wo soll ich nach den Feuerkelchen suchen? Wir haben einige Paladine und auch einige unserer Ordensbrüder entsandt, um die Kelche zu finden. Geh und halte Ausschau nach ihnen. Vielleicht weiß der eine oder andere schon mehr. Ich habe herausgefunden, wie wir mit ihrer Hilfe den Paladinen ihre Magie wiedergeben können. Die Kelche wurden für die ersten Paladine geschmiedet. Hier in dieser Höhle, in Innos reinigendem Feuer, wandt man starke Magie in diesen Kelchen. Ein Paladin, der aus einem der Kelche trank, wurde so von Innos Macht erfüllt, dass er in der Lage war, Magie zu birgen. Aber das ist lange her. Im Laufe der Jahre wurde ihre Kraft immer schwächer und geriet in Vergessenheit. Runen-Magie ersetzte ihre Funktion. Das nennt man wohl Pech. Ihre Kraft ist nur erloschen, nicht zerstört. Hier an diesem Ort können wir ihnen ihre alte Kraft zurückgeben. Wie genau würdest du den Feuerkelchen die Kraft wiedergeben? Wenn wir alle zwölf Kelche haben, müssen wir sie in das heilige Feuer werfen. Und dann? Dann werden sie von Innos Macht erfüllt werden. Anschließend müssen wir sie nur noch den Paladinen bringen. Hier, nimm meinen Feuerkelch. Er ist bei dir besser aufgehoben. Jetzt suche die restlichen Elf Feuerkelche und bringe sie hierher. Ich habe alle Feuerkelche gefunden. Ich wusste, du würdest uns nicht enttäuschen, mein Freund. Dann wirf sie jetzt ins heilige Feuer. Schnell! Ja, mach's gut. Wir hauen erstmal wieder ab, weil ich hab da gerade keinen Bock drauf. Innos sei Dank. Endlich kommt hier jemand vorbei. Was ist los? Orcs. Sie haben uns aus dem Hinterhalt überfallen. Ich konnte gerade noch fliehen und mich hier verstecken. Wer ist wir? Ich sehe hier nur dich. Mein Kumpel hat es nicht geschafft. Sie haben ihn direkt niedergemacht. Was hast du jetzt vor? Die Orcs haben den Ahnenstein von Angier. Ich werde ihn zurückholen. Niemand tötet meinen Freund und kommt ungeschoren davon. Ich will Rache. Wo kommst du her? Ich bin Orc-Töter vom Feuerklan. Wir waren auf dem Weg zur Grabhöhle, um nach dem Rechten zu sehen. Dann kamen die Orcs. Erzähl mir was über Angier. Angier Eisenfaust war eine der größten Schmiede, die es in Nordbar je gegeben hat. Einige glauben sogar, dass er der erste Erzschmelzer gewesen sei. Und? War er das? Ich weiß es nicht. Und das ist auch nicht wichtig. Er war ein großer Mann, sonst hätte man ihn nicht so bestattet. Brauchst du Hilfe? Ja, zu zweit könnten wir versuchen, uns bis zum Schamanen durchzuschlagen. Dann töten wir ihn und nehmen den Ahnenstein. Aber überleg dir das gut, das wird eine heiße Nummer. Lass uns den Schamanen töten. Ja, lass es uns tun. Hier hast du noch einen Heiltrank. Bleib dicht hinter mir. Junge, wie weit das Schwert weggeflogen ist. Da ist die Sau. Jetzt erledigen wir ihn. Haben wir doch schon. Ahnenstein. Ja, und das war's. Du schlägst mich? Ach komm, Osmund. Na, warte. Ja, zur Strafe nehme ich dein Schwert mit und alles, was du dabei hast. Zur Strafe, weil du nicht gecheckt hast, dass ich eigentlich nur diesen Hasen angreifen wollte. Hm, der Sockel sieht aus, als wenn man etwas hineinstecken kann. Passt. Ja, wir haben uns Angiers Grab geholt. ... ... Dieser Ork hat einen Ahnenstein dabei. Können wir hier noch den Ahnenstein einsetzen? Hier ruht Akasha. Da ist eine Öffnung. Da kann man einen Stein einsetzen. Er passt. Hier oben ist jetzt Bogir und kämpft gegen den weißen Schattenläufer. Und eigentlich wollte er hier halt gegen den weißen Schattenläufer sterben und jetzt chillt er einfach den Rest seines Lebens hier im Wald. Er fliegt erstmal weg. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Ich habe die Macht von Snorre. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Ich habe die Macht von Baldar. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Ich habe die Macht von Angir. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Ich habe die Macht von Berek. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Ich habe die Macht aller Ahnen. Gut. Ich wusste, dass du der Richtige bist. Jetzt beende deine Aufgabe. Aufgabe? Vertreibe die Orks aus Nordmar. Zerstöre die großen Lager der Orks und töte ihre Anführer. Stelle sicher, dass kein Ork es jemals wagt, Nordmar zu besetzen. Ich habe die fünf Artefakte gefunden. Dann bist du auch würdig, meinen Stab zu tragen. Nimm ihn. Nimm den Stab des ewigen Wanderers. Geh nach Bakaresch in den Tempel und fordere von Biliar ein, was dir zusteht. Ich habe die Artefakte Aranos gefunden. Ich wusste, dass du es schaffen wirst. Jetzt nimm mein Zepter und mache dich zum erwählten Innos. Gehe zum Kloster des Feuers und empfange Innos' göttliche Macht. Ich habe die fünf Artefakte Aranos. Dann hältst du große Macht in deinen Händen. Eine Macht, die Zuben und Roba auf ihrer Seite sehen wollen. Beides ist möglich. Mit diesen Artefakten kannst du dich für Innos oder für Belia entscheiden. Und was hast du vor? Ich sage, es liegt an uns zu verhindern, dass Belia oder Innos diesen Krieg gewinnen. Denn was würde passieren, gewinnt einer der beiden. Eintausendjährige Herrschaft unter dem Willen eines Gottes. Am Ende wird es wieder Krieg geben. Mein Plan sieht vor, diesen Wahnsinn für immer zu beenden. Das ist der dritte Weg, den ich dir anbiete. Doch diese Entscheidung treffe nicht ich, sondern du. Und welche Rolle spielen die Artefakte dabei? Gehe zum Erzofen im Nordbar und zerstöre sie. Nimm den Fokusstein. Er enthält die gesammelte Magie der Runen. Es ist genug Energie, um den Erzofen so anzufeuern, dass die Artefakte darin vernichtet werden können. Ich soll die Artefakte vernichten? Damit ihre Macht nie mehr eingesetzt werden kann. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Entscheidest du dich für Belia oder Innos, ist alles, wofür ich gekämpft habe, verloren. Zumindest für die nächsten 1000 Jahre. Was ist, wenn ich die Artefakte zerstört habe? Dann beschreiten wir einen Weg, dessen Ziel wir nicht kennen. Aber es wird noch nicht vorbei sein. Alles weitere werde ich dir sagen, wenn die Artefakte zerstört sind. Die Artefakte zerstört, wenn ich die Artefakte zerstört habe. Junge. Enos, gewähre mir das höchste Wissen der alten Magie. Meteor ist auch witzig. Wir machen mal Feuerregen. Belia, gewähre mir das höchste Wissen der alten Magie. Vag hat genug Gold, um seine Schulden bei euch Assassinen zu begleichen. Ich habe es schon gehört. Reife Leistung, Fremder. Jetzt kann ich dir ja sagen, wo sich das göttliche Artefakt befindet. Ich weiß bereits, wo das göttliche Artefakt ist. Nun, dann habe ich nichts mehr als Gegenleistung für deinen Dienst, Fremder. Doch sollst du nicht mit leeren Händen bleiben. Nimm dieses Artefakt als Preis für unsere Abmachung. Bring mir was über das Schmieden bei. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch eben mal... Ja, komm. Zeig mir, wie ich eine Erzwaffe schmiede. Da gibt es nicht viel zu wissen. Das Prinzip ist das gleiche wie beim Waffenschmieden. Rolling heiß machen, bearbeiten, abkühlen. Aber so eine Erzwaffe braucht natürlich einen Erzrolling. Ich habe mit dem König gesprochen. Du hast es tatsächlich geschafft? Sehr gut, mein Freund. Sag schon, wie können wir Roba am besten dienen? Es wäre das Beste, wenn ihr euch erstmal weiter hier in Okara verschanzt. Gut. Wir werden warten. Für den König. Hier, dein Lohn für die gute Nachricht. Was das für ein ätzender Kampf gewesen wäre, wenn wir den gemacht hätten, als wir in Red Hawk waren. Leak! Die Ork-Patrouille vom Bauernhof ist tot. Innos sei Dank. Dieser Trupp hat mir ganz schöne Kopfschmerzen beratet. Wie du das angestellt hast, will ich gar nicht wissen. Trotzdem, gut gemacht. Hier hast du einen Anteil von unserem Goldfremdler. Die wandernde Ork-Patrouille ist zerschlagen. Sehr gut. Sie waren uns schon sehr nahe gekommen. Gute Arbeit. Hier ist dein Teil von unserem Gold. Hau bloß ab. Ich sagte, weg mit der Magie. Und ich sagte, halt deinen Mund. Das war knapp. Der Druide-Torn ist tot. Sehr gut. Dann muss ich mich nicht mehr auf den Weg machen, den Kerl zu killen. Hier hast du ein paar Münzen. Und jetzt schwör ab. Du faules Schwein hättest Thorn niemals erwischt. Vielleicht hättest du besser mal deinen eigenen Arsch bewegt. Was? Das muss ich mir von einem stinkenden Morrers sagen lassen. Niemand besiegt mich, Morrers. Und dann werde ich dich umbringen. Gunok, der Anführer des südlichen Druidensuchttrupps, ist tot. Das sind gute Nachrichten. Adenos ist mit dir. Hier. Nimm meinen Druidenstein. Er soll dir den Weg zu Adenos weisen. Entscheider. Bringe ich auch euch einfach alle oben. Weil ihr so nutzlos seid. Der Druide Runak ist tot. Das wurde auch Zeit. Ich suche das Schwein schon seit Tagen. Dann nehme ich mir jetzt mal eine Hauszeit. Bevor ich zurückgehe. Hab sie mir verdient. Dann ruhe dich mal aus von der schweren Arbeit. Ihr müsst auch alle sterben. Der Druide Thorn im Süden ist erledigt. Keine Sorge weniger. Gute Nachricht, Morrers. Nimm dies als Lohn. Der Druide Runak im Norden ist tot. Wunderbar. Gute Arbeit, Morrers. Hier. Nimm dies. Hier. Ich habe den Druidenstein des Druiden Runak. Das ist es, was ich gesucht habe. Der Stein enthält die Geheimnisse der Kraft der Druiden. Jetzt werden wir uns besser gegen diese Waldbewohner wehren können. Gut gemacht, Morrers. Hier ist dein Lohn. Lass uns angreifen. Dann wollen wir mal. Mal sehen, wie gesagt. Original, ich werde noch wahrscheinlich nicht unternehmen. Was war richtig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Och, perfekt. Schauen einfach hier hin und dann würde ich jetzt folgenden Vorschlag machen. Und den Nullleiter. Großvaters Erbe Teil 1. Neue Quest, wo ist der Guru? Das erste Buch Großvaters Erbe. Trauer überkam uns schlagartig, als die Kunde des Todes unseres Großvaters bei uns ankam. Sein Werk war noch nicht abgeschlossen und er versprach uns ein besseres Leben. Ganz auf uns allein gestellt, warteten wir verzweifelt auf einen Streiter, der uns den richtigen Weg zeigen könnte, das Werk unseres Großvaters zu beenden. Und so kam es, dass einer unserer Brüder begann, das Werk Großvaters fortzuführen. Er zeigte voller Freude die ersten Schritte auf Großvaters Weg. Nach sichtlichem Erstaunen der anderen Brüder, eingeschlossen mir, begannen wir dem just geöffneten Pfade zu folgen. Ein anstrengender Pfad, ein steiniger Pfad, voller Missgunst und Fallen. Nur wenige winkten uns am Anfang unserer Reise zu und was weit schlimmer war, einige behinderten uns bei den ersten Schritten. Unsere Reise begann unter keinem guten Stern und so zogen wir mit viel zu schwerer Last in die fremde Welt hinaus. Keiner soll behaupten, wir würden uns den Gefahren nicht stellen wollen. Und so folgten wir den gefundenen Zeichen, die in die Wüste deuten. Lauert der Feind auf den Handelsrouten der Assassinen? Besteckt er sich im Schutz der Bergketten? Und in der finden wir den nächsten Schlüssel und Großvaters Erbe Teil 2. Aua! Und die nächsten... Die nächsten Gegner, Großvaters Erbe Teil 2. Das zweite Buch, Großvaters Erbe. Unsere Aufgabe war es, ihn zu beseitigen, dessen unzählige Untaten alle in Schrecken versetzten. Uns verhöhlen, schrieb er stilles Zeugnis seiner Taten bei jedem seiner Opfer. Leid und Verzweiflung trübte die Aussicht und doch waren wir auf der Jagd nach ihm. Wir lösten hier Probleme und erhielten dort zum Dank neue, gewaltigere Aufgaben. Schwerer lasteten die Herausforderungen auf unseren Schultern und zu schwer für einige von uns. Und so verloren wir einige Brüder gleich am Anfang unserer Jagd. Nein, nicht, dass ich an unserem Ziel zweifle. Doch müssen schon jetzt die ersten Opfer erbracht werden? Teuer haben wir bezahlt. Trauert um die gefallenen Streiter, um die gefallenen Brüder. Doch verzagt nicht, denn sonst ist die Opfer umsonst gewesen. Nachdem er einige von uns hinweg gerafft hatte, floh er nach Norden. Sicher wird er die Städte meiden, aber ganz ohne Mauern wird er nicht auskommen, wenn er sich uns widersetzen will. Hier haben wir die Gruppenhypnose und Großvaters Erbe Teil 3. Das Gute ist, dass wir hier dieselbe Taktik anwenden können, die wir auch gegen die Skelette damals angewandt haben. Nur, dass wir diesmal einfach mit Magie arbeiten. Und ich weiß gerade gar nicht, wieso arbeite ich eigentlich nicht mit besserer Magie. Großvaters Erbe Teil 3 Das dritte Buch Großvaters Erbe Trübselige Augenblicke liegen hinter uns. Der Weg forderte weitere Opfer und Entbehrungen. Niemand kann sagen, was uns morgen erwarten wird. Doch werden wir den kommenden Gefahren und Zeichen nicht mehr alleine trotzen müssen. Auf unserem Weg trafen wir edelmütige Ritter, die mit uns auf demselben Pfade wandern. Mit ihrer Hilfe konnten wir in kürzester Zeit eine Vielzahl von Gefahren trotzen. Einer. Ohne Zweifel, ohne unsere neuen Gefährten wären wir heute nicht so weit auf dem Pfad vorangekommen. Brüder schaut, dort lag er, auf dem Boden vor euch. Seine Spuren sind deutlich, seine Wunden tief. Er kann nicht weit sein. Die Burg gab unseren Angriffen nach, doch er war in den Trümmern nicht zu finden. Er ist in den Norden entkommen? Sucht er die Ruhe der Toten? Doch bevor wir uns zum letzten Kampfe stellen, gebt unseren gefallenen Brüdern die letzte Ehre. Er gratscht sie in diesem ehrwürdigen Boden und gestattet ihnen über das Schlachtfels zu wachen. Vielleicht wachen sie auch über uns, denn der Weg in den Norden wird kalt werden. Hier drüben ist dieser Felsen. Und von diesem Felsen kann man auf diesen Felsen, und dann hat man hier so einen ewig langen Gang, und an dessen Ende steht eine Kiste. Und in dieser Kiste, und diese Kiste ist die verzierte Truhe, und darin befindet sich Großvaters Erbe Teil 4. Großvaters Erbe Teil 4 Das vierte Buch, Großvaters Erbe Acht Brüder waren wir, acht im Kampfe gebettet, acht, die kämpften hier, acht haben euch errettet. Er, der Guru, stand vor uns, und keiner wollte zweifeln. Ohne die Ritter waren wir auf uns allein gestellt, und unsere Zeit war gekommen. Das Erbe unseres Großvaters würde hier und jetzt vollendet werden. Das seid euch meiner Wunden bewusst. Ich schreibe dies mit letzter Kraft, um der Welt unsere nahen Sieg zu verkünden. Das größte Übel dieser Welt würde sich heute dem letzten Kampf bestellen müssen. Nur der Tod einer der Seiten kann im Weg der Zukunft stimmen. Auf die ein oder andere Art. Ich, göttlicher Beistand, werde den kommenden Kampf nicht überstehen. So bete zu deinem Gott und flehe für das bessere Ende. Flehe, dass du nie den Guru zu Gesicht bekommen wirst. Großvater, willkommen. So, unbekannter Teleport, das Ziel ist unbekannt. Äh, Entschuldigung. Was machen sie hier? Es ist sehr laut hier. Und hier gibt's einige Bugs. Achso, und die kann man auch einfach... Bündern, die muss man nicht erst töten. Oh, shit. Okay. Ja, wo ist der Guru? Er ist genau hier. Oder er war genau hier. Jetzt ist er nicht mehr hier. Nordischer Speer. Tätepot zum Wolfsklan. Okay. Der Guru. Fünf Mana-Pflanzen dabei. Ja, ist jetzt... Also, ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Aber es ist eigentlich auch eher ein Easter Egg. Als irgendwas anderes. Weil man ja immer diesen... Where is the Guru? Absturz hatte. Und teilweise auch immer noch hat. Aber diesmal ist es wohl irgendein Memory-Problem. Wir müssen auf jeden Fall schnell wieder hier weg. Denn es ist viel zu laut hier hinten. So, das kennen wir ja schon. Du hast es geschafft. Mit den Kelchen kannst du den Paladinen ihre Magie wiedergeben. Was hast du jetzt vor? Meine Aufgabe hier ist erledigt. Wenn du willst, kann ich dich ab jetzt begleiten, mein Freund. Will ich aber gar nicht milken. Aber danke. Hier, nimm diesen Kelch. Er wird dir deine Magie zurückgeben. Danke. Ich danke dir. Verfüge über mich, wenn du willst. Nimm diesen Kelch und werde mein Paladin. Mh, lecker. Und jetzt? Spürst du nichts? Nein. Warte. Jetzt spüre ich was. Hier hast du deine Magie zurück. Ich danke dir. Du bist ein vielversprechender Mann. Innos, gebe dir Kraft für deine Mission in dieser Welt. Und ich gebe dir dies zur Stärkung. Ich bin gekommen, dir die Magie zurückzugeben. Hör auf, mich zu verspotten. Sonst wird es dir schlechter gehen. Hier, nimm schon, du Spinner. Wahrhaftig. Es fühlt sich an wie damals. Gelobt sei es, du Innos. Du hast mich nicht verlassen. Dank dir, Frinder. Rufe nach mir und ich werde an deiner Seite kämpfen. Ich bin gekommen, dir deine Magie zurückzugeben. Innos sei Dank. Es gibt noch aufrichtige Männer in diesem Land. Nimm dies als Dank von mir. Du spielst eine ganz wichtige Rolle in diesem Krieg des Wahnsinns. Da bin ich jetzt ganz sicher. Pass auf deinen Rücken auf. Wenn du willst, kann ich dir gerne helfen. So wie du mir geholfen hast. Ich werde dein Waffengefährte sein, wenn du es wünschst. Gut zu wissen. Ich gebe dir deine Magie zurück. So ist der große Tag also gekommen. Innos, beschütze dich auf allen Wegen, die du beschreiten wirst. Nimm dies von mir, um deine Aufgaben leichter zu vollenden. Oh nein, nicht schon wieder, bitte. Ah, du bist gar kein Ork. Wie bist du hier reingekommen? Wer bist du? Mein Name ist Wenzel. Ich bin Paladin und komme aus Montera. Habe dort gegen die Orks gekämpft. Was ist in Montera passiert? Eines Morgens, kurz bevor die Sonne aufging, hatten die Orks die Stadt umstellt. Das war dann das Haus. Fast die Hälfte von uns fanden den Tod. Alle anderen wurden versklavt. Komm her. Ich gebe dir deine Magie zurück. Innos sei Dank. So lange warte ich schon auf die Erlösung. Das ist ein großes Geschenk. Ich danke dir. Hier, nimm mein Geschenk an dich. Möge Innos dich beschützen. Hier hast du deine Magie zurück. Glaube versetzt Berge, heißt es. Danke. Jetzt darf ich wieder hoffen, dass sich alles zum Guten wenden wird. Nimm dies und benutze es im Sinne Innos. Hier. Mit Magie kannst du deinen Job besser erledigen. Zum Teufel. Wir brauchen mehr Männer wie dich. Ich hab ja was für dich. Mach weiter so. Innos sei mit dir. Verdammt nochmal. Hier. Mit Magie geht's besser. Ich frag lieber nicht, wie du das angestellt hast. Innos sei mit dir. Danke. Hier. Warst du noch Heiltränke? Klar. Hier hast du deine Magie zurück. Ich schnall ab. Wie ist das möglich? Ich danke dir. Hier. Dafür hast du bestimmt Verwendung. Innos möge dich schützen. Ich hab mit Charybde über den Feuerkirch gesprochen. Das ist gut. Wir hatten es schon seit Tagen erfolglos versucht. Das hier wird dir die Magie zurückgeben. Du bist ein Held. Weißt du das? Innos möge dich beschützen. Hier. Nimm dies als Geschenk von mir. Artefakte vernichten. Die Artefakte sind zerstört. Es ist getan. Du hast dich entschieden. Wie geht dein Plan weiter? Wir werden die göttliche Macht, die noch übrig ist, von dieser Welt entfernen. Selbst ich vermag nicht zu sagen, wohin uns dieser Weg führt. Doch eins ist sicher. Es gibt kein Zurück mehr. Was ist mit deiner Macht? Auch ich trage die Macht der Götter in mir. Und auch diese Macht darf nicht auf der Welt bleiben. Und wie hast du dir das vorgestellt? Wenn es an der Zeit ist, werden wir die Welt verlassen und in das unbekannte Land gehen. Was ist das unbekannte Land? Das weiß niemand. Es gibt ein Portal weit im Westen. Doch niemand vermochte es bisher zu öffnen. Ich kümmere mich darum. Wir werden gehen? So ist es. Wenn wir beenden wollen, was wir begonnen haben, gehen wir zusammen. Wir werden diese Welt verlassen. Und der Krieg der Götter wird nicht mehr sein. Was ist noch zu tun? König Roba und Zuben sind die Erwählten von Innos und Belia. Sie besitzen also auch göttliche Macht. Sie sind folgsame Diener. Nichts weiter als Marionetten in einem Krieg, den sie nicht verstehen. Sie werden ihre Macht bestimmt nicht freiwillig aufgeben. Vermutlich nicht. Aber wenn wir die Welt befreien wollen, müssen sie genau das tun. Sprich mit ihnen, falls sie dir überhaupt noch zuhören. Und sorge dafür, dass ihre Macht vom Antlitz dieser Welt verschwindet. Ich sehe mal, was ich tun kann. Die den Allmachtsfunken. Der sieht irgendwie dumm aus. Es ist Xardas Rüstung nur in... Naja, sieht aus, als wäre sie von Tauben zugekackt worden, ehrlich gesagt. Egal, rennen wir in Taubenkacke rum und reden mit Zugen. Du warst also zu feige, um die Macht Belia's zu ergreifen. Ein vorschnelles Urteil für einen weisen Mann. Glaubst du, du kannst den Sieg Belia's aufhalten? Glaubst du, du kannst dich mit mir messen? Lass es uns rausfinden. Ich schicke dich zu Belia's. Da kommt Delazor. Was jetzt? Da bist du ja. Bist du bereit? Ja. Lass uns losgehen, den König töten. Da ist das Schwein. Schnappen wir ihn uns. Ich mach dich, f*** dich. Schnappen wir uns. Roba ist tot. Dann ist meine Rache vollendet. Was machst du jetzt? Ich weiß noch nicht. Ich bleibe erst mal hier. Zuben ist tot. Seine Macht ist nicht mehr auf dieser Welt. Und darauf kommt es an. Auch Belia's Einfluss wird schwächer. Doch noch ist es nicht vorbei. Der König ist tot. Dieser Narr. Er wäre niemals bereit gewesen, diese Welt freiwillig zu verlassen. Doch seine Macht ist verbannt und Innos dadurch geschwächt. So. Ich habe alles getan, was notwendig ist. Dann sind wir jetzt bereit. Bereit, um diese Welt gemeinsam zu verlassen. Mit dem Stab und dem Zepter werden wir das Portal zum unbekannten Land öffnen. Und dann? Und dann gehen wir hindurch. Es ist, wie ich sagte. Niemand kennt das Ziel des Weges, den wir beschreiten. Sag mir Bescheid, wenn du so weit bist. Ich werde hier sein. Wo auch sonst? Woher weißt du, dass sich das Portal öffnen wird? Nun, ich sitze nicht den ganzen Tag nutzlos herum. Ein paar wenige Sachen konnte ich herausfinden. Dazu gehört, dass Stab und Zepter viel älter sind als alles, was wir kennen. Und? Und, dass sie von gleicher Machart sind wie das Portal. Ja, das Portal wirft viele Fragen auf. Wer hat es erbaut? Warum gibt es keine Aufzeichnungen darüber? Wann wurde es errichtet? Ich hatte viel Zeit, um die Zusammenhänge des Universums zu studieren. Und trotzdem bin ich noch weit davon entfernt, sie zu verstehen. Alles, worum ich dich bitte, ist, gehe diesen Weg mit mir zusammen. Denn alleine vermag ich es nicht. Du bist der Entscheider. Ich bin bereit für das unbekannte Land. Mich hält hier auch nichts mehr. Also dann? Ja, Zeit zu gehen. Ich bin bereit für das Unbekannte Land. So, Xalimus. Wir sind da. Es ist Zeit, das Portal zu öffnen. Dann heißt es jetzt wohl Abschied von der Welt nehmen. So ist es. Wir verlassen die Welt. Aber das unbekannte Land erwartet uns. Na dann, auf geht's. Wir öffneten das Portal zum unbekannten Land und verließen diese Welt für immer. Was auch immer uns erwartet, ist eine andere Geschichte. Die königlichen Truppen und die Paladine werden wieder zahlreich werden und an Macht, Stolz und Stärke wachsen. Lange Jahre trachtete Lee dem König nach dem Leben, wegen des Verrats, den Roba an ihm begangen hatte. König Roba ist tot. Jetzt endlich ist Lees Rache an ihm vollendet. Lee wird nun General der Armee. Seine starke Führung wird die zersprengten menschlichen Truppen wieder vereinen. Sein Krieg gegen die Orks wird erst enden, wenn die letzte Stadt von den Orks befreit ist oder Lee den Heldentod sterben wird. Gorn wird auf eigene Faust weiter gegen die Orks kämpfen. Allein nur sein Name wird die Orks das Fürchten lehren. Die Herrschaft der Orks wird noch viele Jahre halten. Khan lässt sich als Eroberer des Orkischen Reichs feiern und ernennt sich selbst zum neuen König von Myrthana. Torus findet ein letztes Tor, das er bewachen wird. Das Tor zur Wüste Varand. Er wird Stadtteil davon Trelis und wird der einzige menschliche Felder sein, dem die Orks bis in den Tod folgen. Aber zu guter Letzt werden die Orks lernen, mit den Menschen in Frieden zu leben. Die Überlebenden des Krieges kehren zurück in ihre Städte und Länder. Dem Königreich der Menschen blüht eine lange, friedliche Zeit. Mit dem Tod von Zuben wird die Herrschaft der Assassinen über die Wüste Varand nun bald zerbrechen. Diego wird der reichste Mann der Welt sein. Er hatte immer ein Geschick für gute Geschäfte. Im Schutz der Mauern von Morazul wird er sein großes Handelsimperium errichten. Die Kultur der Nomaden verschwindet im Sand der Wüste. Lester hat endlich seine langersehnte Ruhe in Braga gefunden und verwandelt den heißen Wüstensand in ein ertragreiches Ackerland für sein Sumpfkraut. Anga ist des Kämpfens müde und findet ein ruhiges Leben in Abgeschiedenheit, in den Ruinen von Varand. In den Bergen von Nordmar geht bald alles wieder seinen gewohnten Gang. Die Barbaren haben das Land ihrer Ahnen endlich wieder zurückbekommen. Es wird still werden in den weißen Bergen von Nordmar. Milton bleibt im Kloster und studiert die Schriften des alten Volkes. Als grauer alter Mann wird er der Weiseste der Weisen sein und das alte Wissen an seine Schüler weitergeben. Es wird noch einige Zeit vergehen, bis er einsieht, dass meine Entscheidung richtig war. Tja, und Laris? Nun, ich bin sicher, er wird immer dort sein, wo es was zu holen gibt. Naja, war das alles? Wir werden sehen. Nur eins ist sicher. Alles wird gut. Ich finde es schön, wie der Held eben nochmal schön genießt hat, während er gesprochen hat. Das hat richtig Sinn ergeben. Ja, das war Gothic 3. Es ist eigentlich die Frage, wie wird es hier weitergehen? In meinen Augen ist die Gothic-Reihe mit Gothic 3 zu Ende. Wir machen jetzt einen kleinen Exkurs in den extremen Trash-Bereich und spielen... Naja, ich will nicht sagen, ich sei Spiele, aber ja, irgendwie sowas ist es ja schon. Wir haben jetzt drei gute Spiele gespielt. Nämlich, eigentlich haben wir sogar vier gute Spiele gespielt auf dem Kanal. Nämlich, Gothic 1, Gothic 2. Oh mein Gott, wie episch gerade. Also, Gothic 1, Gothic 2, Need for Speed Underground und Gothic 3. Das sind vier gute Spiele. Jetzt würde ich sagen, machen wir vielleicht drei Trash-Games als nächstes. Nämlich, wir könnten starten mit einem Spiel, das ich selber noch nie länger als... ...nein halbe Stunde gespielt habe. Denn das eine Mal, wo ich es ausprobieren wollte, habe ich nach einer halben Stunde gesagt, oh mein Gott, das ist ja vollkommener Schrott. Damit werde ich meine Zeit nicht verbringen. Wenn ihr also sehen wollt, wie ich mich aufrege darüber, wie schlecht ein Spiel nur sein kann, dann ist das, glaube ich, was für euch. Denn ich denke, wir spielen als nächstes Gothic 3 Götterdämmerung. Denn das hat weder was mit Gothic, noch mit Gothic 3, noch mit irgendeiner Götterdämmerung zu tun. Es ist einfach nur Schrott und Schmutz. Und niemand sollte es jemals kaufen, Geld dafür bezahlen oder spielen. Aber wir werden das jetzt machen. Ich mache das, opfere mich auf, damit ihr eure wertvolle Zeit und eure wertvollen Nerven nicht dafür hergeben müsst, diesen schon zu spielen. Also freut euch mal auf Gothic 3 Götterdämmerung. Das wird, glaube ich, nicht allzu lange sein. Ich werde auch hoffentlich, hoffentlich kann ich mich selber irgendwie dazu zwingen, nicht alles mitnehmen zu wollen, was man in Gothic 3 Götterdämmerung machen kann. Ich kann es nicht garantieren, denn ich kann ja mich, naja, mich plötzlich um 180 Grad drehen. Und deswegen kann es passieren, dass wir vielleicht doch einige Folgen in diesem Spiel verbringen, wenn wir es so nennen wollen. Und ich lasse euch jetzt mit diesen traurigen Gesängen der Credits Alliance. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr dann in den nächsten Tagen wieder mit dabei seid. Ich werde auch mal versuchen, einen Mega-Cut wieder zu machen von Gothic 3. Ich hoffe, mein Festplattenplatz reicht aus dafür. Denn es sind ja nun mal jetzt fast 110 Folgen oder so, die ich alle auf meine Platten draufkriegen muss, bevor ich hier irgendetwas schneiden kann. Wir schauen mal. Ich gebe mein Bestes, dass das morgen kommt, das Mega-Cut-Projekt. Ich werde dafür jetzt wahrscheinlich ein paar Wochen brauchen. Dann hoffe ich, dass ich für morgen das Mega-Cut-Projekt, also für euch für morgen das Mega-Cut-Projekt hinbekomme. Und jetzt bedanke ich mich für euch fürs Zuschauen nochmal. Ich hoffe, dass ihr dann morgen, vielleicht bei Mega-Cut, vielleicht bei Götterdämmerung, vielleicht bei, weiß ich noch nicht, auch mit dabei sein werdet. Und bis dahin. Ciao. Ciao.